Abschnitt 0 von Andersons Märchen Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Kayo Andersons Märchen Ergänzungsband Von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Vorbemerkung Am 2. April 1905 sind 100 Jahre verflossen, dass Hans Christian Andersen zu Odense auf Fühnen geboren wurde. Er nahm gleich dem Sohn des Pförtners aus den niedrigen und ärmlichen Verhältnissen der väterlichen Schumacher-Werkstätte seinen Aufstieg in die höchsten Kreise und durfte auf der Höhe seines Ruhmes Fürsten zu seinen Freunden zählen. Diese Wandlung kam ihm selbst so wunderbar vor, dass er am Schluss seiner Tage beglückt ausrief, Ja, das Leben ist das schönste Märchen, doch wurde ihm der Aufstieg nicht leicht gemacht. Neid, Unverstand und Lieblosigkeit seiner Landsleute und ihrer literarischen Beiräte verbitterten ihm manche Stunde, erpressten ihm manche Träne. Das hässliche junge Entlein, ein Blatt vom Himmel, was man erfinden kann, und der Gärtner und die Herrschaft lassen diese Stimmung deutlich erkennen. Die schwerste Wunde aber schlug ihm die Liebe, und an ihr ist seine Seele langsam verblutet, denn die er sich als junger Student erkor, liebte und heiratete einen anderen. Darum blieb er auch unvermählt und knüpfte auch nur freundschaftliche Beziehungen zu den Frauen an. Wo immer er die Lieb schildert, nimmt sie einen unglücklichen Ausgang, wie in dem standhaften Zinnsoldaten, unter dem Weidenbaum und was die alte Johanne erzählte. Aber trotz alles Leides und Ungemachs setzte Andersen sich durch, da er eine starke Dichterpersönlichkeit war und er fest an seinen Dichterberuf glaubte. Er wurde der bekannteste dänische Dichter aus dem Anfang und der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das wurde er vor allem durch seine Märchen und Geschichten. Ausgehend von den dänischen Volksmärchen und Volkssagen, von denen er ungefähr ein Dutzend nacherzählt hat, hat er mehr und mehr seine reiche Lebenserfahrung und Menschenkenntnis in ihnen niedergelegt. Der Mensch mit seinen Freuden und Leiden, seinem Sehnen und Hoffen, seinen Fehlern und Gebrechen, ist der eigentliche Gegenstand seiner Märchen und Geschichten, selbst dort, wo sie an das Volksmärchen erinnern oder von ihm beeinflusst sind. So hat Andersen dichterisches Neuland gewonnen, wo er gemacht und reich angebaut, um es späteren Dichtern als Erbe zu überlassen. Gehörte er auch nicht zu den großen literarischen Eroberern, so doch zu denen, die stille Triften aufgefunden haben. Denn alle späteren Märchenerzähler stehen auf seinen Schultern, wie ihm die ersten Anregungen von den deutschen Romantikern, namentlich Thea Hoffmann, gegeben wurden sind. Und auch der neueste Trieb am Märchenbaume, die naturgeschichtlichen Märchen eines Laswitz und Ewald, liegen als Knospe schon in den Störchen und den kleinen Grünen. Aber nicht nur literar-historisch verdienen seine Märchen und Geschichten einen hervorragenden Platz, sondern auch um ihres dichterischen Wertes willen. Sie sind heute noch so anziehend wie am ersten Tag, und dies ganz allein durch eigene Schönheit. Haben sie aber auch noch keine lange Vergangenheit, so ist nach ihnen doch schon manches Märchen in den Staub der Vergessenheit gesunken. Die reiche Fantasie des Dichters ist ihnen zu schönen, üppigen, aber auch grotesken Blumen erblüht. Und der Humor des Dichters lacht bald übermütig, bald spottlustig, bald lächelt er unter Tränen. Andersen gehört zu den echten Humoristen, von denen Rosecker sagt, dass sie die Kluft zwischen Kasperl und Bußprediger zu überbrücken vermögen. In seinem künstlerischen Schaffen nehmen wir kaum eine Entwicklung wahr. Nachdem Andersen sich von Museus lossagte, in dessen Manier er sein erstes Märchen, Der Tote, das er später noch einmal erzählt und als Reisekamerad in seine gesammelten Märchen und Geschichten aufgenommen hat, ist er in seinen ersten Schöpfungen ebenso vollendet wie in seinen mittleren und letzten. Wenn auch die Fähigkeit, die Idee klarer zu gestalten, mit den Jahren noch wächst und neue Probleme hinzutreten, so ist er im Gebrauch seiner künstlerischen Mittel von Anfang an erstaunlich sicher, was jeder an der Hand der chronologischen Übersicht der Märchen und Geschichten, die an das Ende des Bandes gestellt worden ist, herausfühlen kann. Um das Jahr 1860 herum veranstaltete Andersen eine deutsche Ausgabe seiner Märchen und Geschichten. Die 112 derselben umfasste, die viele Jahre in Deutschland als Gesamtausgabe galt, aber erst im Jahre 1872 schrieb er sein letztes Märchen, sodass ihr die Märchen der letzten zwölf Jahre fehlen, sowie einige Märchen, die nicht mit aufgenommen waren. Zu der sogenannten Gesamtausgabe ist daher dieser Ergänzungsband, der die fehlenden 44 Märchen und Geschichten enthält, hinzugetreten. Dies ist also die einzige deutsche Gesamtausgabe, wenn man von seinen gesammelten Werken absieht, sodass allen Freunden Andersens endlich Gelegenheit gegeben ist, seine Hauptschöpfung im ganzen Umfange kennenzulernen. An Kinder allein ist dabei nicht gedacht. Es gehört zu den Grundirrtümern über Andersen, dass man glaubt, er habe seine Märchen nur für Kinder geschrieben. Nur bis zum Jahre 1845 trugen seine kleinen Märchenhefte im Titel den Zusatz »Für Kinder erzählt«. Von der Zeit an nannte er die Erzählungen kurzweg »Märchen und Geschichten«. Andersen selbst spricht sich über diesen Punkt aus. Die Kinder interessieren sich mehr für das, was ich Staffage nennen will, die Erwachsenen mehr für die zugrunde liegenden Ideen. Ende von Vorbemerkung Abschnitt 1 von Andersens Märchen Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rebecca Braunert-Plunkett Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Der Stein des Weisen Teil 1 Du kennst doch die Geschichte von Holger Danske. Wir wollen sie dir auch nicht erzählen, sondern nur fragen, ob du dich erinnerst, dass Holger Danske das große Indien östlich an der Weltende gewann, bis an den Baum, welcher der Baum der Sonne genannt wird, wie Christian Pedersen sagt. Kennst du Christian Pedersen? Es macht nichts, wenn du ihn nicht kennst. Holger Danske verlieh dem Priester John Macht und Würde über Indien. Kennst du den Priester John? Nein. Es ist auch einerlei, ob du ihn kennst, denn er kommt in dieser Geschichte nicht vor. Du sollst hier von dem Baum der Sonne in Indien östlich an der Weltende hören, wie die Leute es damals verstanden, die noch keine Geografie gelernt hatten, wie wir heutzutage. Aber das ist auch einerlei. Der Baum der Sonne war ein prächtiger Baum, wie wir noch keinen gesehen haben und du auch keinen zu sehen bekommen wirst. Die Krone erstreckte sich mehrere Meilen im Umkreis. Sie war eigentlich ein ganzer Wald. Jeder ihrer kleinsten Zweige war wieder ein Baum. Es waren Palmen, Buchen, Pinien, Platanen, ja, alle Baumarten, die man rings in der Welt finden konnte, schossen hier wie kleine Zweige aus den großen Zweigen hervor und diese glichen mit ihren Krümmungen und Auswüchsen, Tälern und Höhen. Sie waren mit einem samtweichen Grün bekleidet und mit Blüten übersät. Jeder Zweig glich einer blumigen Wiese oder einem lieblichen Garten. Die Sonne strahlte in vollem Glanze herab. Es war ja der Baum der Sonne und die Vögel aus aller Weltende versammelten sich hier. Aus den fernen Wäldern Amerikas, aus den Rosengärten von Damaskus und aus den Waldwildnissen des inneren Afrika, wo Elefanten und Löwen sich einbilden, allein zu regieren. Die Eisvögel, Störche und Schwalben kamen natürlich auch. Aber die Vögel waren nicht die einzigen lebenden Geschöpfe, die hierher kamen. Hirsche, Eichhörnchen, Antilopen und hunderte anderer Tiere durch Schnelligkeit und Schönheit ausgezeichnet waren hier zu Hause. Ein großer, duftender Garten war ja die Krone des Baumes und inmitten, wo die allerstärksten Zweige sich wie grüne Berge erstreckten, lag ein Schloss aus Kristall mit Aussicht über alle Länder der Welt. Jeder Turm erhob sich wie eine Lilie. Man konnte in dem Stängel heraufsteigen, denn dort war eine Treppe. Nun wirst du verstehen können, dass man auf die Blätter hinaustreten konnte, die Altanen glichen, und ganz oben in der Blüte war ein runder, glänzender Festsaal, der kein anderes Dach als den blauen Himmel mit Sonne und Sternen hatte. Ebenso schön, nur in anderer Weise, war es in den unteren weiten Sälen des Schlosses. Rings an den Wänden spiegelte sich die ganze Welt ab. Man konnte alles sehen, was in ihr geschah, sodass man keine Zeitungen zu lesen brauchte. Und die gab es hier auch gar nicht. Alles war in lebenden Bildern zu sehen, hätte man es nur sehen wollen oder sehen mögen. Aber zu viel ist zu viel, selbst für den weisesten Mann. Und hier wohnte der weiseste Mann. Sein Name ist so schwer auszusprechen, dass du es nicht kannst, und deshalb brauchst du ihn auch nicht zu kennen. Er wusste alles, was ein Mensch wissen kann und jemals wissen wird. Er kannte jede Erfindung, die gemacht war und gemacht werden sollte, Aber auch nicht mehr, denn alles hat seine Grenze. Der weise König Salomo war nur halb so klug und war doch sehr klug. Der weise Mann herrschte über die Naturkräfte, über mächtige Geister. Ja, der Tod selbst musste ihm jeden Morgen Nachricht bringen und die Liste derjenigen vorlegen, die an dem Tage sterben sollten. Aber auch der König Salomo musste sterben, und das war der Gedanke, welcher den Forschergeist, den mächtigen Herrn im Schlosse des Sonnenbaums, mit mächtiger Unruhe erfüllte. Auch er sollte einst sterben, wie hoch er auch in der Weisheit über den Menschen stand. Das wusste er. Seine Kinder sollten sterben, wie die Blätter des Waldes sollten sie niedersinken und staub werden. Er sah die Menschengeschlechter, wie das Laub der Bäume vergehen und neue an ihre Stelle treten. Aber die Blätter, die niederfielen, wuchsen niemals wieder. Sie wurden zu Staub, zu anderen Pflanzenteilen. Was geschah mit den Menschen, wenn der Engel des Todes kam? Was war der Tod? Der Körper löste sich auf, und die Seele? Ja, was war mit ihr? Wo blieb sie? Wohin ging sie? Zum ewigen Leben, sagte tröstend die Religion. Aber wie war der Übergang? Wie lebt man? Wo lebt man? In dem Himmel, sagten die Frommen. Aufwärts gehen wir. Aufwärts, wiederholte der Weise und sah gegen die Sonne und die Sterne. Aufwärts. Und er sah aus der Kugelgestalt der Erde, das oben und unten ein und dasselbe ist, je nach dem Ort, den man auf der schwebenden Kugel einnimmt. Und stieg er so hoch, wie die höchsten Berge der Erde ihre Gipfel erheben, so wurde die Luft, die wir klar und durchsichtig den reinen Himmel nennen, zur kohlenschwarzen Finsternis gleich einem angespannten Tuch, und die Sonne glühte ohne Strahlen, und unsere Erde lag in einem orange-gelbenen Nebel eingehüllt. Begrenzt ist das leibliche Auge, begrenzt auch das geistige Auge. Wie gering ist unser Wissen? Selbst der Weiseste weiß nur wenig von dem, was uns das Wichtigste erscheint. In der Geheimkammer des Schlosses lag der größte irdische Schatz, das Buch der Wahrheit. Er las es Blatt für Blatt. Es ist ein Buch, in welchem jeder Mensch lesen kann, aber nur stückweise. Die Schrift zittert vor manchem Auge, sodass es die Worte nicht zu entziffern vermag. Auf einigen Blättern ist die Schrift so blass und undeutlich, dass man dort nur ein leeres Blatt sieht. Je weiser man ist, desto mehr kann man lesen, und der Weiseste liest das meiste. Er wusste dazu, das Licht der Sterne, der Sonne, verborgener Kräfte und der Geister zu sammeln, und bei diesem verstärkten Schein trat auf den Blättern mehr der Schrift hervor. Aber bei dem Abschnitt des Buches mit der Überschrift Das Leben nach dem Tode war nicht einmal ein Tüpfelchen zu sehen. Das betrübte ihn. Sollte er hier auf der Erde nicht ein Licht finden können, wodurch ihm sichtbar wurde, was in dem Buche der Wahrheit stand? Wie der weise König Salomo verstand er die Sprache der Tiere. Er lauschte ihrem Gesange und ihren Gesprächen, aber er erfuhr von ihnen über jene Frage nichts Neues. Er entdeckte die Kräfte der Pflanzen und Metalle, Kräfte, um Krankheiten zu vertreiben, den Tod zu vertreiben, aber nicht, ihn aus der Welt zu schaffen. In allem, was erschaffen war und er erreichen konnte, suchte er das Licht zu finden, das die Gewissheit eines ewigen Lebens zu beleuchten vermöchte. Aber er fand es nicht. Das Buch der Wahrheit lag wie mit unbeschriebenen Blättern vor ihm. Das Christentum zeigte ihm in der Bibel die Worte der Vertröstung auf ein ewiges Leben, aber er wollte es in seinem Buche lesen und dort sah er nichts. Fünf Kinder hatte er, vier Söhne, so wohl unterrichtet, wie der weiseste Vater seine Kinder unterrichten kann, und eine Tochter, schön, sanft und klug, aber blind. Doch das schien für sie kein Mangel zu sein. Vater und Brüder waren ihre Augen und ihre Liebe ließ sie den Mangel des Augenlichts nicht fühlen. Niemals hatten sich die Söhne weiter aus den Sälen des Schlosses entfernt, als sich die Zweige des Baumes erstreckten, die Schwester noch weniger. Sie waren glücklich in dem Heim, in dem Lande ihrer Kindheit, in dem schönen, duftenden Baume der Sonne. Wie alle Kinder hörten sie gern erzählen, und der Vater erzählte ihnen vieles, was andere Kinder nicht verstanden haben würden. Aber sie waren ja auch so klug wie bei uns die alten Menschen. Er erklärte ihnen, was sie in den lebenden Bildern an den Wänden des Schlosses sahen, die Tätigkeit der Menschen und den Gang der Begebenheiten in allen Ländern der Erde. Und oft wünschten die Söhne, dass sie mit draußen wären und an allen den Großtaten teilnehmen könnten. Und der Vater sagte ihnen dann, dass es schwer und ungerecht in der Welt zuginge, dass es nicht ganz so wäre, wie sie es aus ihrer schönen Kinderwelt sahen. Er erzählte ihnen von dem Schönen, Wahren und Guten, sagte, dass diese drei Dinge die Welt zusammenhielten und dass unter dem Drucke, den sie erlitten, sie zu einem Edelstein würden, klarer als das Wasser des Diamanten. Sein Glanz hätte Wert vor Gott. Er überstrahlte alles, und wäre eigentlich das, was man den Stein des Weisen nenne. Er sagte ihnen auch, dass wie man durch die Schöpfung zur Erkenntnis Gottes käme, so käme man durch die Menschen zur Erkenntnis, dass es einen solchen Edelstein gäbe. Mehr könnte er ihnen nicht sagen. Mehr wüsste er nicht. Diese Erzählung wäre nun anderen Kindern zu schwer verständlich gewesen. Aber sie verstanden dieselbe und später verstehen die anderen sie auch. Sie fragten ihren Vater nach dem Schönen, Wahren und Guten, und er erklärte es ihnen, sagte ihnen gar vieles, sagte auch, dass Gott, als er die Menschen aus Erde schuf, seinem Geschöpf fünf Küsse gegeben hätte. Feuerküsse, Herzensküsse, einige Gottesküsse, und dass sie es sind, was wir die fünf Sinne nennen. Durch sie wird das Schöne, Wahre und Gute gesehen, empfunden und verstanden. Durch sie wird es geschätzt, beschirmt und gefördert. Fünf Sinnestätigkeiten sind für innen und außen gegeben, sind Wurzel und Spitze, Körper und Geist. Darüber dachten die Kinder nun häufig nach. Das war in ihren Gedanken, Tag und Nacht. Da träumte dem Ältesten ein schöner Traum. Und seltsam genug, der zweite Bruder träumte ihn auch, und der dritte träumte ihn, und der vierte ebenfalls. Jedem von ihnen träumte dasselbe. Träumte, er zöge in die weite Welt hinaus und fände den Stein des Reisen. Wie eine leuchtende Flamme strahlte er auf seiner Stirn, als er im Morgen rührte auf seinem pfeilschnellen Pferde über die samtgrüne Wiese des heimatlichen Gartens in das väterliche Schloss zurückritt, und der Edelstern wirfe ein so himmlisches Licht und einen solchen Glanz über die Blätter des Buches, das sichtbar würde, was dort über das Leben jenseits des Grabes geschrieben stand. Der Schwester träumte nicht, in die weite Welt hinaus zu kommen. Das kam ihr nicht in den Sinn. Ihre Welt war das Haus ihres Vaters. Ich reite in die weite Welt hinaus, sagte der Älteste. Ich muss erproben, wie es dort zugeht und mich unter den Menschen umhertummeln. Nur das Gute und Wahre will ich. Mit ihnen will ich das Schöne verteidigen. Vieles soll anders werden, wenn ich dabei bin. Ja, er dachte kühn und groß, wie wir alle daheim hinter dem Ofen denken, ehe wir in die Welt hinauskommen und Regen und Rauch und Dornengestrüpp kennenlernen. Die fünf Sinne waren bei ihm, wie bei seinen Brüdern, höchst vortrefflich. Aber ein Sinn übertraf alle übrigen an Stärke und Ausbildung. Bei dem Ältesten war es das Gesicht, das ihm hauptsächlich nützen sollte. Er hatte Augen für alle Zeiten, sagte er. Augen für alle Völker, Augen, die gleich gut in das Erdinnere, wo die verborgenen Schätze liegen, wie in die menschliche Brust sehen könnten. Als wäre nur eine Scheibe davor. Das heißt, er sah mehr, als wir auf der Wange sehen können, die errötet und erbleicht und in dem Auge, das weint und lacht. Hirsche und Antilopen folgten ihm bis an die westliche Grenze und dann kamen die wilden Schwäne und flogen gen Nordwesten. Ihnen folgte er und so war er draußen in der weiten Welt, fern von dem Lande seines Vaters, das sich erstreckt, östlich, an der Weltende. Na, wie er die Augen aufsperrte. Es gab viel zu sehen und es ist doch etwas anderes, die Orte und Dinge selbst zu sehen, als nur die Bilder derselben, wenn sie auch noch so gut sind und sie waren außerordentlich gut daheim in dem Schlosse seines Vaters. Er war nah daran, im ersten Augenblick beide Augen zu verlieren, vor Erstaunen über all das Gewimmel, all den Fastnachtsschmuck, der sich ihm überall als das Schöne aufdrängte. Aber er verlor sie nicht, er hatte eine andere Bestimmung für sie. Gründlich und ehrlich wollte er in der Erkenntnis des Schönen, Wahren und Guten zu Werke gehen. Aber wie stand es damit? Er sah, wie oft das Hässliche den Preis erhielt, den das Schöne haben sollte, wie das Gute oft nicht bemerkt und die Mittelmäßigkeit belacht und nicht belächelt wurde. Die Menschen sahen auf den Namen und nicht auf den Wert. Sie sahen auf das Kleid und nicht auf die Person. Sie sahen auf den Beruf und nicht auf die Berufung. Das konnte nun nicht anders sein. Ja, ich muss wohl ordentlich eingreifen, dachte er und er griff ein. Aber da er das Wahre suchte, kam der Teufel, welcher ein Vater der Lüge, ja, die Lüge selbst ist. Gern hätte er dem Seher sofort beide Augen ausgeschlagen, aber das ist zu grob. Der Teufel geht feiner zu Werke. Er ließ ihn das Wahre suchen, ließ ihn das Wahre und das Gute sehen. Aber wenn er es sah, so blies ihm der Teufel einen Splitter in die Augen, in beide Augen einen Splitter nach dem anderen. Das war nicht gut für das Gesicht, selbst nicht für das Beste. Und der Teufel blies den Splitter auf, dass er zu einem Balken wurde und dann war es mit dem Sehen vorbei. Der Seher stand da wie ein blinder Mann, mitten in der weiten Welt und konnte ihr nicht mehr trauen. Er gab seine guten Gedanken über die Welt und sich selbst auf und wenn man die Welt und sich selbst aufgibt, ja, dann ist es mit einem vorbei. Vorbei, sangen die wilden Schwäne, die über das Meer gen Osten flogen. Und das waren keine guten Nachrichten für die daheim. Dem Seher ist es übel ergangen, sagte der zweite Bruder. Aber dem Hörer wird es besser ergehen. Der Gehörsinn war es, den er besonders geschärft hatte. Er konnte das Gras wachsen hören, so weit hatte er es gebracht. Er nahm herzlichen Abschied und ritt mit guten Fähigkeiten und Vorsätzen von Dannen. Die Schwalben folgten ihm und er folgte den Schwänen und so war er fern von der Heimat, draußen in der weiten Welt. Man kann aber auch zu viel von einem guten Dinge haben. Davon sollte er sich bald überzeugen. Sein Gehör war zu fein. Er hörte das Gras wachsen. Aber deshalb hörte er auch jedes Menschen Herz in Freude und Schmerz schlagen. Es war ihm, als ob die ganze Welt eine große Uhrmacherwerkstätte wäre, wo alle Uhren Tick-Tack gingen und alle Turmuhren Bim-Bam schlugen. Nein, es war nicht zu ertragen, aber er hielt die Ohren steif, solange er konnte. Doch zuletzt wurde all der Lärm und all das Geschrei für einen Menschen zu gewaltig. Es kamen Straßenjungen von 60 Jahren, das Alter tut es ja nicht, und schrien, aber dazu hätte man noch lächeln können. Allein, nun kamen die Klatschereien, die durch alle Häuser, Gassen und Straßen bis auf die Landstraße hinaus zischelten. Lügen wurden laut und spielten die Herren, die Narrenschellen erklangen und wollten Kirchenglocken sein. Das wurde zu arg für den Hörer und er steckte die Finger in beide Ohren. Aber auch jetzt noch hörte er den falschen Sang und schlimmen Klang. Geschwätz und geklatsch, zäh verteidigte Behauptungen, die keinen sauren Hering wert waren, über die Zunge schwirren, so dass es in diesem trefflichen Umgange nur so knickte und knackte. Das war ein Schreien und Lärmen, ein Tosen und Krachen außen und innen. Gott behüte uns. Es war nicht auszuhalten. Es war zu laut. Er steckte die Finger tiefer in seine beiden Ohren, immer tiefer, und da sprang das Trommelfell. Nun hörte er nichts mehr, nicht einmal das Schöne, Wahre und Gute. Und doch sollte das Gehör die Brücke zu seinen Gedanken sein. Er wurde still und misstrauisch, glaubte keinem, glaubte zuletzt sich selbst nicht mehr, und das ist schlimm. Er würde den mächtigen Edelstein nicht finden und heimbringen, und er gab das Suchen auf und sich selbst. Und das ist das Allerschlimmste. Die Vögel, die gen Osten flogen, verbreiteten die Kunde von seinem Unglück, bis sie das Schloss seines Vaters erreichte. Briefe kamen nicht an. Es ging ja auch keine Post dahin. Nun will ich es versuchen, sagte der Dritte. Ich habe eine feine Nase. Und das war nicht gerade fein gesagt. Aber er sprach so, und man musste ihn nehmen, wie er war. Er war die gute Laune selbst und war ein Dichter. Er konnte singen, an was er nicht sagen konnte. Vieles fiel ihm weit früher als anderen ein. Ich rieche Lunte, sagte er, und es war auch der Geruch, der im höchsten Grade bei ihm entwickelt war und dem er auch ein großes Gebiet im Reiche des Schönen einräumte. Einer liebt den Apfelduft und ein anderer den Stallduft, sagte er. Jede Duftregion im Reiche des Schönen hat ihr Publikum. Einige fühlen sich heimisch in der Kneipenluft bei dem qualmenden Docht des Talglichtes, wo der Schnapsgestank sich mit schlechtem Tabaksrauch vermischt. Andere sitzen lieber in dem schwülen Jasmin-Duft und reiben sich mit dem stärksten Nelkenöl ein, das man nur vertragen kann. Andere suchen die gesunde Seeluft, die frische Brise auf oder steigen auf die hohen Berge und sehen auf das geschäftige Tagesleben hinab. Ja, das sagte er. Es war, als ob er schon früher draußen in der Welt gewesen wäre, mit den Menschen gelebt und sie kennengelernt hätte. Aber er hatte diese Kenntnis aus sich selbst. Es war der Dichter in ihm, das Talent, das Gott ihm als ein Geschenk in die Wiege gelegt hatte. Ende von Der Stein des Weisen Teil 1 Abschnitt 2 von Andersens Märchen Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rebecca Braunert-Plunkett Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Der Stein des Weisen Teil 2 Nun sagte er dem väterlichen Schloss im Baum der Sonne Liebewohl und schritt durch die Schönheit seiner Heimat. Aber draußen setzte er sich auf einen Strauß, der schneller läuft als ein Pferd. Und als er später die wilden Schwäne sah, schwang er sich auf den Rücken des Stärksten. Er liebte die Veränderung und deshalb flog er hin über das Meer nach fremden Ländern mit großen Wäldern, tiefen Seen, mächtigen Bergen und stolzen Städten. Und wohin er kam, war es, als ob ein Sonnenstrahl über die Lande ging. Jede Blüte und jeder Strauch duftete stärker in dem Gefühl, dass ein Freund nahe war, ein Kenner, der sie schützte und verstand. Ja, der verkümmerte Rosenstock erhob seine Zweige, entfaltete seine Blätter und trug die lieblichste Rose. Jeder konnte sie sehen, selbst die schwarze, feuchte Waldschnecke bemerkte ihre Schönheit. Ich will der Blume mein Zeichen geben, sagte die Schnecke. Nun habe ich sie angespiehen, anders kann ich es nicht. So geht es gewöhnlich dem Schönen in der Welt, sagte der Dichter und er sang ein Lied darüber, sang es auf seine Weise, aber niemand hörte darauf. Deshalb gab er dem Trommelschläger zwei Groschen und eine Pfauenfeder und dieser setzte das Lied für die Trommel und trommelte es in der Stadt in allen Straßen und Gassen aus. Nun hörten es die Menschen und sagten, dass sie es verständen, es wäre so tief. Und der Dichter durfte nunmehr Lieder singen und er sang von dem Schönen, dem Wahren und dem Guten und sie hörten davon in den Kneipen, wo das Talglicht qualmte. Sie hörten es auf dem frischen Kleeacker, im Walde und auf dem weiten Meere. Es schien, dass dieser Bruder mehr Glück haben sollte als die beiden anderen. Aber das konnte der Teufel nicht dulden und er kam schnell mit fürstlichem und kirchlichem Weihrauch und allem Räucherwerk der Ehre, das sich finden lässt und das der Teufel vortrefflich zu bereiten versteht. Er kam mit dem stärksten Weihrauch, der alle peinigt und selbst einen Engel betäuben kann, wie viel mehr nicht einen armen Dichter. Der Teufel weiß, wie er die Menschen zu nehmen hat. Er nahm den Dichter mit Weihrauch, so dass er rein weg darin war, seine Sendung vergaß, sein Vaterhaus, alles, sich selbst. Er ging auf in Rauch und Beräucherung. Alle kleinen Vögel trauerten, als sie das hörten und sangen drei Tage nicht. Die schwarze Waldschnecke wurde noch schwärzer, aber nicht aus Trauer, sondern aus Neid. Ich bin es, die bereuchert werden müsste, sagte sie, denn ich war es, die ihm die Idee zu seinem berühmten Lied gab, das für die Trommel über den Lauf der Welt. Ich war es, die die Rose anspie. Ich kann Zeugen dafür herbeischaffen. Aber daheim, in Indien, erscholl darüber keine Botschaft. Alle kleinen Vögel trauerten ja und schwiegen drei Tage und als die Trauerzeit zu Ende war, ja, da war die Trauer so groß gewesen, dass sie vergessen hatten, worüber sie trauerten. Ja, so geht es. Nun muss ich in die Welt hinaus, sagte der Vierte und wie die anderen fortbleiben. Er hatte gleichfalls eine gute Laune wie der vorige Bruder, aber er war kein Dichter und gerade deshalb hatte er Grund, guter Laune zu sein. Diese beiden hatten Fröhlichkeit ins Schloss gebracht. Nun ging die letzte Lust dahin. Gesicht und Gehör sind jederzeit von den Menschen als die bedeutendsten Sinne angesehen worden, die man sich besonders stark und scharf wünscht. Die anderen drei Sinne sind als minder wesentlich anzusehen. Aber das war durchaus nicht die Meinung des Sohnes. Er hatte besonders den Geschmack in allen Bedeutungen entwickelt, die es gibt. Und dieser hat eine große Macht, ein mächtiges Regiment. Er regiert über das, was durch den Mund geht und auch über das, was durch den Geist geht. Deshalb schmeckte er alles, was in der Pfanne und im Topfe, in der Flasche und im Fasse war. Das wäre das Grobe in seinem Geschäft, meinte er. Jeder Mensch war ihm eine Pfanne, in der es kochte, jedes Land eine ungeheure Küche, geistig genommen. Das war das Feine und nun wollte er hinaus, um das Feine zu erproben. Vielleicht ist das Glück mir günstiger als meinen Brüdern, sagte er. Ich reise fort, aber welches Beförderungsmittel soll ich nehmen? Sind die Luftballons schon erfunden? fragte er seinen Vater, der ja von allen Erfindungen wusste, die gemacht waren oder gemacht werden sollten. Aber die Luftballons waren noch nicht erfunden, nicht einmal die Dampfschiffe und die Eisenbahnen. Ja, deshalb nehme ich gerade einen Luftballon, sagte er. Mein Vater weiß ja, wie sie gemacht und gesteuert werden, ich lerne es. Niemand kennt die Erfindung und deshalb glauben sie, dass es eine Lufterscheinung sei. Wenn ich den Ballon gebraucht habe, verbrenne ich ihn. Deshalb musst du mir einige Stücke der zukünftigen Erfindungen mitgeben, die man chemische Streichhölzer nennt. Alles das erhielt er und dann flog er fort. Die Vögel folgten ihm länger, als sie den anderen Brüdern gefolgt waren. Sie wollten gern sehen, wie es mit dem Fluge ging und immer mehr kamen hinzu, denn sie waren neugierig und meinten, es wäre ein neuer Vogel der Flöge. Ja, er bekam Begleitung. Die Luft wurde schwarz von Vögeln und sie kamen wie eine große Wolke, wie ein Heuschreckenschwarm über das Land Ägypten gezogen. Und so war er draußen, in der weiten Welt. Ich habe einen guten Freund und Hilfsmann im Ostwind gehabt, sagte er. Ostwind und Westwind meinst du, sagten die Winde. Wir zwei haben miteinander abgewechselt, sonst wärest du nicht nordwestlich gekommen. Aber er hörte nicht, was die Winde sagten und das kann auch einerlei sein. Die Vögel folgten ihm nun auch nicht länger. Als sie zahlreich beisammen waren, wurden einige von ihnen der Fahrt überdrüssig. Das hieße zu viel aus einer Sache machen, sagten sie. Er wird noch eingebildet. Es ist nicht des Nachfliegens wert. Es ist nichts. Es ist abgeschmackt. Und deshalb blieben sie zurück. Sie blieben alle zusammen zurück. Das Ganze war ja nichts. Und der Ballon senkte sich über einer der größten Städte und der Luftschiffer setzte sich auf den höchsten Ort, auf die Turmspitze. Der Ballon ging wieder in die Höhe. Das sollte er nicht. Wo er abblieb, lässt sich nicht gut sagen. Aber das ist auch gleichgültig, denn er war ja damals noch nicht erfunden. Dort saß er nun hoch oben auf der Turmspitze. Die Vögel flogen nicht zu ihm. Sie waren seiner müde und er war ihrer müde. Alle Schornsteine der Stadt rauchten und rochen. Das sind Altäre, die für dich eingerichtet sind, sagte der Wind. Er wollte ihm gern etwas Angenehmes sagen. Kett genug saß er da und sah auf die Leute in der Straße. Da ging einer, der stolz auf seinen Geldsack war. Ein anderer war stolz auf seinen Schlüssel, den er hinten trug, obgleich er nichts zu verschließen hatte. Noch ein anderer war stolz auf sein Kleid, in das die Motten kamen. Und ein Vierter war stolz auf seine Gestalt, in die die Würmer kamen. Eitelkeit, ja. Ich muss wohl bald hinunter und den Topf umrühren und schmecken, sagte er. Aber ich will hier noch ein bisschen sitzen. Der Wind kitzelt mich so schön auf den Rücken. Und das ist eine große Annehmlichkeit. Ich bleibe hier sitzen, solange der Wind weht. Ich will meine Ruhe haben. Es ist gut, des Morgens lange zu liegen, wenn man viel zu beschicken hat, sagt der Faule. Aber Faulheit ist die Wurzel eines Schlechten. Und Schlechtes gibt es nicht in unserer Familie, das sage ich. Und das wird jeder Sohn auf der Straße sagen. Ich bleibe sitzen, solange der Wind weht. Er schmeckt mir. Und er blieb sitzen. Aber er saß auf dem Wetterhahn des Turmes und der drehte und drehte sich mit ihm, sodass er glaubte, es wäre stets derselbe Wind. Er blieb sitzen und er durfte lange dort sitzen und schmecken. Aber in Indien, in dem Schlosser auf dem Baume der Sonne, war es leer und still geworden, da die Brüder einer nach dem anderen fortgezogen waren. Es geht ihnen nicht gut, sagte der Vater. Niemals bringen sie mir den leuchtenden Edelstein. Sie finden ihn nicht. Sie sind fort. Sie sind tot. Und er beugte sich über das Buch der Wahrheit und starrte auf die Seite, wo er über das Leben nach dem Tode lesen wollte. Aber es gab für ihn nichts zu sehen und zu erfahren. Die blinde Tochter war sein Trost und seine Freude. Innig und zärtlich schloss sie sich ihm an. Um seiner Freude, seines Glückes willen, wünschte sie, dass der köstliche Edelstein gefunden und heimgebracht würde. In Trauer und Sehnsucht dachte sie an ihre Brüder. Wo waren sie? Wo lebten sie? Gar innig wünschte sie, von ihnen träumen zu können. Aber seltsam genug. Selbst im Traum konnte sie sich nicht mit ihnen vereinigen. Endlich, eines Nachts träumte ihr, dass ihre Stimmen zu ihr drangen. Sie nannten, sie riefen fernher aus der weiten Welt. Und sie musste hinaus. Weit, weit fort. Und doch schien es ihr, als wäre sie immer noch in ihres Vaters Hause. Die Brüder traf sie nicht, aber in ihrer Hand fühlte sie, brannte es wie Feuer, doch es schmerzte nicht. Sie hielt den leuchtenden Edelstein und brachte ihn ihren Vater. Als sie erwachte, glaubte sie einen Augenblick, dass sie ihn noch hielte, aber es war nur der Spinnrocken, über welchen sie ihre Hand geballt hatte. In den langen Nächten hatte sie unaufhörlich gesponnen und auf der Spindel war ein Faden feiner als Spinngewebe. Menschenaugen konnten den einzelnen Faden nicht gewahren. Sie hatte ihn mit ihren Tränen genetzt und er ward stark wie ein Ankertau. Sie erhob sich, ihr Entschluss war gefasst, der Traum sollte verwirklicht werden. Es war Nacht, ihr Vater schlief, sie küßte ihm die Hand und nahm ihre Spindel und band das eine Ende des Fadens an das Haus ihres Vaters fest, sonst würde sie, die Blinde, ja niemals wieder heimfinden. An dem Faden hielt sie sich. Auf ihn verließ sie sich und nicht auf sich und andere. Sie pflückte vier Blätter von dem Baum der Sonne, die wollte sie Wind und Wetter übergeben, die sie den Brüdern als Brief und Gruß bringen sollten, wenn sie dieselben draußen in der weiten Welt nicht treffen würde. Wie würde es ihr dort wohl gehen, dem armen, blinden Kinde? Doch sie brauchte sich nur an den unsichtbaren Faden zu halten. Vor allem anderen besaß sie eine Eigenschaft, das tiefe Gefühl und es war ihr, als hätte sie Augen in den Fingerspitzen und Ohren in dem Herzen. Und so ging es hinaus in die bewegte, lärmende, wunderliche Welt und wohin sie kam, wurde der Himmel sonnenklar. Sie konnte die warmen Strahlen fühlen. Der Regenbogen spannte sich aus der schwarzen Wolke hin durch die blaue Luft. Sie hörte den Gesang der Vögel, sie empfand den Duft der Orangen und Apfelgärten so stark, dass sie glaubte, sie könnte ihn schmecken. Sanfte Töne und schöne Gesänge drangen zu ihr, aber auch Geheul und Geschrei und miteinander widerstreitende Gedanken und Urteile. Aber in dem tiefsten Winkel ihres Herzens ertönten die Herzensklänge und Gedankenklänge der Menschheit. Es erbrauste im Chor. Das Erdenleben ist nur Rauch, eine finstere Nacht voll Leiden. Allein, es ertönte auch das Lied, und oft ist's auch ein Rosenstrauch voll Sonnenschein und Freuden und bitter erklang es. An sich allein denkt jeder nur, die Wahrheit lasst dir geben. Dann ertönte die Gegenstrophe. Es geht der Liebe Elfenspur hin durch das Erdenleben. Sie hörte auch diese Worte. Ein wenig klein ist unsere Welt, voll Fehler, unvollkommen. Und sie vernahm auch, und mancher gab schon Gut und Geld, was nicht die Welt vernommen. Und es sang rings im brausenden Chor, gießt über alles nur Hohn und Spott und bellt mit den Hunden zusammen. Dann ertönte es im Herzen des blinden Mädchens, Vertrau auf dich, halt fest an Gott, geschehe dann sein Wille. Amen. Und wo sie im Kreise der Männer und Frauen bei Alt und Jung erschien, da leuchtete in die Seelen die Erkenntnis des Wahren, Guten und Schönen. Wohin sie kam, in die Werkstätte des Künstlers, in den festlichen Saal des Reichen, in die Fabrik zwischen surrenden Rädern, war es, als ob Sonnenstrahlen kämen, Seiten erklängen, Blumen dufteten und der erfrischende Tautropfen auf das durstende Blatt fiele. Aber der Teufel konnte sich nicht da reinfinden. Er hat mehr Verstand als zehntausend Männer und darum erfand er ein Mittel, um sich zu helfen. Er ging zum Sumpf, nahm Blasen des faulenden Wassers, ließ das siebenfache Echo von Worten der Lüge über sie erdröhnen, um sie stark zu machen. Er stieß bezahlte Ehrenverse und lügenhafte Leichenpredigten zu Pulver, so viel zu finden waren, kochte sie in Tränen, welche der Neid geweint hatte, streute Schminke darauf, welche von der gelblichen Wange eines alten Fräuleins abgeschabt war und schuf daraus ein Mädchen, welches in Gestalt und Bewegung dem blinden, segensreichen Mädchen, dem milden Engel des Gefühls, wie die Menschen es nannten, gleich war. Und so hatte der Teufel das Spiel gewonnen. Die Welt wusste nicht, welche von beiden die Rechte war. Und wie sollte es die Welt auch wissen? Vertrau auf dich, halt fest an Gott, geschehe dann sein Wille. Amen, sang das blinde Mädchen voll Vertrauen. Die vier grünen Blätter vom Baume der Sonne übergab sie Wind und Wetter, um sie ihren Brüdern als Brief und Gruß zu bringen, und sie war überzeugt, dass es erfüllt würde. Ja, es würde auch erfüllt werden, dass der Edelstein sich fände, der alle irdische Herrlichkeit überstrahlte. Von der Stirn der Menschheit würde er bis zum Hause ihres Vaters strahlen. Bis zum Hause meines Vaters wiederholte sie. Ja, auf der Erde ist die Stätte des Edelsteins, und mehr als diese Gewissheit bringe ich heim. Seine Glut empfinde ich, sie wird größer und größer in meiner geschlossenen Hand. Jedes Wahrheitskörnchen fein genug, dass der scharfe Wind es trägt und fortführt, fing ich auf und verwahrte ich. Ich ließ es mit dem Duft alles Schönen durchdringen, woran die Welt so reich ist, selbst für den Blinden. Ich nahm den Klang vom Herzschlag des Menschen im Guten und legte ihn hinein. Ein Stäubchen ist das Ganze nur, was ich bringe, aber doch der Staub des gesuchten Edelsteins in reicher Fülle. Meine Hand ist voll davon. Und sie streckte sie aus gegen ihren Vater. Sie war in der Heimat. Mit Gedanken Schnelle war sie dort hingekommen, da sie den unsichtbaren Faden zum Hause ihres Vaters nicht losgelassen hatte. Die bösen Mächte fuhren mit dem Getöse des Sturmes hin über den Baum der Sonne und drängten sich mit einem Windstoß durch die geöffnete Tür in die Geheimkammer. Dort weht es hin, rief der Vater und griff nach der Hand, welche geöffnet war. Nein, antwortete sie mit ruhiger Bestimmtheit. Es kann nicht fortwehen. Ich fühle die Strahlen meine Seele erwärmen. Der Vater sah eine leuchtende Flamme. Wie funkelnder Staub fuhr es aus ihrer Hand hin über das weiße Blatt des Buches, das die Gewissheit eines ewigen Lebens verkünden sollte. Im blendenden Glanze stand dort eine Schrift, ein einziges sichtbares Wort, nur das eine Wort, Glaube. Und bei ihnen waren wieder die vier Brüder. Das Heimweh hatte sie ergriffen und geführt, als die grünen Blätter auf ihre Brust niederfielen. Sie waren gekommen, die Zugvögel folgten und Hirsch und Antilopen und alle Tiere des Waldes. Sie wollten auch an der Freude teilnehmen. Und weshalb sollten es die Tiere nicht, wenn sie es können? Und wie oft haben wir gesehen, wenn die Sonne durch ein Loch in der Tür in die stauberfüllte Stube scheint, dass eine schimmernde Staubsäule sich dreht, so, aber nicht so plump und armselig wie sie, selbst der Regenbogen ist schwerfällig und in den Farben nicht kräftig genug gegen den Anblick, der sich hier zeigte, so erhob sich von dem Blatte des Buches von dem leuchtenden Wort Glaube jedes Stäubchen der Wahrheit mit dem Glanze des Schönen, dem Klange des Guten, strahlte stärker als die Feuersäule in der Nacht, als Moses mit Israel nach Kana anzog. Aus dem Worte Glaube führt die Brücke der Hoffnung zur ewigen Liebe in die Unendlichkeit. Ende von Der Stein des Weisen Teil 2 Abschnitt 3 von Andersons Märchen Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Andersons Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Des hagestolzen Nachtmütze Es gibt in Kopenhagen eine Straße, die den wunderlichen Namen Hüskenstraße führt. Weshalb heißt sie so und was soll es bedeuten? Es soll Deutsch sein, aber man tut damit der deutschen Sprache Unrecht. Häuschen sollte man es sagen, denn das bedeutet kleine Häuser. Sie waren damals und das war vor vielen Jahren nicht viel mehr als hölzerne Buden, wie sie jetzt noch auf Jahrmärkten aufgeschlagen werden. Etwas größer waren sie wohl und hatten auch Fenster, aber die Scheiben waren aus Horn oder einer Tierblase, denn in jener Zeit waren gläserne Scheiben noch sehr teuer. Allein sie liegt auch so weit zurück, dass Großvaters Großvater, als er davon erzählte, auch schon in alten Tagen sagte, mehrere hundert Jahre sind seitdem verflossen. Die reichen Kaufherren aus Bremen und Lübeck trieben Handel in Kopenhagen. Selbst kamen sie nicht hinauf, aber sie schickten treue Diener und diese wohnten in den hölzernen Buden der Kleinhäusergasse und verkauften Bier und Gewürze. Das deutsche Bier war vortrefflich und es gab viele Sorten wie Bremer, Prüsinger, Emserbier und Braunschweiger Mumme. Dazu die vielen Gewürze wie Safran, Anis, Ingwer und Pfeffer. Ja, dieser war der Hauptartikel und deshalb führten die deutschen Handlungsdiener den Namen Pfefferhöker. Sie hatten in der Heimat die Verpflichtung eingehen müssen, sich dort oben nicht zu verheiraten und manche derselben wurden darüber alt. Sie mussten alles selbst besorgen, ihre Betten machen und Feuer anlegen. Es gab geeinsame alte Junggesellen unter ihnen mit eigenartiger Denkart und eigenartigen Gewohnheiten. Nach ihnen nannte man jede ledige Mannsperson, die in ein gewisses, gesetztes Alter gekommen war, einen Pfefferhöker. Das alles muss man wissen, um die folgende Geschichte zu verstehen. Man macht sich lustig über den Pfefferhöker, sagt, er solle die Nachtmütze aufsetzen, sie über die Augen ziehen und zu Bett gehen. Schneide, schneide einen Spahn, du arme Hagestolz, geh mit der Nachtmütze zu Bett und zünd dir selbst den Kienspahn an. Ja, so singt man von ihnen, so verspottet man den Pfefferhöker und seine Nachtmütze, gerade, weil man sie so wenig kennt. Ach, die Nachtmütze soll sich niemand wünschen und weshalb nicht? Hört. In alten Zeiten war die Kleinhäusergasse nicht gepflastert. Loch war neben Loch wie in einem ausgefahrenen Hohlwege und eng war sie. Die Häuser erhoben sich nebeneinander und so nahe gegenüber, dass im Sommer oft ein Seil quer über die Straße von einer Wohnung zu anderen gezogen wurde und es zwischen ihnen immer recht stark nach Pfeffer, Anis und Ingwer duftete. Hinter dem Ladentische standen nicht viele junge Burschen, im Gegenteil, es waren meist recht alte Gesellen und sie gingen durchaus nicht, wie wir es uns denken mögen, in Perücke und Nachtmütze in Kniehosen und bis an den Hals geschlossenen Westen und Röcken. Nein, so war des Großvaters Großvater gekleidet und so ist er auch gemalt worden. Aber der Pfefferhöker hatte nicht die Mittel sich malen zu lassen und doch hätte es Wert für uns von einem derselben ein Bild zu besitzen, wie sie hinter dem Tische standen oder an Feiertagen in die Kirche gingen. Sie trugen einen breitkrempigen hohen Hut und oft steckte einer der jüngsten Pfefferhöker eine Feder an denselben. Ein leinerner Klappkragen verdeckte das wollene Hemd, das eng anschließende Wams war bis oben zugeknöpft. Der Mantel hing lose darüber und die Hosen reichten bis zu den breiten Schuhen, denn Strümpfe trugen sie nicht. In dem Gürtel steckte ihr Essgeschirr, Messer und Löffel und auch noch ein langes Messer zur Verteidigung und das mussten sie damals häufig gebrauchen. Genau so ging der alte Anton, einer der ältesten Pfefferhöker der Kleinhäuser Gasse an Feiertagen. Nur trug er nicht den hohen Hut, sondern eine Kapuze und darunter eine gestrickte Mütze, eine richtige Nachtmütze, an die er sich so gewöhnt hatte, dass er sie immer aufbehielt und er besaß zwei davon. Sein Bild war leicht zu malen, denn er war dürre wie ein Stecken, hatte Falten um Mund und Augen lange knochige Finger und graubuschige Augenbrauen. Über dem linken Auge hing ein ganzer Büschel Haare herab. Schön war es gerade nicht, aber es machte ihn leicht kenntlich. Man wußte von ihm, dass er aus Bremen war, aber es war nicht seine wirkliche Heimat. Dort wohnte nur sein Herr. Er selber stammte aus Thüringen, aus der Stadt Eisenach, unterhalb der Wartburg. Davon erzählte der alte Anton nicht oft, aber er dachte desto mehr daran. Die alten Burschen der Straße kamen nur selten zusammen, gewöhnlich blieb jeder in seinem Häuschen, das er zeitig am Abend schloß, und dann war es dort dunkel, und nur ein matter Licht schien fiel durch die kleine Hornscheibe unterhalb des Daches, wo gewöhnlich der alte Diener mit Lied sang, oder er ging bis spät in die Nacht hin und her und tat dies und das. Lustig war es sicher nicht. Als Fremder in einem fremden Lande leben ist ein bitter Ding, denn niemand beachtet ihn, außer wenn er im Wege steht. Oft, wenn es draußen stockfinster war und der Regen herabströmte, konnte es in dieser Gasse recht unfreundlich und öde sein. Laternen sah man nicht, außer einer recht kleinen. Sie hing von dem einen Ende der Straße herab, vor dem Bilde der Jungfrau Maria, das auf die Mauer gemalt war. Man hörte den Regen ordentlich auf das Gebälk der nahen Schlossinsel, wohin das andere Ende der Straße führte, rinnen und klatschen. Solche Abende waren lang und einsam, wenn man sich nicht etwas vornahm. Aus- und einpacken, Tüten kleben oder die Waagschale putzen ist nicht jeden Tag nötig, aber dann nimmt man sich eben etwas anderes vor und das tat der alte Anton auch. Er besserte selbst sein Zeug aus und flickte seine Schuhe. Ging er dann endlich zu Bett, dann behielt er seiner Gewohnheit gemäß die Nachtmütze auf und zog sie nur tiefer herab. Aber bald darauf zog er sie Er fühlte es an, presste den doch zusammen, legte sich dann auf die Seite und zog die Nachtmütze wieder herab. Aber plötzlich kam ihm der Gedanke, obwohl in dem kleinen Kohlebecken jede Kohle ausgebrannt oder ausgelöscht wäre. Ein kleiner Funke könnte doch noch vorhanden sein, zünden und viel Verdruss bereiten. Und er stand wieder aus seinem Bette auf, stieg die Leiter hinab, denn eine Treppe konnte man es nicht nennen, und wenn er zu dem Kohlebecken kam, war kein Funke zu sehen, und er konnte wieder gehen. Aber er hatte kaum den halben Weg gemacht, als er unsicher war, ob auch die eisernen Stangen an der Tür gelegt und die Fensterläden durch Krampen wohl befestigt wären. Ja, da mußte er wieder auf seinen dünnen endlich ins Bett kroch, denn die Kälte macht sich am fühlbarsten, wenn sie weiß, dass sie fort soll. Er zog die Decke höher hinauf, die Nachtmütze tiefer über seine Augen und wandte seine Gedanken von dem Handel und den Beschwerden des Tages ab. Aber die Behaglichkeit kam doch nicht, denn alte Erinnerungen kamen und hingen ihre Gardinen auf, und sie haben zuweilen Nadeln, an denen man sich sticht. Au, sagt man, und stechen sie in das blutige Fleisch und bereiten brennenden Schmerz, so steigen uns die Tränen in die Augen. Dem alten Anton erging es oft so, heiße Tränen, die klarsten Perlen kamen. Sie fielen auf die Bettdecke und die Diele und es klang so herzbrechend, als schweißeten, brannten in Lodern der Flamme und beleuchteten ein Lebensbild, das niemals aus seinem Herzen verschwand. Trocknete er seine Augen mit der Nachtmütze, dann wurden die Tränen und die Bilder fortgewischt, aber ihre Quelle blieb, sie lag in seinem Herzen. Die Bilder kamen nicht, wie sie in der Wirklichkeit einander folgten. Oft kamen die schmerzlichsten, aber auch die froh, wehmütigen leuchten vor ihm auf, und gerade diese warfen die stärksten Schatten. Schön sind die Buchenwälder in Dänemark, sagt man, aber schöner erhoben sie sich für Anton in der Gegend der Wartburg. Mächtiger und ehrwürdiger erschienen ihm die alten Eichen um die stolze Ritterburg, wo Schlingpflanzen von den Steinblöcken herabhängen. Süßer dufteten dort die Blüten des Apfelbaums als im dänischen Land. Lebendig fühlte und vernahm er es, noch jetzt, eine Träne rollte, klang und brannte. Er sah in ihrem Lichte deutlich zwei kleine Kinder, einen Knaben und ein Mädchen miteinander spielen. Der Knabe harte rote Backen, gelbes grauses Haar und ehrliche blaue Augen. Es war der Sohn des reichen Kaufmanns, der kleine Anton, er selbst. Das kleine Mädchen hatte braune Augen und schwarzes Haar. Keck und klug sah sie drein. Es war Molly, die Tochter des Bürgermeisters. Die beiden spielten mit einem Apfel, sie schüttelten ihn und hörten, wie die Kerne im Inneren rasselten. Sie schnitten ihn durch und jeder erhielt ein Stück. Sie teilten die Kerne unter sich und aßen sie bis auf einen. Den müssen sie in die Erde legen, meinte das kleine Mädchen. Und du sollst sehen, was aus ihm hervorkommen wird. Es kommt etwas, was du dir gar nicht denken kannst. Es kommt ein ganzer Apfelbaum, aber nicht gleich. Und der Kern wurde in einen Blumentopf eingepflanzt. Alle beide waren eifrig dabei. Der Knabe grub mit seinen Fingern das Loch in die Erde. Das kleine Mädchen legte den Kern hinein und beide deckten ihn mit Erde zu. Du darfst ihn aber morgen nicht wieder herausnehmen, um zu sehen, ob er Wurzeln geschlagen hat, sagte sie. Das darf man nicht. Ich tat es bei meinen Blumen zweimal. Ich wollte sehen, ob sie wüchsen. Ich wusste es nicht besser und die Blumen starben. Der Blumentopf blieb bei Anton und während des ganzen Winters sah er jeden Morgen nach, allein es war nur die schwarze Erde zu sehen. Aber nun kam der Frühling. Die Sonne schien so warm und da brachen in dem Blumentopf zwei schmale grüne Blätter hervor. Das bin ich und Molly, sagte Anton. Das ist schön, das ist reizend. Bald kam ein drittes Blatt. Wen sollte es vorstellen? Und nun kam eins um das andere. Jeden Tag und jede Woche wurde der Keim größer und größer. Die Pflanze wurde ein ganzer Baum. Und das alles spiegelte sich in einer Träne wieder, die zerdrückt wurde und verschwand. Allein sie konnte aus derselben Quelle, aus dem Herzen des alten Anton wieder heraufsteigen. In der Nähe von Eisenach erstreckt sich eine Reihe steiniger Berge, aus welcher sich ein runder Gipfel heraushebt, der weder Bäume noch Sträucher noch Gras trägt. Es ist der Venusberg. Dort wohnt Frau Venus, eine Göttin aus heidnischer Zeit. Frau Holle hieß sie damals, das wußte und weiß noch jetzt jedes Kind in Eisenach. Sie hatte den edlen Ritter Tannhäuser, den Minnesänger aus dem Sängerkreis der Wartburg zu sich hineingelockt. Die kleine Molli und Anton standen oft vor dem Berge und einmal sagte sie, wagst du anzuklopfen und Frau Holle, Frau Holle, schließ auf, Tannhäuser ist hier, zu rufen. Aber das wagte Anton nicht. Molli tat es, doch nur die Worte Frau Holle, Frau Holle, sagte sie laut und deutlich, die übrigen sprach sie so undeutlich in den Wind hinein, daß Anton sicher war, sie hätte eigentlich nichts gesagt. Sie sah so keck aus, so keck wie manchmal im Garten, wenn sie und andere kleine Mädchen ihn trafen und ihn küssen wollten, gerade deshalb, weil er sie allein wagte es. Ich darf ihn küssen, sagte sie stolz und umschlang seinen Hals. Das war ihre Eitelkeit. Und Anton fand sich hinein und dachte rüber nicht nach. Wie reizend sie war wie keck. Frau Holle in dem Berge sollte auch schön sein, aber ihre Schönheit sagte man verführe zum Bösen. Die höchste Schönheit aber wäre die, die Elisabeth geschmückt hatte. Die Schutzheilige des Landes, die fromme thüringische Fürstin, deren gute Taten hier manchen Ort durch Sage und Legende verherrlichen. In der Kapelle hing ihr Bild von silbernen Leuchtern umgeben. Doch Molli glich ihr durchaus nicht. Der Apfelbaum, den die Kinder gepflanzt hatten, wuchs Jahr für Jahr. Er wurde so groß, dass er in den Garten in die frische Luft verpflanzt werden mußte, wo der Tau fiel. Die Sonne warm schien und er die Kräfte erhielt, den Winter zu überstehen. Aber aus Freude, dass des Winters härter vorüber war, setzte er im Frühling Blüten an. Im Herbst brachte er zwei Äpfel, einen für Molli und einen für Anton. Weniger hätten es nicht gut sein können. Der Baum war schnell groß geworden. Molli wuchs wie er. Sie war frisch wie eine Apfelblüte, aber lange sollte er diese Blüte nicht mehr sehen. Alles änderte sich, alles wechselte. Mollis Vater verließ die alte Heimat und Molli zog mit weit fort. Ja, in jetziger Zeit ist es bei der Geschwindigkeit des Dampfes nur eine kurze Reise. Aber damals brauchte man mehr als einen Tag und eine Nacht, um so weit östlich von Eisenach nach der äußeren Grenze von Thüringen nach der Stadt Weimar zu gelangen. Und Molli weinte und Anton weinte. Alle die Tränen rannen nun zu einer einzigen zusammen und sie hatte der Freude rotes schönes Licht. Molli hatte ihm gesagt, dass sie ihn lieber hatte als die ganze Pracht Weimars. Ein Jahr verging. Es vergingen zwei, drei Jahre und in dieser Zeit kamen zwei Briefe an. Den einen überbrachte ein Frachtfuhrmann, den anderen hatte man einem Reisenden mitgegeben, denn der Weg war weit und beschwerlich und führte in vielen Windungen an Dörfern und Städten vorbei. Wie oft hatten Anton und Molli nicht die Geschichten von Tristan und Isolde gehört. Und ebenso oft hatte er dabei an sich und Molli gedacht, obgleich Tristan bedeuten sollte, dass er in Trübsal geboren wäre. Das passte nicht auf Anton und er würde auch niemals den Gedanken gefasst haben, sie hat mich vergessen. Aber Isolde vergaß ihr auch den Freund ihres Herzens nicht und als beide gestorben und an den beiden Seiten der Kirche begraben waren, wuchsen zwei Lindenbäume aus den Gräbern hervor und ihre blühenden Zweige vereinigten sich über dem Kirchendach. Das schien Anton so schön und doch so traurig. Aber traurig konnte es für ihn und Molli niemals werden und deshalb summte er eine Vogelweide unter der Linden auf der Heide und besonders schön klangen die Zeilen und aus dem Walde im stillen Tal Tandaradai sang so süß die Nachtigall. Das Lied kam ihm immer auf die Zunge. Er sang und pfiff es in der mondhellen Nacht, als er zu Pferde durch den tiefen Hohlweg ritt, um Weimar zu erreichen und Molli zu besuchen. Unerwartet wollte er kommen und reichte ihm einen vollen Becher Wein. Er fand eine lebhafte Gesellschaft, eine vornehme Gesellschaft, ein behagliches Zimmer und ein gutes Bett. Und doch fand er es gar nicht so, wie er es gehofft und geträumt hatte. Er verstand sich nicht. Er verstand auch die anderen nicht. Aber wir verstehen es. Man kann in einem Hause, in einer Familie leben und dort doch nicht festwurzeln. Man unterhält sich, wie man sich in einem Postwagen unterhält. Man kennt sich, wie man sich in einem Postwagen kennt, geniert einander und wünscht, dass man selbst oder der gute Nachbar über alle Berge wäre. Ähnliches empfand Anton. Ich bin ein ehrliches Mädchen, sagte Molly zu ihm. Ich will es dir selbst sagen, viel hat sich seit der Zeit verändert, da wir noch als Kinder zusammenspielten. Ich bin äußerlich und innerlich eine andere geworden. Gewohnheit und Wille haben keine Macht über unser Herz, Anton. Ich möchte nicht, dass du mir zürnst. Nun, ich bald weit fortgehe. Glaube mir, ich habe gern an dich gedacht, aber geliebt? Wie ich nun weiß, dass man einen Menschen lieben kann, habe ich dich niemals und du musst dich da rein finden, Anton. Lebe wohl. Und Anton sagte auch lebe wohl, aber keine Träne kam ihm in die Augen, als er vernahm, dass er nicht mehr Mollys Freund war. Die glühende Eisenstange und die eisige Eisenstange reißen mit der gleichen Empfindung uns die Haut von den Lippen, wenn wir sie küssen. Und er küßte gleich stark, in der Liebe wie im Hass. Keinen Tag gebrauchte Anton, um nach Eisenach zurück zu kommen, aber das Pferd, das er geritten hatte, brach tot zusammen. Was will das sagen, sagte er? Ich bin vernichtet, und ich will alles vernichten, was mich an dich erinnert, Frau Wurzel ausreißen, niemals soll er wieder blühen und Früchte reifen. Aber der Baum wurde nicht weggeworfen, er selbst wurde umgeworfen, und in heftigem Fieber lag er in seinem Bette. Was konnte ihm wieder aufhelfen? Da kam eine Medizin, die es konnte. Es war die bitterste, die sich finden ließ, und sie rüttelte den kranken Körper und die sich krümmende Seele wieder auf. Antons Vater war nicht mehr der reiche Kaufmann. Schwere Tage, Tage der Prüfung standen vor der Tür. Das Unglück brach herein, wie ein wobendes Meer stürzte es plötzlich in ein reiches Haus. Der Vater wurde ein armer Mann. Unglück und Sorge lähmte ihn. Da hatte Anton an anderes zu denken, als an Liebesleid und an sein Zorn gegen Molly. musste ordnen, helfen, Hand anlegen, selbst hinaus in die weite Welt und sein Brot verdienen. Er kam nach Bremen und lernte Not und schwere Tage kennen. Und sie machen das Herz hart oder weich, oft nur allzu weich. Wie ganz anders waren doch Welt und Menschen, als er es sich in seiner Kindheit gedacht hatte. Was waren ihm nun die Lieder der Mindessänger? Nichts als leerer Klang und hohler sang. Ja, das meinte er zuweilen, aber zu anderen Zeiten ertönten sie durch seine Seele und er wurde ein frommes Gemüt. Gottes Wille ist der Beste, sagt er jetzt. Gut war es, dass Gott mir Mollis Herz nicht erhielt. Wozu würde es geführt haben, da das Glück sich so ganz von mir wandte. Sie verließ mich, ehe sie den bevorstehenden Wechsel der Dinge wußte oder ahnte. Ja, der Herr war mir gnädig, alles geschieht zu unserem Besten, alles geschieht weislich, sie hat keine Schuld daran, und doch bin ich ihr so bitterbös gewesen. Und die Jahre vergingen, Antons Vater war gestorben und Fremde wohnten in seinem Vaterhause. Anton sollte es wiedersehen, sein reicher Herr schickt ihn auf Geschäftsreisen und er kam durch seinen Geburtsort Eisenach. Die alte Wartburg stand noch unverändert oben auf den Bergen, mit dem Mönch und der Nonne in dem Steinblock ausgemeißelt. Die mächtigen Eichen gaben ihr noch denselben Umriss wie in seiner Knabenzeit. Der kahle Venusberg schimmerte grau aus dem Tal hervor. Gern hätte er gerufen, Frau Holle, Frau Holle, öffne den Berg, dann bleib ich doch auf dem Boden der Heimat. Das war ein sündiger Gedanke und er schlug ein Kreuz. Das sang ein kleiner Vogel im Gebüsch und das alte Minnelied kam ihm wieder in den Sinn. Und aus dem Walde im stillen Tal sang so süß die Nachtigall. So vieler Dinge erinnerte er sich hier in der Stadt seiner Kindheit, die er in Tränen wieder sah. Sein Vaterhaus stand noch, aber der Garten war verlegt. Ein Feldweg führte über eine Ecke des alten Garten Grundes und der Apfelbaum, den er nicht zerstört hatte, stand noch, aber außerhalb des Gartens auf der anderen Seite des Weges. Doch die Sonne schien über ihn wie früher und der Tau fiel auf ihn wie früher und er trug reiche Frucht und die zwei gebogen sich zur Erde. Er gedeiht, sagte er, er kann es. Einer seiner großen Äste jedoch war abgebrochen. Mutwillige Hände hatten es getan, stand er doch an einem Fahrwege. Man pflückt seine Blüten ohne Dank zu sagen, man stiehlt seine Früchte und bricht seine Zweige. Hier konnte man sagen, falls man von einem Baume wie von einem Menschen sprechen kann, es war nicht an des Baumes Wiege gesungen, dass er so dastehen sollte. Seine Geschichte fing so schön an, und was ist daraus geworden? Verlassen und vergessen ist er, ein Gartenbaum am Grabenrand, am Felde und an der Landstraße. Da steht er ohne Schutz, zerzaust und beraubt. Zwar welkt er deshalb noch nicht, aber mit den Jahren werden die Blüten geringer, bleiben die Früchte fort und Schichte aus. Das dachte Anton dort unter dem Baum. Das dachte er manchen Nacht in der kleinen einsamen Kammer des Holzhauses im fremden Lande in der Kleinhäuser Gasse zu Kopenhagen, wohin ihn sein reicher Herr, der Bremer Kaufmann, unter der Bedingung geschickt hatte, sich nicht zu verheiraten. Sich verheiraten, haha, lachte draußen herrschte ein Schneesturm, so daß jeder, der es konnte, sich in seinen vier Pfählen aufhielt. Und so kam es, daß sein Gegenüber es nicht beachtete, daß Antons Laden zwei volle Tage nicht geöffnet wurde und er selbst sich nicht zeigte. Er ging auch aus bei diesem Wetter, wenn man es lassen konnte. Es waren stille, dunkle Tage und in dem Laden, dessen Scheiben ja nicht aus Glas waren, herrschte Dämmerung oder stockfinstere Nacht. Der alte Anton hatte seit zwei Tagen sein Bett nicht verlassen. Er besaß dazu nicht mehr die Kraft. Das harte Wetter draußen hatte er schon lange in seinen Gliedern gespürt. Verlassen lag der alte Hagestolz da und er konnte sich nicht helfen. Kaum daß er die Wasserkruke, die er vor sein Bett gestellt hatte erreichen konnte und nun war auch der letzte Tropfen getrunken. Es war nicht Fieber, nicht Krankheit, es war das Alter, das ihn lähmte. Es war fast ständig Nacht um ihn da oben, wo er lag. Eine kleine Spinne, die er freilich nicht sah, spann emsig und zufrieden ihr Netz über ihn. Als sollte doch wenigstens ein neuer, frischer Trauerflor wehen, wenn der Alte seine Augenschlüsse. So lang und gedankenleer war die Zeit. Tränen hatte er nicht, Schmerzen auch nicht. Molly lebte nicht mehr in seinen Gedanken. Er hatte ein Gefühl, als ob die Welt mit ihrem Treiben ihn nichts mehr anginge, als ob er außerhalb derselben läge. Niemand gedachte er seiner. Einen Augenblick schien er Hunger und Durst zu empfinden. Ja, er empfand sie, aber niemand kam, um ihn zu erquicken. Niemand würde kommen. Er dachte an die, die verschmachteten. Er erinnerte sich, wie die heilige Elisabeth, die heilige seines Heimatsortes und seiner Kindheit, die edle Herzogin von Thüringen, die hochvornehme Frau, als sie noch auf Erden wandelte, selbst in die ärmsten Hütten hinabstieg und den Kranken Trost und Erquickung brachte. Ihre frommen Taten zogen leuchtend in seinen Gedanken vorüber. Er erinnerte sich, wie sie kam und tröstende Worte zu den Unglücklichen sprach, die Wunden der leidenden Wusch und den Hungernden Nahrung brachte, obgleich ihr strenger Gemahl ihr deshalb zürnte. Er erinnerte sich der Sage, daß, als sie mit einem Korb voll Wein und Lebensmitteln daherkam, ihr überwachte, plötzlich hervortrat und sie fragte, was sie da trüge. In ihrem Schreck antwortete sie, daß es Rosen wären, die sie gepflückt hätte. Als er nun den Deckel herunterriß, siehe, da war für die fromme Frau ein Wunder geschehen. Wein und Brot und alles, was im Korbe lag, hatte sich in Rosen verwandelt. So lebte die Heilige in den Gedanken des alten Anton. So stand sie leibhaftig vor seinen müden Augen, vor seinem Bett in der geringen Holzbude fern im dänischen Lande. Er entblößte sein Haupt und schaute in ihre milden Augen und alles rings umher war voller Glanz und Rosen, die sich duftend über die ganze Kammer verbreiteten. Er empfand einen lieblichen Apfelgeruch und er sah, wie sich ein blühender Apfelbaum über ihm erhob. Es war der Baum, den er mit Molly als kleinen Kern gepflanzt hatte. Und er warf seine duftenden Blätter auf Antons Stirn nieder und kühlte sie. Sie fielen auf seine verschmachtenden Lippen und es war ihm wie Brot und stärkender Wein. Sie fielen auf seine Brust und er fühlte sich so leicht, so sicher im kommenden Schlummer. Nun will ich schlafen, flüsterte er. Der Schlaf tut gut. Morgen bin ich wieder gesund und kann aufstehen. Oh wie schön, wie schön. Den Apfelbaum, den ich in Liebe pflanzte, sehe ich jetzt in voller Herrlichkeit. Und er schlief ein. Am Tage darauf, es war der dritte Tag, dass der Laden geschlossen war, die Schneeflocken flogen nicht mehr, suchten die Nachbarn den alten Anton auf, der sich durchaus nicht zeigen wollte. Er lag ausgestreckt, tot, im Bette und presste die alte Nachtmütze zwischen beiden Händen. Diese bekam er nicht mit in den Sarg. Er hatte ja noch eine, rein und weiß. Wo blieben die Tränen, die er geweint hatte? Wo blieben die Perlen? In der Nachtmütze blieben sie, die echten gehen in keiner Wäsche heraus. Mit der Nachtmütze werden sie bewahrt und vergessen. Die alten Gedanken, die alten Träume, ja, sie blieben in des hagestolzen Nachtmütze. Wünsche sie dir nicht. Sie wird deine Stirn heißer machen, deine Pulse stärker schlagen lassen und Träume wird sie dir bringen, welche Wirklichkeit sind. Das erfuhr der Erste, welcher sie aufsetzte, und doch war es ein halbes Jahrhundert später und der Bürgermeister selber. Er saß mit seiner Frau und elf Kindern in guten Umständen, aber sofort träumte er von unglücklicher Liebe, Bankrott und Mangel. Hu, wie die Nachtmütze wärmt, sagte er, und riß sie vom Kopf und eine Perle nach der anderen rollte hervor, klang und leuchtete. Das ist die Gicht, sagte er, es flimmert mir vor Augen. Es waren die Tränen, die vor einem halben Jahrhundert geweint waren, geweint von dem alten Anton aus Eisenach. Jeder, welcher die Mütze aufsetzte, hatte wirkliche Gesichte und Träume. Seine eigene Geschichte wurde zu der Antons. Es wurde ein ganzes Märchen. Es wurden viele. Diese mögen andere erzählen. Wir haben nun das Erste erzählt und es bleibt unser letztes Wort. Wünsche dir niemals des hagestolzen Nachtmütze. Abschnitt 4 von Andersens Märchen Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Tabea Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Das ABC-Buch Es war ein Mann, der hatte neue Verse zum ABC-Buch geschrieben und zwar zwei Zeilen zu jedem Buchstaben, gerade so wie in dem alten ABC-Buch. Er meinte, dass man neue haben müsse, da die alten zu sehr abgeleiert wären. Auch hatte er einen großen Gefallen an seinen eigenen Versen. Das neue ABC war bis jetzt nur geschrieben und war neben das alte in den großen Bücherstrang gestellt worden, worin so manches gelehrte und unterhaltende Buch stand. Allein das alte ABC-Buch wollte wohl nicht der Nachbar des Neuen sein und war deshalb vom Borte herabgesprungen. Dabei hatte es dem Neuen einen Stoß gegeben, dass es auch auf den Fußboden fiel und seine losen Blätter rings umher gestreut wurden. Das alte ABC kehrte die erste Seite nach oben und das ist die wichtigste von allen, denn da stehen alle Buchstaben, die großen und die kleinen. Das Blatt enthält alles, wovon sämtliche Bücher leben, das Alphabet, die Buchstaben, sie, die die Welt regieren. Eine furchtbare Macht ist ihnen gegeben, es kommt allein darauf an, zu welcher Stellung sie kommandiert sind. Sie können Leben geben und totschlagen, erfreuen und bedrohen. Alleinstehend bedeuten sie nichts, aber in Blanken unterlegen ließ, vernahmen wir mehr, als wir ertragen konnten. Wir verneigten uns tief, aber die Buchstaben befähigten uns, sie zu ertragen. Da lagen sie nun und kehrten sich nach oben und der Hahn in dem großen A glänzte von roten, blauen und grünen Federn. brüstete sich, denn er wusste, was die Buchstaben bedeuteten und dass er das einzige lebende Wesen unter ihnen war. Als das alte ABC-Buch auf den Boden gefallen war, schlug er mit den Flügeln, flog heraus und fetzte sich auf eine Ecke des Bücherschrankes, glättete sein Gefieder mit dem Schnabel und krähte, dass es nur so schallte. Jedes Buch in dem Schranke, das sonst Tag und Nacht wie im Traume dastand, wenn es nicht gebraucht wurde, hörte den Trompetenstoß und nun erzählte der Hahn hell und vernehmlich von dem Unrecht, das dem alten, würdigen ABC-Buch geschehen wäre. Heutzutage soll alles neu, alles anders sein, sagte er. Alles soll vorwärts treiben, die Kinder sind so klug, dass sie lesen können, ehe sie die Buchstaben kennen. Sie sollen etwas Neues haben, sagte er, der die neuen ABC-Verse schrieb, die dort auf dem Boden umherliegen. Ich kenne sie, mehr als zehnmal habe ich ihn dieselben für sich vorlesen hören, es machte ihm riesiges Vergnügen. Nein, da will ich lieber für meine eigenen bitten, für die guten alten mit den Bildern, die dazugehören, für sie will ich kämpfen, für sie will ich krähen. Jedes Buch im Schrank kennt sie, jetzt will ich sein, dass sie nichts taugen. A Amme Die Amme geht im Sonntagskleide, ein fremdes Kind ist ihre Freude. B Bauer Der Bauer war ein geplagter Mann, jetzt ist er schon weit besser dran. Diesen Vers finde ich herzlich flau, sagte der Hahn, aber ich lese weiter. C Kolumbus Kolumbus fuhr durchs Meer als Held und gab uns eine neue Welt. D Dänemark Die Sage geht vom dänischen Land, Gott zieht nicht ab von ihm die Hand. Das werden viele schön finden, sagte der Hahn, aber ich nicht. Ich finde an diesen Versen nichts Schönes. Weiter. E Elefant Der Elefant schwerfällig geht, selbst wenn er in der Jugend steht. F Ferkel Geht auch das Ferkel noch so fein, gesittet wird's doch nimmer sein. Geh Grab Und Mutter Erde ist auch unser Grab, woher wir kamen, gehen wir auch hinab. Das ist roh, sagte der Hahn. Ha, Hurra! Das Hurra ist ein schönes Wort, doch passt es nicht an jeden Ort. Wie soll das nun ein Kind verstehen, sagte der Hahn? Es steht freilich auf dem Titelblatt ABC-Buch für Große und Kleine. Aber die Großen haben anderes zu tun, als ABC-Buch Verse zu lesen und die Kleinen können es nicht verstehen. Alles hat seine Grenze. Weiter. I Idee Und die Idee, die alle Welt bewegt, hat anfangs nur ein einziger Kopf gehegt. K Kuh Kalb Die Kuh ist Frau, der Stier ist Mann, das Kalb es einmal werden kann. Wie kann man nur vor Kindern Familienverhältnisse erklären? L Löwe Liebe Der wilde Löwe trägt keine Lornette, die trägt der Zahme in nummerierten Pakette. M Morgensonne Die goldene Morgensonne aufgeht, doch nicht die Weil der Hofhahn kräht. Nun sagt man mir Grobheiten, sagte der Hahn, aber ich bin doch wenigstens in guter Gesellschaft. In Gesellschaft der Sonne. Weiter N Neger Schwarz ist der Neger aller Orten, er ist noch niemals weiß geworden. O Olive Ölblatt Das beste Blatt, wer kann es sagen, ist Ölblatt, das die Taube einst getragen. P Pulver Wer's Pulver nicht erfunden hat, glaubt oft, dass er's erfinden werde und verhofft. Kuh Quecke Die Quecke nützt dem Landmann nicht und nimmt dem Korn doch Luft und Licht. R Runder Turm Ist man auch wie der runde Turm geschaffen, gehört man deshalb oft doch zu den Laffen. S Schwein Gebärde dich nur nicht so stolz, schickst du auch manches Schwein ins Holz. Erlauben sie, dass ich jetzt krähe, sagte der Hahn, das viele lesen strengte meine Kräfte an, ich muss mich ein wenig verschnaufen und er krähte, dass es wie eine Messing Trompete schallte und das zu hören war ein großes Vergnügen für den Hahn nämlich. Weiter T T Kessel T Maschine T Kessel hat nur Schornstein Rang und doch der T Maschine sang U Die Uhr stets schlägt und geht man mitten in der Ewigkeit steht Das soll nun tief sein sagte der Hahn aber ich kann es durchaus nicht finden V Vieh Vieh zu besitzen ist famos ein Vieh zu sein ein traurig los W Waschbär Der Waschbär oft das Waschen treibt bis von der Beute ihm nichts mehr bleibt X Hier hat er nichts Neues finden können Im E-Stand gibt's eine Klippe von Sokrates genannt Xantippe Er musste doch Xantippe nehmen Xanthus ist aber besser Y Ökdrasil Ja mit der Weltenesche Ökdrasil Die Heidengötter sterben und ihr Reich zerfiel Z Zopf Und ist der Zopf auch noch so klein Das Drehen ist unnütz Abschneiden muss sein Nun bin ich fertig Allein es ist noch nicht überstanden Man wird es drucken und man wird es lesen Diese Reimereien sollen die alten ehrwürdigen Verse in meinem Buche verdrängen Was sagt die Versammlung dazu Gelehrte und ungelehrte einzelne und gesammelte Werke Was meint der Bücherschrank Ich habe gesprochen Nun mögen die anderen handeln Aber die Bücher regten sich nicht und der Schrank regte sich nicht Der Hahn aber flog wieder in sein großes A und sah sich stolz um Ich sprach gut Ich krähte gut Das macht mir das neue ABC Buch nicht nach Es stirbt sicherlich Es ist schon tot Denn es hat keinen Hahn Ende von Das ABC Buch Aufgenommen von Tabea Abschnitt 5 von Andersens Märchen Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Der Wind erzählt von Waldemar Doe und seinen Töchtern Wenn der Wind über das Gras dahin fährt so kräuselt es sich wie ein stilles Gewässer und fährt er über das Korn dahin so wogt es wie ein Meer Das ist es Wind des Tanz Doch höre ihn erzählen Laut singt er es heraus und anders klingt es in den Bäumen des Waldes Anders in den Schallöchern Spalten und Rissen des Gemäuers Siehst du wie der Wind dort oben die Wolken treibt als wären sie eine Schafherde Hörst du wie er dort unten durch das offene Tor heult als wäre er der Wächter und stieße ins Horn Gar wunderlich saust er durch den Schornstein hinab und in den Kamin dass das Feuer flackert und knistert und weit hinein ins Zimmer leuchtet und warm und gemütlich ist es dabei zu sitzen Weißmärchen und Geschichten mehr als wir alle höre was er erzählt hu fahre hin das ist der Refrain seiner Lieder am großen belt liegt ein altes Schloss mit dicken roten Mauern sagt der Wind ich kenne jeden Stein ich kannte sie schon als sie noch in Marksticks Burg auf der Land Zunge saßen sie wurde niedergerissen aber die Steine kamen wieder hoch und bildeten an anderer Städte eine neue Mauer einen neuen Hof der Borrebi Hof heißt und noch heute steht ich habe die altadligen Männer und Frauen gekannt die wechselnden Geschlechter die drinnen wohnten nun erzähle ich von Waldemar Doe und seinen Töchtern stolz erhob er sein Haupt denn er war von königlichem Blute er konnte mehr als den Hirsch jagen und den sagte er selbst die Frau schritt stets im golddurchwirkten Kleid über die blanke getäfelte Diele die Tapeten waren prächtig die kostbaren Möbel kunstvoll geschnitzt silbernes und goldenes Gerät hatte sie in das Haus gebracht deutsches Bier lag im Keller und das nicht wenig schwarze feurige Rosse wicherten im Stall ja Reichtum herrschte im ganzen Schloss und Kinder waren da drei feine Mägdlein Ida Johanna und Anna Dorothea ich erinnere mich ihren Namen noch jetzt es waren reiche Leute es waren vornehme Leute in Herrlichkeit geboren und aufgewachsen Huhu fahre hin sang der Wind und dann erzählte er wieder hier sah ich nicht wie auf anderen alten Höfen die hochgeborene Frau mit ihren Mägden in der Halle sitzen und das Spinnrad drehen sie spielte auf der klingenden Laute und sang dazu doch keineswegs nur alte dänische Lieder nein auch Lieder in fremden Zungen hier herrschte Leben und Geselligkeit und vornehme Gäste kamen aus nah und fern Musik erklang die Becher klangen ich konnte es nicht übertäuben sagte der Wind hier hatte der Hochmut mit Prunk und Pracht die Herrschaft aber nicht Gott es war an einem schönen Mai Abend sagte der Wind ich kam vom Westen und sah wie die Schiffe an der Westküste Jütlands zerschelten ich jagte über die Heide und die waldgrüne Küste hinüber nach Fünen und erreichte atemlos den großen Welt dort legte ich mich an Seelands Küste zur Ruhe nieder nahe bei Boe bis Hof wo damals der herrliche Eichenwald stand die jungen Burschen aus der Umgebung waren hierher gekommen und sammelten Äste und Zweige die größten und trockensten die sie finden konnten dann schleppten sie dieselben ins Dorf und Mädchen und Burschen tanzten mit Gesang um das Feuer herum ich lag still sagte der Wind aber sanft blies ich auf einen Zweig den der schönste der jungen Burschen gelegt hatte und er loderte auf loderte am höchsten empor so wurde er der aus erwählte der König des Festes und wählte zuerst unter den Mädchen seine Königin das gab eine Freude eine Lust grösser als auf dem reichen Borreby Hof und nach dem Schlosse fuhr mit sechs Pferden in goldner Kutsche die hohe Frau mit ihren drei Töchtern so jung so schön drei liebliche Blumen Rose Lilie und die bleiche Hyazinthe die Mutter selbst glich einer prunkenden Tulpe sie grüßte nicht einen aus der Schar die mit ihrem Spiel aufhörte und knickste und zu brechen fürchtete Rose Lilie und bleiche Hyazinthe Ja ich sah sie alle drei Wessen Königin werdet ihr wohl einst werden dachte ich Euer König ist gewiss ein stolzer Ritter vielleicht gar ein Prinz Hu fahre hin fahre hin und die Kutsche fuhr mit ihnen dahin und die Bauers Leute fuhren mit ihren Tänzen fort So wurde in Tjoyersby und in allen Dörfern im Umkreise der Einzug des Sommers gefeiert Aber in der Nacht als ich mich erhob sagte der Wind legte sich die hochvornehme Frau um niemals wieder aufzustehen Es kam über sie wie es über alle Menschen kommt Das ist nichts Neues Waldemar Doe stand einen Augenblick ernst und nachdenklich da Der stolzeste Baum kann wohl gebeugt aber nicht gebrochen werden sprach es und alle auf dem Hofe trockneten sich die Augen Allein Frau Doe war dahin gefahren und ich fuhr dahin Hu sagte der Wind Ich kam wieder Ich kam oft wieder über Fünens grünes Land und das Wasser des Bältes und setzte mich auf Borebis Strand mit dem prächtigen Eichenwald Hier nisteten der Fischadler die Waldtaube der schwarzblaue Rabe und sogar der schwarze Storch Es war noch früh im Jahre Einige hatten noch Eier Andere schon Junge Nein wie die flogen wie die schrien Man vernahm Axtschläge Schlag auf Schlag Der Wald wurde gefällt Waldemar Doe wollte ein herrliches Schiff bauen Ein Orlog Schiff mit dreifachem Verdeck Der König würde es sicherlich kaufen Und deshalb fiel der Wald Das Wahrzeichen der Seefahrer Die Wohnung der Vögel Der Neuntöter flog erschreckt davon Sein Nest war zerstört Der Fischadler und alle anderen Vögel des Waldes verließen ihr Heim Sie flogen fielt umher und schrien vor Angst und Zorn Ich verstand sie wohl Krähen und Dohlen riefen laut und spöttisch Aus dem Nest Aus dem Nest hinaus hinaus Und mittem im Walde bei der Schar der Arbeiter stand Waldemar Doh mit seinen drei Töchtern Sie lachten über das wilde Geschrei der Vögel Allein die Jüngste Anna Dorothea jammerte es in ihrem Herzen und als ein halb verdorrter Baum gefällt werden sollte in dessen nackten Zweigen der schwarze Storch gebaut hatte und dessen Junge die Köpfe zum Neste heraus streckten bat sie für ihn Sie bat mit Tränen in den Augen und deshalb durfte der Baum mit dem schwarzen Storch stehen bleiben Es war freilich nur eine unbedeutende Sache Es wurde gehauen es wurde gesägt und ein Dreidecker gebaut Der Baumeister war von Klugheit und Waldemar Doe hörte ihn gern erzählen Auch die kleine Ida die älteste die 15 jährige Tochter hörte ihm gern zu und während er das Schiff für den Vater baute baute er ein Luftschloss für sich in dem er und die kleine Ida als Mann und Frau wohnten und wäre es nur von Stein gewesen mit Wall und Graben Wald und Garten so hätte es sein können allein bei all seiner Klugheit war der Meister doch nur ein armer Vogel und was soll der Spatz im Reigen der Kraniche ich flog fort und er flog fort denn er durfte nicht bleiben und die kleine Ida vergaß ihn denn sie musste ihn vergessen im Stalle wicherten die schwarzen Pferde sie waren es wert bewundert zu werden und sie wurden bewundert der Admiral war von dem König geschickt worden um das neue Kriegsschiff anzusehen und über den Kauf zu verhandeln er bewunderte laut die feurigen Pferde ich hörte es wohl sagte der Wind ich folgte dem Herrn durch die offene Tür und streute Strohhalme gleich Goldfäden vor ihre Füße Gold wollte Walde Mardau und der Admiral wollte die schwarzen Pferde darum lobte er sie allein er wurde nicht verstanden und deshalb wurde das Schiff nicht getauft es stand mit Bohlen bedeckt am Strande eine Arche Noah die niemals auf das Wasser kommen sollte hu fahre hin fahre hin und das war bejammernswert im Winter als die Felder unter Schnee lagen Treibeis den Welt füllte und ich es an der Küste zusammenschob sagte der Wind kamen die Raben und Krähen die einen schwärzer als die anderen in großen Scharen und setzten sich auf das öde tote und verlassene Schiff am Strande und klagten mit heiserem Gekrächts von dem Wald der geschlagen war von den vielen kunstvollen Vogelnestern die zerstört waren und den obdachlosen Alten und den obdachlosen Jungen und das alles wegen des alten Gerümpels des stolzen Schiffes das niemals aussegeln sollte ich ließ die Schneeflocken tanzen und sie legten sich wie ein weißes Meer rings um dasselbe und über dasselbe ich ließ es meine Stimme hören und es erfuhr was ein Sturm zu sagen hat und mir hat es zu danken dass es in der Schiffswissenschaft nicht ohne Kenntnis blieb hu hu fahre hin und der Winter fuhr dahin Winter und Sommer fuhren und fahren dahin wie ich dahin fahre wie der Schnee dahin fegt wie die Apfelblüte dahin welkt und das Laub dahin stirbt fahre hin fahre hin und die Menschen fuhren auch dahin allein noch waren die Töchter jung die kleine Ida war schön wie eine Rose so schön wie der Schiff Baumeister sie sah wenn sie sinnend unter dem Apfelbaum stand und die rote Sonne und den goldigen Abendhimmel zwischen den dunklen Bäumen und Büschen des Gartens betrachtete und nicht merkte dass ich ihr Blumen ins Haar warf das sich gelöst hatte ihre Schwester Johanna war eine Lilie steif und glänzend sie hatte eine stolze Haltung einen königlichen Gang und fürchtete wie die Mutter beim Grüßen zu brechen sie ging gern in den großen Saal wo die Bilder ihrer Ahnen hingen die Frauen trugen Kleider von Samt und Seide und kleine Hüte mit kostbaren Perlenstickereien auf dem geflochtenen Haar es waren schöne Frauen ihre Männer waren in Stahl gekleidet und in kostbaren Mänteln mit Eichhornpelz gefüttert und mit bläulicher Halskrause das Schwert war nicht um die Hüften sondern um die Lenden gegürtet wo wird wohl einst Johannas Bild an der Wand hängen wie wird er adliger Gemahl aussehen ja daran dachte sie das flüsterten ihre Lippen ich hörte es wenn ich durch den langen Korridor in den Saal fuhr und mich dort wieder drehte Anna Dorothea die bleiche Hyazinthe war noch ein 14-jähriges Kind und gar still und nachdenklich die großen wasserblauen Augen sahen gedankenvoll doch um den Mund spielte ein Kinderlächeln ich konnte es nicht fortblasen und ich wollte es auch nicht ich traf sie im Garten im Hohlwege und im Felde dort sammelte sie Blumen und Kräuter von denen sie wusste dass ihr Vater sie zu seinen Tränken und Tropfen gebrauchen konnte Waldemar Doe war stolz und hochmütig aber auch in vielerlei Dingen erfahren das wusste man wohl und flüsterte es sich heimlich zu das Feuer brannte in seinem Kamin auch im Sommer die Türen waren fest verschlossen Tag und Nacht war er tätig doch er sprach nicht viel darüber die Kräfte der Natur soll man im Geheimen erforschen sonst lässt es sich nicht finden das Beste das rote Gold deshalb dampfte es auf dem Kamin deshalb prasselte und flammte es ja ich war dabei erzählte der Wind lass fahren, lass fahren sank ich durch den Schornstein hinab es bleibt doch nur Rauch und Dampf Schlacken und Asche du brennst dich nur auf hu hu, fahre hin, fahre hin allein Waldemar Doe ließ es nicht fahren wo blieben die feurigen Pferde im Stalle die alten silbernen und goldenen Geräte im Schrank und in der Truhe die Kühe auf dem Felde Haus und Hof ja, sie mussten schmelzen schmelzen im Goldtiegel und sie brachten doch kein Gold leer wurde es in der Scheune und in der Vorratskammer im Keller und auf dem Boden je weniger Diener, desto mehr Mäuse eine Scheibe zersprang eine andere zerbrach ich brauchte nicht mehr durch die Türen hinein zu gehen sagte der Wind wo der Schornstein raucht da kocht das Essen der Schornstein rauchte zwar doch er verschlank alle Mahlzeiten um das rote Gold ich blies durch das Burgtor wie ein Wächter, der ins Hörn stößt aber sie hatten keinen Wächter sagte der Wind ich drehte den Wetterhahn auf dem Dachfierst, das er knarrte wie der Wächter, der im Turme schnarcht allein dort war kein Wächter da waren nur Ratten und Mäuse Armut deckte den Tisch Armut saß im Kleiderschrank und in der Speisekammer die Türen fielen aus den Angeln und bekamen Spalten und Risse ich ging ungehindert aus und ein sagte der Wind daher weiß ich so gut Bescheid in Rauch und Asche in Sorgen und schlaflosen Nächten ergraute das Haar am Kinn und Stirn wurde die Haut gelb und welk das Auge gierig nach Gold dem ersehnten Gold ich blies im Rauch und Asche in die Augen und in den Bad Schulden kamen statt Gold ich sank durch die zerbrochenen Scheiben und die offenen Spalten ich blies in die Schlafkammer der Töchter wo ihre Kleider lagen zertragen und verblichen und noch immer mussten sie aushalten das Lied war den Kindern nicht an der Wiege gesungen das Herrenleben wurde ein kümmerliches Leben ich allein sank jetzt noch laut auf dem Schlosse ich trieb den Schnee zu ihnen hinein das wärmt sagt man Feuerholz hatten sie nicht der Wald war gefällt woher sollten sie es nehmen es war klingender Frost ich schwank mich durch Schalllöcher und Spalten über Giebel und Mauerwerk um mich geschmeidig zu halten drinnen lagen die adeligen Töchter in den Betten um sich zu wärmen und der Vater deckte sich mit einem Felle zu nichts zu beißen und zu brennen das ist das Herrenleben hu hu lass fahren allein dazu konnte Herr Doe sich nicht entschließen auf dem Winter folgt der Frühling sagte er auf schlechte Zeiten folgen gute Tage allein sie ließen auf sich warten ja warten jetzt ist der Hof verpfändet jetzt ist es die höchste Zeit jetzt muss das Gold kommen ja Ostern ich hörte ihn vor dem Netze der Spinne murmeln du flinker kleiner Weber du lehrst mich aushalten zerreißt dein Netz so beginnst du wieder von Neuem um es zu vollenden wieder zerreißt es und wieder fängst du von Neuem an von Neuem von Neuem das ist's was man muss dann lohnt es sich es war am Ostermorgen die Glocken läuteten die Sonne leuchtete am Himmel in Fieberhitze hatte Waldemar Doe gewacht gekocht und gekühlt gemischt und destilliert ich hörte ihn in stumpfer Verzweiflung seufzen ich hörte ihn beten ich merkte dass er den Atem anhielt die Lampe war erloschen er merkte es nicht ich blies in die rötliche Glut der Kohlen sie flammte in sein kreideweisses Gesicht das es rot schimmerte die Augen lagen tief in ihren Höhlen allein nun wurden sie starr starr als wollten sie die Höhlen zersprengen sieh das alchemistische Glas es blinkt darin wie es glüht rein und schwer erhob es mit zitternder Hand empor und rief mit bebender Stimme Gold! Gold! ihn schwindelte ich hätte ihn umblasen können sagte der Wind aber ich blies nur in die glühenden Kohlen folgte ihm durch die Türen dorthin wo seine Töchter froren sein Rock war voll Asche und sie hing ihm in Bart und Haar er richtete sich hoch empor und erhob seinen köstlichen Schatz in dem zerbrechlichen Glase gefunden! gefunden! Gold! Gold! rief er und hielt ihnen das Glas hin das hell in der Morgensonne blinkte aber die Hände zitterten das Glas fiel hin und zersprang in tausend Stücke und zersprungen war seine Hoffnung letzte Blase huu fahre hin und ich fuhr von des Goldmachers Hof erst spät im Jahre in den kurzen Tagen wenn die Nebelschleier kommen und große Tropfen sich an die roten Beeren und die blattlosen Zweige hängen kam ich in fröhlicher Laune und räumte ein wenig auf ich wehte den Himmel klar und zerbrach die morschen Äste es ist zwar keine große Arbeit allein sie will getan sein auf Borreby Hof bei Waldemar Doe wurde auch aufgeräumt aber in anderer Weise sein Feind Oven Rammel von Basnes kam mit dem aufgekauften Schuldschein über Haus und Hof ich trommelte auf den zerbrochenen Scheiben schlug die verfallenen Türen zu und pfiff durch Risse und Spalten mein lautes hui Herrn Oven sollte die Lust vergehen hier zu bleiben Ida und Anna Dorothea weinten heiße Tränen Johanna stand stolz und bleich und biss sich in den Daumen dass er blutete das konnte viel helfen Oven Rammel erlaubte Herrn Doe seine alten Tage auf dem Hofe zuzubringen allein niemand wusste ihm Dank dafür ich beobachtete es genau ich sah den besitzlosen Herrn sein Haupt emporheben und sich stolzer aufrichten da fuhr ich in einem heftigen Stoß über den Hof in die Lindenbäume dass der stärkste Ast brach und der war nicht borsch er lag vor dem Tor wie ein Kehrbesen falls jemand auskehren wollte und es wurde ausgekehrt ich hatte es mir gedacht das war ein harter Tag eine unbeugsame Stunde allein sie hielten sich stark denn das Herz war hart und der Nacken steif nichts nahmen sie mit sich fort außer den Kleidern an ihren Körper nur das alchemistische Glas konnten sie nicht lassen das erst kürzlich gekauft und mit den Trümmern gefüllt war die man auf dem Estrich zusammen gescharrt hatte den Trümmern jenes Schatzes der so viel versprochen aber nichts gehalten hatte Waldemar Doe verwahrte es auf seiner Brust nahm seinen Stock in die Hand und der einst so reiche Herr ging mit seinen drei Töchtern fort fort von Borebihof ich kühlte seine heißen Wangen ich streichelte seinen grauen Bart und sein langes weißes Haar und sang so gut ich es verstand hu hu fahre hin fahre hin das war das Ende der Pracht und Herrlichkeit Ida und Anna Dorothea gingen an seiner Seite Johanna wendete sich in der Tür noch einmal um was konnte es nützen das Glück wendete sich doch nicht sie sah nach den roten Steinen aus Mark Sticks alter Burg dachte sie an seine Töchter die Älteste nahm die Jüngste bei der Hand und zogen weit dahin ins ferne Land dachte sie an das Lied hier waren es ihrer drei und der Vater sie gingen auf der Straße dahin wo sie einst in goldener Kutsche gefahren waren sie gingen betteln mit dem Vater bis Mitstrups Feld wo sie eine verfallene Lehmhütte für 10 Mark jährlich gemietet hatten das war der neue Herrensitz und leer waren die Betten und leer die Schränke Krähen und Dohlen flogen über das Dach und schrien wie zum Spott aus dem Nest aus dem Nest hinaus hinaus wie die Vögel im Wald zu Borreby geschrien hatten als er gefällt wurde Herr Doh und seine Töchter vernahmen es wohl doch ich blies laut um ihre Ohren es war nicht wert darauf zu hören so zogen sie in das verfallene Haus ein und ich fuhr davon über Moor und Feld durch nackte Hecken und kahle Wälder nach dem weiten Meer nach fernen Ländern hu hu fahre hin fahre hin Jahr für Jahr und wie er ging es Waldemar Doh und seinen Töchtern der Wind erzählt die letzte von allen die ich sah war Anna Dorothea die bleiche Hyazinthe sie war alt und gebeugt denn es war ein halbes Jahrhundert später sie lebte am längsten sie kannte der anderen Schicksal weit drüben über der Heide bei der Stadt Wieborg lag der neue stattliche Hof des Dompropstes mit roten Mauern und zackigem Giebel fett kam der Rauch aus dem Schornstein die gütige Frau und die lieblichen Töchter saßen in dem Erkerzimmer und sahen auf den hängenden Boxdorn im Garten und über die braune Heide wonach sahen sie sie sahen nach dem Storchnest dort droben auf dem baufälligen Hause auf dem verfallenen Dache wuchsen Moos und Hauslauch soweit es nicht von dem Neste des Storches bedeckt war und der hielt sein Nest instand er allein tat seine Pflicht es war ein Haus zum Ansehen nicht zum Anrühren ich musste behutsam dahin fahren sagte der Wind um des Storches willen durfte das Haus stehen bleiben das alte Gerümpel auf der Heide den Storch wollte der Dompropst nicht verjagen deshalb blieb das Haus des Verfalls stehen und das arme Weib konnte fernhindrin wohnen es konnte sich dafür bei den ägyptischen Vogel bedanken oder war es der Dank weil es einst im Walde zu Borebi für das Nest seines wilden schwarzen Bruders gebeten hatte damals war es das alte arme Weib ein junges Mädchen eine feine bleiche Hyazinthe in dem adligen Blumengarten sie erinnerte sich dessen wohl sie Anna Dorothea oh oh ja die Menschen können seufzen wie der Wind wenn er durch Schilf und Rohr fährt oh keine Glocken läuteten über dein Grab Waldemar Doe die armen Schulknaben sangen nicht als Borebis ehemaliger Herr ins Grab gelegt wurde oh alles nimmt ein Ende auch das Elend Ida wurde die Frau eines Bauern das war für den Vater die härteste Prüfung der Tochter Mann ein armer Leibeigner der von dem Gutsherrn verdammt werden konnte auf dem hölzernen Esel zu reiten nun ist ihm wohl unter der Erde und dir auch Ida ach ja ach ja aber noch ist es mit mir nicht vorbei mit mir armen Bettler mir altem Weibe erlöse mich du reicher Gott das war Anna Dorotheas Bitte in dem elenden Hause das um des Storches Willen stehen bleiben durfte der mutigsten Schwester nahm ich mich an sagte der Wind sie wollte durch ihre Hände Arbeit ihr Brot verdienen und sie schnitt sich die Kleider zurecht die sie schon in Gedanken getragen hatte in Männertracht verdingte sie sich bei einem Schiffer sie war wortkarg und verdrossen in ihrem Wesen aber willig in ihrer Arbeit nur klettern konnte sie nicht und eines Tages blies ich sie über Bord ehe jemand wusste dass es ein Frauenzimmer war und das war wohlgetan sagte der Wind es war ein Ostermorgen wie damals als Waldemar Doe glaubte das rote Gold gefunden zu haben da hörte ich zwischen den rissigen Wänden unter dem Storchenneste ein frommes Lied singen Anna Dorotheas letzten Gesang es war keine Scheibe nur ein Loch in der Wand die Sonne stieg wie ein goldener Ball empor und schaute zu ihr hinein das war ein Glanz und ihre Augen brachen ihr Herz stand still und es wäre geschehen auch wenn die Sonne sie nicht beschienen hätte der Storch gab ihr Schutz bis zu ihrem Tode ich sank an ihrem Grabe sagte der Wind und ich sank auch an ihres Vaters Grab ich weiß wo sie ruhen es weiß sonst niemand neue Zeiten andere Zeiten alte Landstraßen werden zu umschlossenen Feldern eingefriedigte Gräber zu offenen Straßen und bald kommt der Dampf und führt seine Wagenreihen brausend über die Gräber die vergessen sind wie die Namen der Toten die dort ruhen hu hu fahre hin fahre hin das ist die Geschichte von Waldemar Doe und seinen Töchtern erzählt sie besser wenn ihr es könnt sagte der Wind und drehte sich weg war er Ende von Der Wind erzählt von Waldemar Doe und seinen Töchtern aufgenommen von Renate Berger Heidelberg Abschnitt 6 von Andersens Märchenergänzungsband Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Roland Illig Andersens Märchenergänzungsband von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Kapitel 6 Turmwächter Ole In der Welt geht alles auf und ab und ab und auf Nun kann ich nicht höher kommen sagte der Turmwächter Ole Auf und ab und ab und auf so geht's mit den meisten Im Grunde werden wir alle zuletzt Turmwächter und betrachten das Leben und die Dinge von oben her So sprach Ole auf dem Turm Mein Freund, der alte Wächter Ein vergnügter, gesprächiger Alter Der alles herauszusagen schien und doch so viele ernsthafte Dinge auf seinem Herzensgrunde verwahrt hielt Ja, er war guter Leutekind Er sollte sogar der Sohn eines Konferenzrates sein oder er könnte es gewesen sein Er hatte studiert, er war Hilfslehrer und Hilfsküster gewesen Aber was konnte das helfen? Er wohnte bei dem Küster und sollte alles frei haben Jung und schön war er damals Er wollte, wie man so sagt, für seine Stiefel Wichse haben Aber der Küster wollte ihm nur Schmiere geben und deshalb gerieten sie aneinander Der eine sprach von Geiz, der andere von Eitelkeit Die Wichse wurde der schwarze Grund ihrer Feindschaft und deshalb trennten sie sich Aber was er von dem Küster forderte, forderte er auch von der Welt Er verlangte Wichse und er hielt immer nur Schmiere Deshalb ging er aus der Gemeinschaft der Menschen fort und wurde Einsiedler Aber eine Einsiedelei mit Lebensunterhalt findet sich inmitten einer großen Stadt nur auf einem Kirchturm Dort stieg er hinauf und rauchte seine Pfeife auf seinen einsamen Gängen Er schaute hinab und schaute hinauf, dachte dabei nach und erzählte auf seine Weise was er sah und nicht sah, was er in Büchern und in sich las Ich gab ihm häufig zu lesen, es waren gute Bücher und an dem Umgang soll man ja einen Menschen erkennen Er hielt nicht viel von den englischen Gouvernanten Romanen und ebenso wenig von den französischen, die, wie er sagte, aus Zugwind und Rosinenstängeln zusammengebraut wären Nein, Lebensbeschreibungen wollte er haben und Bücher über die Wunder der Natur Ich besuchte ihn wenigstens einmal im Jahre, gewöhnlich gleich nach Neujahr Er hatte dann immer eins oder das andere, woran sich seine Gedanken beim Jahreswechsel knüpften Ich will von zwei Besuchen erzählen und seine eigene Art wiedergeben, so gut ich es kann Der erste Besuch Unter den Büchern, die sich das letzte Mal Ole geliehen hatte, war ein Buch über Geröllsteine das ihn besonders angesprochen und angeregt hatte Ja, es sind wahre Jubelkreise, diese Geröllsteine, sagte er Und an ihnen geht man gewöhnlich gedankenlos vorbei Ich selbst tat es auf dem Felde und an dem Strande, wo sie in großer Menge liegen Da tritt man achtlos auf Pflastersteine, diese Trümmer aus einer der allerältesten Lebensperioden Ich selbst habe es getan Nun hat jeder Pflasterstein meine Hochachtung Vielen Dank für das Buch Es hat mich erfüllt, viele alte Gedanken und Gewohnheiten beiseite geschoben und mich begierig gemacht, mehr von solchen Dingen zu lesen Der Roman der Erde ist doch der merkwürdigste von allen Romanen Schade, dass man nicht die ersten Kapitel lesen kann Sie sind in einer Sprache geschrieben, die wir nicht gelernt haben Man muss in den Erdschichten lesen, in den Kieselsteinen, in allen Erdperioden Und die handelnden Personen, Herr Adam und Frau Eva, treten erst im sechsten Kapitel auf Das ist für manche Leser sehr spät Sie wollen sie sofort haben Mir ist es gleich Es ist ein höchst märchenhafter Roman und wir alle spielen eine Rolle in ihm Wir kribbeln und krabbeln und bleiben an derselben Stelle Aber die Erdkugel dreht sich, ohne das Weltmeer über uns auszugießen Die Kruste, auf der wir gehen, hält zusammen, dass wir nicht hindurchfallen Es ist eine Geschichte durch Millionen von Jahren mit fortschreitender Entwicklung Dank für das Buch über die Geröllsteine Es sind Kerle, die zu erzählen hätten, wenn sie nur könnten Ist es nicht lustig, einmal so ganz anders nichts gemahnt zu werden, wenn man so hoch sitzt wie ich Und sich daran erinnern zu lassen, dass wir alle, selbst die mit Wichse, nur flüchtige Ameisen auf einem Erdhaufen sind Wenn auch Ameisen mit Ordensbändern, Ameisen von Bedeutung und Gewicht Man fühlt sich so merkwürdig jung an der Seite dieser ehrwürdigen, Millionen von Jahren alten Geröllsteinen Ich las am Neujahrsabend in dem Buch und war so vertieft, dass ich mein gewöhnliches Vergnügen in der Neujahrsnacht Das wilde Heer nach Amar ziehen zu sehen vergaß Ja, das kennen sie wohl noch nicht Der Ritt der Hexen auf dem Besenstiele ist bekannt genug Sie ziehen in der Walpurgisnacht nach dem Blocksberg Aber wir haben auch ein wildes Heer und das zieht in der Neujahrsnacht nach der Insel Amar Alle schlechten Dichter und Dichterinnen, alle Komponisten, Zeitungsschreiber und Kunstgrößen, die nichts taugen, reiten in der Neujahrsnacht durch die Luft nach Amar Sie sitzen rittlings auf ihren Pinseln oder Gänsekielen Die Stahlfeder kann sie nicht tragen, sie ist zu steif Ich sehe sie, wie gesagt, in jeder Neujahrsnacht Die meisten könnte ich mit Namen nennen, aber es verlohnt sich nicht, sich bei ihnen aufzuhalten Auch lieben sie es nicht, dass das Volk von ihrer Amarfahrt auf dem Gänsekiel erfährt Ich habe eine Art Geschwisterkind Sie ist Fischfrau und liefert, wie sie sagt, die Schimpfwörter für drei angesehene Zeitungen Sie ist als geladener Gast dabei gewesen, wurde aber hinausgetragen, da sie vom Gänsekiel nichts hielt und nicht reiten konnte Sie hat es selbst erzählt Freilich ist die Hälfte von dem, was sie sagt, erlogen, aber die Hälfte genügt schon Als sie mit draußen war, begannen sie mit Gesang Jeder der Anwesenden hatte Verse geschrieben und jeder sang seine eigenen, denn die wären die besten Es klang wie ein Lied, es war überall dieselbe Melodie Dann marschierten sie in kleinen Kameradschaften auf Diejenigen, welche nur durch ihr Maulwerk wirken, waren die großen, tönenden Glocken, an die alles gehängt wird Es folgten die Trommelschläger, die alles in den Familien austrommeln Bekanntschaften wurden mit denjenigen geschlossen, die schreiben, ohne ihren Namen darunter zu setzen Das will hier sagen, die Schmiere für Wichse geben Da war der Büttel mit seinem Knecht und die Knechte waren am schärfsten, sonst wären sie nicht beachtet worden Da war der gute Dreckfeger, der in den Kisten und Kasten wühlt und alles gut, sehr gut, ausgezeichnet findet Mitten in dieser Lustbarkeit, denn das musste es sein, schoss aus einer Grube ein Stängel, ein Baum, eine ungeheure Blume, ein großer Pilz, ein ganzes Dach hervor Es war die Schlaraffenstange der geärten Versammlung, die alles trug, was sie im alten Jahre der Welt beschert hatten Dann wurde Gegenstände suchen gespielt Die kleinen Dichter spielten Herzensuchen, die Witzigen sagten Fair suchen, Geringeres wurde nicht geduldet Die Witze schallten, als würfe man leere Töpfe gegen die Türen oder Töpfe mit Schutt und Asche Das wäre höchst lustig gewesen, sagte mein Geschwisterkind Eigentlich sagte sie noch viel mehr, das zwar sehr boshaft, aber auch sehr lustig war Ich sage es nicht, man soll mit zu den guten Menschen halten und nicht zu den Lästerzungen Sie sehen nun, dass es sehr interessant ist, in jeder Neujahrsnacht aufzupassen und das wilde Heer vorüberfliegen zu sehen Wenn man so gut wie ich über ihr Fest da draußen Bescheid weiß Vermisse ich in einem Jahr einzelne, so sind dafür andere hinzugekommen Aber diesmal versäumte ich, mir die Gäste anzusehen Ich rollte auf den Geröllsteinen dahin, rollte durch Millionen Jahre und sah die Felsblöcke droben im Nordland sich lösen und krachend niederstürzen Sah sie auf den Eisbergen umhertreiben, lange bevor die Arche Noas gezimmert wurde Sah sie auf den Grund sinken und auf einer Sandbank wieder hervorkommen, die aus dem Wasser ragte und sagte Das soll Seeland werden Ich sah sie Nistplätze für Vogelarten werden, die wir nicht mehr kennen Sah sie als Wohnstätte für wilde Häuptlinge, die wir auch nicht mehr kennen Bis auf wenige, die mit ihrer Axt ruhenden Zeichen in die Felsblöcke gruben und daher für die Zeitrechnung in Betracht kommen können Aber ich kam ganz aus ihr heraus Da fielen drei, vier schöne Sternschnuppen Sie leuchteten auf und die Gedanken erhielten eine andere Richtung Sie wissen doch, was eine Sternschnuppe ist? Das wissen die Gelehrten sonst nicht Ich habe so meine eigenen Gedanken darüber Wie häufig wird der Dank oder der Segenswunsch in aller Heimlichkeit über den ausgesprochen, der irgendetwas Gutes und Schönes getan hat? Wie häufig ist er lautlos? Aber sie fallen nicht zur Erde Ich denke mir, dass der Sonnenschein sie auffängt und die Sonnenstrahlen den stillen heimlichen Dank über des Wohltäters Haupt herabwerfen Und es ist ein ganzes Volk, das für Jahre seinen Dank abträgt Dann kommt er wie ein Blumenstrauß, fällt er nieder wie eine Sternschnuppe auf des Wohltäters Grab Es ist für mich eine wahre Freude, wenn ich, besonders in der Neujahrsnacht, Sternschnuppen sehe und herausfinde, wem dieser Danksagungsstrauß wohl gelten kann Kürzlich fiel eine leuchtende Sternschnuppe im Südwesten nieder Ein Dank für viele, viele Wem konnte sie gelten? Sie fällt sicherlich, dachte ich, aufs Kränten an der Flensburger Förde nieder, wo der Danebrook über den Gräbern von Schleppergrill, Glossow und den gefallenen Kameraden weht Eine andere fiel mitten im Lande nieder Sie fiel auf so rö, als ein Strauß für Holbergs Sarg Als ein später Dank von so vielen, als ein Dank für die herrlichen Lustspiele Es ist ein großer Gedanke, ein lieber Gedanke, zu wissen, dass auf unser Grab einst eine Sternschnuppe fällt Aber auf mein Grab wird keine fallen Kein Sonnenstrahl wird mir einen Dank bringen Denn mir hat niemand etwas zu danken Ich bekomme keine Wichse, sagte Ole Es ist mein Doos in der Welt, nur Schmiere zu bekommen Der zweite Besuch Es war wieder Neujahrstag, als ich auf den Turm stieg Ole erzählte von den Gläsern, die beim Übergang vom alten Tropfen zum neuen Tropfen, wie er die Jahre nannte, gelehrt würden So erhielt ich seine Geschichte über die Gläser und der Gedankengang war folgender Wenn die Neujahrsglocke 12 schlägt, so erheben sich die Menschen am Tische mit einem vollen Glas und trinken auf ein glückliches neues Jahr Man beginnt das Jahr mit den Gläsern in den Händen Das ist ein guter Anfang für die Trinker Man beginnt das Jahr damit, zu Bett zu gehen Das ist ein guter Anfang für die Faulenzer Der Schlaf soll wohl im Laufe des Jahres eine große Rolle spielen und die Gläser ebenfalls Wissen Sie, was in den Gläsern wohnt? fragte er Ja, darin wohnen Gesundheit, Freude und Ausgelassenheit Darin wohnen Verdruss und bitteres Unglück Wenn ich die Gläser aufzähle, zähle ich natürlicherweise die Wirkungen der Gläser auf die verschiedenen Menschen auf Siehst du, das erste Glas ist das Glas der Gesundheit In ihm wächst das Kraut der Gesundheit Stecke es in das Gebild deines Hauses und am Ende des Jahres kannst du in der Laubhütte der Gesundheit sitzen Nimmst du das zweite Glas? Ja, so fliegt aus ihm ein kleiner Vogel heraus, der so froh und schuldig zwitschert, dass der Mensch lauscht und mitsingt Das Leben ist so schön, wir wollen keine Kopfhänger sein, fröhlich weiter Aus dem dritten Glase erhebt sich ein kleiner geflügelter Bursche Einen Engel kann man ihn wohl nicht nennen, denn er hat Koboldhut und Koboldsinn Nicht um zu scherzen, sondern um Possen zu treiben Er setzt sich hinter unser Ohr und flüstert dir einen lustigen Einfall zu Er legt sich auf unsere Herzgrube und macht uns warm, sodass wir ausgelassen ein witziger Kopf nach der anderen Köpfe Urteil werden In dem vierten Glase ist weder Kraut noch Vogel noch Bursche Es enthält den Gedankenstrich des Verstandes und über den Strich soll man niemals gehen Nimm das fünfte Glas und du weinst über dich selber Wirst so lustig und so gerührt oder es macht sich auf andere Weise Luft Aus dem Glase springt mit einem Knall Prinz Karneval, leicht fertig und ausgelassen Er zieht dich mit und du vergisst deine Würde, wenn du sie besitzt Du vergisst mehr, als du vergessen sollst und darfst Alles ist Tanz, Sang und Klang Die Masken reißen dich mit Des Teufels Töchter kommen in Flor und Seide Mit aufgelöstem Haar und schönen Gliedern Reiß dich los, wenn du kannst Das sechste Glas Ja, in ihm sitzt der Satan selbst Ein kleines, schön gekleidetes, geschwätziges, einnehmendes, höchst gemütliches Männchen Welches dich vollständig versteht Die in allem Recht gibt Es ist dein eigenes Ich Er kommt mit einer Laterne und geht mit dir an deiner Seite nach Hause Es gibt eine alte Legende von einem Heiligen, der eine von den sieben Todsünden wählen sollte Er wählte, wie er meinte, die geringste Die Trunksucht Und in ihr beging er alle anderen sechs Sünden Der Mensch und der Teufel vermischen ihr Blut in dem sechsten Glas Und es lässt alle bösen Geister in dir los Jeder erhebt sich mit einer Kraft, die dem biblischen Senfkorn gleicht Das zu einem Baum wurde und die ganze Erde beschattete Und die meisten können dann nichts anderes tun, als sich in der Jungmühle wieder Jung malen zu lassen Das ist die Geschichte der Gläser, sagte der Turmwächter Ole Und die kann man sowohl mit Wichse wie mit Schmiere erzählen Ich erzähle sie mit beiden Dingen Das war der zweite Besuch bei Ole Wenn du mehr hören willst, so musst du die Besuche fortsetzen Ende von Turmwächter Ole Aufgenommen von Roland Illig, Hamburg Abschnitt 7 von Andersens Märchen Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Fritz Saviera Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Anne Lisbeth Anne Lisbeth war wie Milch und Blut Jung und vergnügt Sie war schön von Gestalt Die Zähne schimmerten so weiß Die Augen blitzten so hell Die Füße waren leicht im Tanz Und ihr Sinn war noch leichter Wozu konnte das führen? Der leidige Junge Ja Schön war er nicht Er wurde zu des Totengräbers Frau ausgetan Anne Lisbeth aber kam auf das gräfliche Schloss Saß in schöner Stube Und trug Kleider von Samt und Seide Nicht ein Lüftchen durfte sie berühren Niemand ihr ein hartes Wort sagen Es hätte ihr schaden können Und das durfte nicht geschehen Sie nährte das gräfliche Kind Es war fein wie ein Prinz Schön wie ein Engel Wie liebte sie das Kind Aber ihr eigenes Ja Das war in dem Hause des Totengräbers Wo der Topf nicht überkochte wohl aber der Mund Und oft war niemand daheim Der Junge weinte Aber was niemand hört Das rührt auch niemand Und er weinte sich in den Schlaf Und im Schlaf fühlt man weder Hunger noch Durst Oh Der Schlaf ist eine gute Erfindung Mit den Jahren Ja Im Laufe der Zeit schießt das Unkraut auf Wie man zu sagen pflegt So schoss auch Anne Lisbeths Junge auf Und doch War er von untersetztem Wuchs Er verwuchs ganz und gar mit der Familie Die ihn für Geld aufgenommen hatte Anne Lisbeth war ihn für immer los Sie lebte in der Stadt Saß gut und warm Und trug einen Hut wenn sie ausging Aber zu der Totengräberfamilie ging sie niemals Sie wohnte so weit von der Stadt Und sie hatte dort auch nichts zu tun Der Junge gehörte zur Familie Und da er seinen Teil mochte wie sie sagten Sollte er seine Beköstigung selbst verdienen Und deshalb hütete er matt Jensens rote Kuh Das verstand er Und er wußte mit dem Tier umzugehen Der Kettenhund sitzt auf dem Hofplatz Des Edelsitzes im Sonnenschein Stolz auf seinem Hause Und bellt jeden an der vorüber geht Aber bei Regenwetter Kriecht er hinein und liegt trocken und warm Anne Lisbeths Junge saß bei Sonnenschein am Grabenrand Und schnitzte Tüderpflöcke Im Frühjahr dachte er an drei blühende Erdbeerstauden Er meinte, daß sie Früchte ansetzen müßten Und das war sein frohester Gedanke Aber sie brachten keine Früchte In Regen und Nebel saß er da Wurde nass bis auf die Haut Und der scharfe Wind trocknete ihm das Zeug wieder am Leibe Kam er auf den Hof So wurde er gestoßen und geschlagen Er war hässlich und widerwärtig Sagten die Mägde und Knechte Er war es gewöhnt Niemand liebte ihn Wie ging es Anne Lisbeths Jungen? Wie sollte es ihm gehen? Es war sein Los, von niemand geliebt zu werden Von festem Land über Bord geworfen ging er zur See auf ein elendes Schiff Er saß am Steuerruder, während der Schiffer trank Schmutzig und hässlich war er Verfroren und gefräßig Man mußte glauben, daß er niemals satt gewesen wäre Und er war es auch nie Es war raues, nasses, stürmiges Wetter Der Wind schnitt eisig durch die dicken Kleider Besonders auf dem Meere Und doch stach ein elendes Schiff mit einem Segel Und zwei Mann Besatzung ins See Ja, eigentlich waren es nur anderthalb Mann Der Schiffer und sein Knecht Dämmerig war es den ganzen Tag gewesen Nun wurde es finster Es war schneidende Kälte Der Schiffer nahm einen Schnaps Das wärmt den Magen Flasche und Glas waren alt Der Fuß des Glases war abgebrochen Und es hatte, um stehen zu können Einen blau angestrichenen, roh geschnittenen Holzklotz erhalten Ein Schnaps täte gut Zwei täten besser, meinte der Schiffer Der Schiffsjunge saß am Steuerruder Und hielt es mit seinen harten, therigen Händen fest Hässlich war er Das Haar war struppig Der Körper klein und verkrüppelt Es war der Sohn des Totengräbers Aber nach dem Kirchenbuch War er Anne Lisbeths Kind Der Wind fuhr auf seine Weise dahin Das Schiff fuhr auf seine Weise dahin Die Segel waren geschwellt Der Wind hatte sie gefasst Es ging in fliegender Fahrt Rau, nass war es ringsumher Allein, es konnte noch schlimmer kommen Halt! Was war das? Was stieß? Was sprang? Was drang in das Schiff ein? Es drehte sich um sich selbst Kam ein Wolkenbruch Erhob sich eine Sturzsee Der Junge am Steuerruder schrie laut In Jesu Namen! Das Schiff war auf ein mächtiges Felsenriff geraten Und sank wie ein alter Schuh in einem Wasserloche Es sank mit Mann und Maus, wie man zu sagen pflegte Und Mäuse waren an Bord Aber nur anderthalb Mann Der Schiffer und des Totengräbers Junge Niemand sah es Außer den schreienden Möwen und den Fischen in der Tiefe Ja, auch diese sahen es nicht genau Denn sie fuhren erschreckt zurück Als sich das Wasser brausend in das Schiff ergoss Es sank Kaum einen Faden stand es unter Wasser Begraben waren die beide Begraben und vergessen Nur das Glas mit dem blau angestrichenen, hölzernen Fuß sank nicht Der Holzfuß hielt es oben Das Glas trieb davon, um abzubrechen oder an die Küste gespült zu werden Wo und wann? Ja, das hat nun nicht mehr viel zu bedeuten Nun hatte es ausgedient und es war geliebt worden Das war nicht der Fall bei Anne Lisbeths Sohn Doch im Himmelreiche wird keine Seele sagen können Niemand liebte mich Anne Lisbeth lebte in der Stadt schon viele Jahre Sie wurde gnädige Frau genannt Und warf sich stolz in die Brust Wenn sie von alten Erinnerungen erzählte Von ihrer gräflichen Zeit Als sie in einer Kutsche fuhr Und mit Gräfinnen und Baronessen sprach Ihr süßes Grafenkind War der reizendste Engel Gottes Die liebste Seele Er hatte sie geliebt Und sie ihn Sie hatten sich geküsst und geliebkusst Er war ihre Freude Ihr halbes Leben Nun war er groß War vierzehn Jahre War gelehrt und schön Sie hatte ihn nicht wieder gesehen Seit sie ihn auf dem Arme trug Sie war seit vielen Jahren nicht wieder auf dem gräflichen Schloss gewesen Es war eine weite Reise bis dahin Ich muss es einmal wahrnehmen Sagte Anne Lisbeth Ich muss zu meiner Herrlichkeit Zu meinem süßen Grafenkind Ja, es verlangt gewiss nach mir Denkt an mich Liebt mich noch wie damals Als es mit seinen Engelsarmen an meinem Halse hing und stammelte Anließ Das klang wie Geigenton Ja, ich muss es wahrnehmen und ihn wiedersehen Sie fuhr mit dem Kälberwagen Sie ging zu Fuß bis sie zum gräflichen Schloss kam Es war groß und leuchtete wie eins Und der herrliche Garten umgab es wie damals Aber die Leute im Schlosse waren ihr alle fremd Nicht eine wußte etwas von Anne Lisbeth Nicht einer wußte, was sie einst hier bedeutet hatte Das würde ihnen schon die Gräfin und ihr süßes Kind sagen Wie sehnte sie sich nach ihm Nun war Anne Lisbeth hier Lange mußte sie warten Und beim Warten wird die Zeit gar lang Ehe die Herrschaft zu Tische ging Wurde sie zur Gräfin befohlen Und gar freundlich aufgenommen Ihren süßen Knaben sollte sie nach Tische sehen Und deshalb wurde sie wieder herein befohlen Wie groß war er geworden Wie lang und schmächtig Aber die reizenden Augen und den Engelmund hatte er noch Er sah sie an und sagte kein Wort Er kannte sie gewiss nicht mehr Er wandte sich um und wollte gehen Aber da nahm sie seine Hand und drückte sie an ihren Mund Schon gut, schon gut, sagte er Und dann ging er aus dem Zimmer Er, der ihr liebster Gedanke war Den sie geliebt hatte und innig liebte Der ihr ganzes Erdenglück war Anne Lisbeth ging aus dem Schlosse auf die offene Landstraße hinaus Sie war traurig Er war so fremd gegen sie gewesen Hatte keinen Dank Nicht ein Wort für sie gehabt Er, den sie einst Tag und Nacht getragen hatte Und den sie noch immer im Herzen trug Da ließ sich ein großer, schwarzer Rabe Vor ihr auf der Landstraße nieder Der krächzte und krächzte Ei, sagte sie Was willst du, alter Unglücksvogel Sie kam bei dem Hause des Totengräbers vorbei Die Frau stand in der Tür Und deshalb sprachen sie miteinander Du siehst gut aus, sagte die Frau des Totengräbers Du bist dick und rund, dir geht es gut Gott sei's gedankt, sagte Anne Lisbeth Das Schiff ist damals mit ihm untergegangen, sagte die Frau des Totengräbers Der Schiff erlas und der Junge sind beide ertrunken Nun ist zu Ende mit ihnen Und ich hatte gehofft, dass der Junge mir einst mit ein paar Groschen helfen würde Dir kostet er nun nichts mehr, Anne Lisbeth So, er ist ertrunken, sagte Anne Lisbeth Und dann sprachen sie nicht mehr davon Sie war sehr betrübt, dass ihr Grafenkind nicht mit ihr sprechen mochte Die ihn doch liebte und seinetwegen den langen Weg gemacht hatte Das hatte Geld gekostet und die Freude, die sie erfahren hatte, war nicht groß Allein sie sagte kein Wort darüber Sie wollte ihr Herz nicht gegen die Frau des Totengräbers ausschütten Sie könnte ja glauben, dass sie bei der gräflichen Familie nicht mehr im Ansehen stünde Da flog der Rabe wieder krächzend über sie hin Der schwarze Schreier, sagte Anne Lisbeth, hat mich heute schon genug erschreckt Sie hatte Kaffee und Zikore mitgebracht Und sie erwies der Frau des Totengräbers eine Wohltat und gab ihr davon, um einen Kaffee zu machen Anne Lisbeth wollte eine Tasse mittrinken und die Totengräberfrau ging hinaus, ihn zu kochen Anne Lisbeth setzte sich auf einen Stuhl und schlief ein Da träumte ihr seltsam genug von ihm Von dem ihr noch niemals geträumt hatte Ihr träumte von ihrem eigenen Kinder, das hier im Hause gehungert und geschrien hatte Das allen im Wege gewesen und das nun, Gott weiß wo, in dem tiefen Meere lag Ihr träumte, daß sie säße, wo sie saß Und daß des Totengräbers Frau draußen war und Kaffee kochte Sie röchelte den Duft der Bohnen Und in der Tür stände eine liebliche Gestalt So schön wie das Grafen grinned und spräche Nun geht die Welt unter, halte dich an mir fest Denn du bist doch meine Mutter Du hast einen Engel im Himmelreich Halte mich fest Und deshalb griff sie nach ihm Aber da ertönte ein gewaltiges Krachen Es war gewiss die Welt, die auseinanderbarst Und der Engel erhob sich und hielt sie fest an den Ärmeln ihres Hemdes So fest, daß es erschien, als ob sie von der Erde fortgetragen würde Aber da hängte sich plötzlich etwas schwer an ihre Beine Und legte sich schwer auf ihren Rücken Es war, als ob sich hundert Frauen fest an sie klammerten und sagten Solltest du erlöst werden, müssen wir es auch Anhängen, anhängen Und sie hängten sich alle an sie Es wurde Kaffee getrunken Es wurde erzählt Und dann ging Anne Lisbeth nach der nächsten Stadt Um den Frachtfuhrmann anzutreffen Der Vollmond schien Und deshalb wollte Anne Lisbeth gehen Um am nächsten Tage daheim zu sein Die Sonne war untergegangen Die Abendglocken klangen noch Nein, es waren keine Glocken Es waren Peter Ochses Frösche, die in den Sümpfen quakten Nun schwiegen sie Alles war still Kein Vogel ließ sich hören Sie waren alle zur Ruhe gegangen Und die Eulen waren wohl noch zu Hause Lautlos war es im Walde und am Strande, wo sie ging Dass sie ihre eigenen Tritte im Sande hörte Spiegelglatt lag das Meer Es war lautlos über dem tiefen Wasser Stumm waren sie dort unten alle Die Lebenden und die Toten Anne Lisbeth ging dahin und dachte an nichts Wie man zu sagen pflegt Sie hatte sich aller Gedanken entschlagen Aber die Gedanken waren nicht von ihr gewichen Sie gehen niemals von uns fort Sie schlummern nur Die lebendig gewordenen Gedanken, die sich wieder gelegt haben Und auch diejenigen, die sich noch nicht geregt haben Aber die Gedanken kommen schon herauf Sie können sich in unserem Herzen regen In unserem Kopfe Und uns auch plötzlich überfallen Wohltun bringt Segen, steht geschrieben Die Sünde ist der Leute verderben, steht ebenfalls geschrieben Vieles steht geschrieben Vieles ist gesagt Aber man weiß es nicht Man erinnert sich nicht So ging es auch Anne Lisbeth Aber es kann einem schon aufgehen Es kann schon kommen Alle Laster Alle Tugenden liegen in unserem Herzen In deinem In meinem Sie liegen darin wie kleine Unsichtbare Körner Da kommt von außen ein Sonnenstrahl Die Berührung einer bösen Hand Du wendest es ein wenig nach rechts Oder links Oder links Ja Das kann entscheiden Und das kleine Samenkorn erbebt Es schwillt an Es berstet Und gießt dir seine Säfte ins Blut Und du kommst in Wallung Das sind beängstigende Gedanken Aber man hat keine Wenn man wie im Traume umhergeht Aber sie können sich regen Anne Lisbeth ging wie im Traume Und die Gedanken regten sich Von Lichtmess zu Lichtmess Hat das Herz manches auf seinem Sündenregister Die Rechenschaft über ein ganzes Jahr Viel ist vergessen Sünden in Worten und Gedanken gegen Gott Unser Nächsten und unser eigenes Gewissen Wir denken nicht daran Und das tat Anne Lisbeth auch nicht Sie hatte nicht gegen Gesetz und Recht des Landes verstoßen Sie wußte, dass sie in gutem Rufe stand Für Recht schaffen und ehrbar galt Und wie sie nun am Strand dahin ging Was war das? Was lag dort? Sie stand still Was war angespült worden? Ein alter Männerhut lag dort Wo mag der über Bord gegangen sein? Sie ging näher, blieb stehen und sah ihn an Ei, was liegt dort? Sie fuhr zusammen Und doch war es nichts, worüber man erschrecken konnte Es war Tang und Seegras, das sich um einen großen, länglich runden Stein geschlungen hatte Es sah wie ein Mensch aus Und doch war es nur Seegras und Tang Aber der Schrecken blieb Und indem sie weiter ging, kam ihr so viel in den Sinn Was sie als Kind gehört hatte Der ganze Aberglaube von dem Strandgespenst Der Spukgestalt der Unbegrabenen, die an dem öden Meeresufer angespült liegen Der angespülte Leichnam tut freilich nichts Aber das Strandgespenst folgte dem einsamen Wanderer Hängte sich fest an ihn und verlangte nach einem Kirchhofe getragen Und in christlicher Erde begraben zu werden Anhängen Anhängen, sagte es Und wie Anne Lisbeth für sich das Wort wiederholte Fiel ihr auf einmal der ganze Traum so lebhaft wieder ein Wie die Mütter sich an sie geklammert hatten Mit dem Ausruf Anhängen, Anhängen Wie die Welt versank Ihre Hemdärmel zerrissen Und sie ihr Kind losließ Dass in der Stunde der Verdammung sie emporziehen wollte Ihr Kind, ihr leibliches Kind, das sie niemals geliebt Ja, an das sie nicht einmal gedacht hatte Sie lag nun auf dem Grunde des Meeres Und konnte als Strandgespenst kommen und rufen Anhängen Anhängen Bringe mich in christliche Erde Und indem sie daran dachte Stach die Angst sie in die Fersen Dass sie schneller ging Die Furcht legte sich mit ihrer kalten, feuchten Hand auf ihre Herzgrube Dass sie nah dran war ohnmächtig zu werden Und als sie nun auf das Meer hinaus sah Wurde es dort dichter und dichter Ein schwerer Nebel stieg empor Und legte sich über Büsche und Bäume Da sie ein wunderliches Aussehen erhielten Sie wandte sich Um nach dem Mond zu sehen, der hinter ihr stand Er war wie eine blinde Scheibe Ohne Strahlen Hier war Als hätte sich etwas schweres auf ihre Glieder gelegt Anhängen 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 Dachte sie Und als sie sich wieder wandte Um nach dem Mond zu sehen Glaubte sie Sein weißes Gesicht dicht hinter sich Und den Nebel wie ein weißes Linnen Von ihren Schultern herabhängen zu sehen Anhängen Bring mich in christliche Erde Meinte sie zu hören Und sie hörte auch einen Laut So hohl und seltsam Der konnte nicht von den Fröschen aus dem Sumpfe kommen Nicht von dem Raben und Krähen Denn sie sah ja keine Begrab mich Begrab mich Klang es ganz deutlich Ja Das war das Strandgespenst ihres Kindes Das auf dem Meeresgrunde lag Und nicht eher Frieden finden konnte Bis es auf einem Kirchhof getragen Und ein christliches Begräbnis gefunden hatte Dorthin wollte sie gehen Dort wollte sie es begraben Sie ging in der Richtung wo eine Kirche lag Und es schien ihr Daß die Last leichter würde Und verschwende Da wollte sie wieder umkehren Um auf dem nächsten Wege ihre Wohnung zu erreichen Da packte es sie wieder Anhängen Anhängen Es klang wie das Quaken der Frösche Ein klagender Vogelschrei Es klang so deutlich Begrab mich Begrab mich Der Nebel war kalt und feucht Hand und Gesicht waren kalt und feucht vor Entsetzen Von außen fühlte sie einen Druck Im Innern war ein unendlicher Raum für Gedanken Die sie noch niemals vernommen hatte In einer Frühlingsnacht kann bei uns im Norden der Buchenwald ausschlagen Und in seiner ganzen leuchtenden Pracht im Sonnenlichte des folgenden Tages dastehen In einer einzigen Sekunde kann in unserem Innern die Saat unserer Sünden in Gedanken, Worten und Taten keimen und sich entfalten Die unsere Lebensführung angehäuft hat Sie keimt und entfaltet sich In einer einzigen Sekunde, wenn unser Gewissen erwacht Und Gott, der Herr, erweckt es Wenn wir es am wenigsten erwarten Da gibt es nichts zu entschuldigen Die Toten stehen auf und zeugen Die Gedanken bekommen Worte Und die Worte erschallen deutlich in die Welt hinaus Wir erschrecken über das, was wir in uns getragen und nicht erstickt haben Wir erschrecken über das, was wir im Übermut und in Gedankenlosigkeit getan haben Das Herz umfasst alle Tugenden Aber auch alle Laster Und sie können selbst auf dem unfruchtbarsten Boden gedeihen In einer Lisbeth wogten die Gedanken, die wir hier in Worte gekleidet haben Sie wurde von ihnen überwältigt, daß sie zur Erde sank und eine Strecke weiter kroch Begrab mich, begrab mich, klang es Und am liebsten hätte sie sich selbst begraben, wenn das Grab nur ewige Vergessenheit brächte Das war die ernste Stunde der Erweckung in Angst und Grauen Der Aberglauben trieb ihr Hitze und Kälte ins Blut So vieles, über das sie nimmer reden möchte, kam ihr in den Sinn Lautlos, wie ein Wolkenschatten im hellen Mondlicht Fuhr eine Erscheinung an ihr vorüber, von der sie früher schon gehört hatte Dicht an ihr vorüber jagten vier schnaubende Rosse Das Feuer fuhr ihnen aus Augen und Nasenlöchern Sie zogen eine glühende Kutsche, in welcher der böse Gutsherr saß Der vor mehr als hundert Jahren in dieser Gegend gehaust hatte Jede Mitternachtsstunde, hieß es, fahre er auf sein Gut hinauf und kehre sofort wieder um Er war nicht weiß, wie man es von den Toten sagt Nein, er war schwarz wie eine Kohle, eine ausgebrannte Kohle Er nickte an Elisabeth zu und winkte Anhängen, anhängen, dann kannst du wieder im gräflichen Wagen fahren und ein Kind vergessen Sie beeilte sich noch mehr, um von der Stelle zu kommen und erreichte den Kirchhof Allein die schwarzen Kreuze und die schwarzen Raben gingen vor ihren Augen ineinander Die Raben schrien, wie sie am Tage geschrien hatten Doch nun verstand sie, was sie sagten Ich bin eine Rabenmutter, Rabenmutter, sagte jeder von ihnen Und Anne-Elisabeth wußte, daß das Wort auch ihr galt Sie würde wahrscheinlich in einen solchen schwarzen Vogel verwandelt werden und mußte beständig krächzen, was sie krächzten, wenn sie das Grab nicht graben würde Und sie warf sich zur Erde nieder und grub mit ihren Händen ein Grab in den harten Boden, daß ihr das Blut aus den Fingern sprang Begrab mich, begrab mich, ertönte es fortwährend Sie fürchtete um den Hahnenschrei und den ersten roten Strahl im Osten Denn kamen sie, ehe ihre Arbeit beendet war, so war sie verloren Und der Hahn krähte und im Osten flammte es auf Das Grab war nur halb gegraben Eine eiskalte Hand fuhr ihr über Kopf und Gesicht bis zum Herzen Ein halbes Grab nur, seufzte es, und ein Schatten schwebte fort Zurück auf den Meeresgrund Ja, das war das Strandgespenst Anne-Elisabeth sank ohnmächtig zur Erde Sie hatte weder Gedanken noch Empfindungen Es war heller Tag, als sie wieder zu sich kamen Zwei Männer richteten sie auf Sie lag nicht auf dem Kirchhofe, sondern am Meeresufer Und dort hatte sie vor sich in den Sand ein tiefes Loch gegraben Und ihre Finger an einem zerbrochenen Glase, dessen Stiel in einem blau angestrichenen Holzfuß steckte Sie blutig geschnitten Anne-Elisabeth war krank Ihr Gewissen hatte die Karten des Aberglaubens gemischt Gelegt und herausgelesen, dass sie nur noch eine halbe Seele hätte Die andere Hälfte hätte ihr Kind mit auf den Grund des Meeres genommen Niemals würde sie sich zur göttlichen Gnade emporschwingen Wenn sie nicht den Teil, der im tiefen Wasser zurückgehalten wurde, wiedererlangte Anne-Elisabeth kam nach Hause Aber sie war nicht mehr, was sie gewesen war Ihre Gedanken hatten sich verwirrt, wie sich das Garn verwirrt Nur ein Gedankenfaden lag klar Das Strandgespenst nach dem Kirchhof zu bringen Es in ein Grab zu legen und dadurch ihre ganze Seele zurückzugewinnen Manche Nacht wurde sie im Hause vermisst Und immer fand man sie am Meeresufer, wo sie auf das Strandgespenst wartete So verging ein ganzes Jahr Da verschwand sie wieder eines Nachts Den ganzen folgenden Tag verbrachte man mit vergeblichem Suchen Sie war nicht aufzufinden Als gegen Abend der Küster in die Kirche kam, um den Feierabend einzuläuten Sah er vor dem Altar Anne-Elisabeth liegen Hier war sie seit der frühen Morgenstunde gewesen Ihre Kräfte wollten sie verlassen Aber ihre Augen leuchteten Und ein rötlicher Glanz lag auf ihrem Gesicht Die letzten Sonnenstrahlen fielen auf sie Strahlten über den Altartisch Und die blanken Spangen der Bibel Die bei den Worten des Propheten Joel aufgeschlagen lag Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider Bekehrt euch zum Herrn Das wäre ein Zufall, fügte man Wie so manches zufällig ist In Anne-Elisbeths Antlitz Daß die Sonne beschien, konnte man Frieden und Gnade lesen Ihr wäre nun wohl, sagte sie Sie hatte nun überwunden In der Nacht wäre das Strandgespenst Ihr eigenes Kind bei ihr gewesen und gesagt Du grubst nur ein halbes Grab für mich Aber du hast mich nun Jahr und Tag in deinem Herzen begraben Und dort verwahrt eine Mutter ihr Kind am besten Und deshalb hätte er ihr die verlorene halbe Seele zurückgegeben Und sie in die Kirche geführt Nun bin ich im Hause Gottes, sagte sie Und dort ist man selig Und als die Sonne ganz untergegangen war War Anne-Elisbeths Seele ganz oben Dort, wo keine Furcht ist, wenn man hier ausgerungen hat Und Anne-Elisbeth hatte ausgerungen Ende von Anne-Elisbeth Abschnitt 8 von Andersens Märchen Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Old Zach Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Kapitel 8 Ein Stück Perlenschnur Die Eisenbahn erstreckt sich in Dänemark bis jetzt nur von Kopenhagen nach Corsair Es ist ein Stück einer Perlenschnur, woran Europa so reich ist Die köstlichsten der Perlen heißen Paris, London, Wien, Neapel Doch manch einem bedeuten diese große Städte nicht die schönsten Perlen Er zeigt vielmehr auf eine kleine, unbedeutende Stadt Dort ist seine Heimat Haus Dort wohnen seine Lieben Ja, oft ist es nur ein einziger Hof Ein kleines Haus In grünen Hecken versteckt Nur ein Punkt Der dahin fliegt Während die Eisenbahn vorüberjagt Wie viele Perlen gibt es an der Schnur von Kopenhagen nach Corsair? Wir wollen sechs betrachten, die am meisten Beachtung verdienen Alte Erinnerungen und die Poesie selber geben diesen Perlen einen Glanz, dass sie strahlend vor unseren Augen stehen An dem Hügel, auf dem das Schloss Friedrich VI steht und wo Ölenschläger seine Jugend verlebte Schimmert im Schutze stiller Wälder eine der Perlen Das Heim zwei liebenswürdiger Kreise Man nannte es eine zweite Hütte Philemons und Baukis Hier wohnte Rabeck mit seinem Weibe Kammer Hier, unter ihrem gastlichen Dache, versammelten sich ein Menschenalter hindurch die geistigen Größen aus dem geräuschvollen Kopenhagen Hier war dem Geist ein Heim geschaffen Und nun, sag nicht, ach, welche Veränderung Noch jetzt ist es ein Heim des Geistes Ein Treibhaus für die verkümmerte Pflanze Die Blumenknospe, die nicht kräftig genug war, um sich zu entfalten Umschließt doch, wenn auch verborgen, alle Keime zu Blättern und Früchten Hier scheint die Sonne in eine wohlgehegte Stätte des Geistes und weckt Leben Die Welt ringsum strahlt durch die Augen in die unerforschliche Tiefe der Seele hinein Das Idiotenheim, von der Menschenliebe umschwebt, ist ein heiliger Ort Ein Treibhaus für die verkümmerte Pflanze, die einst in Gottes Blumengarten blühen soll Die Schwächsten im Geiste sind jetzt hier versammelt, wo immer sie größten und stärksten zusammen kamen Ihre Gedanken austauschten und aufwärts schreben Aufwärts lodert jetzt auch die Flamme der Seele in Philemons und Baukis zweiter Hütte Die Stadt der Königsgräber an Roas Quelle, das alte Röskilde, liegt vor uns Die schlanke Turmspitze der Kirche erhebt sich über die niedrige Stadt und spiegelt sich im Issefjord Ein Grab nur wollen wir hier besuchen, betrachte es im Glanze der Perlen Es ist nicht das der mächtigen Unionskönigin Margarete Nein, innerhalb des Friedhofs, an dessen Mauern wir dicht vorüberfliegen, ist das Grab Ein geringer Stein liegt über demselben Der König der Orgel, der Erwecker der dänischen Romanze ruht hier Die alten Sagen werden in unserer Brust zu Melodien Wir vernehmen wieder die klaren Wellenrollen Und es wohnte ein König in Leire Röskilde, du Stadt der Königsgräber Im Glanze deiner Perlen wollen wir das geringe Grab betrachten Wo eine Lyra unter Name Weise in den Stein gehauen sind Nun kommen wir nach Siegerstedt, bei der Stadt Ringstedt Das Flussbett ist seicht, das gelbe Korn wächst dort Wo eins das Boot Haagbarts anlegte Nicht weit von Signes Jungfrauenzwinger Wer kennt nicht die Sage von Haagbart, der an der Eiche hing Und Signelis Käfig, der in Flammen stand Die Sage von der starken Liebe Herrliches Sore umgrenzt von Wäldern Jetzt hat ein stilles Klosterdorf einen Durchblick Zwischen den bemoosten Bäumen erhalten Mit Jugendblick siehst du von der Akademie Über die Seen auf die Weltstraße Und hörst den Drachen der Lokomotive stöhnen Wenn er durch deine Wälder fliegt Sorry, du Perle der Dichtung Du birgst Holbergs Staub in dir Wie ein mächtiger, weiser Schwan Liegt ein Schloss der Gelehrsamkeit am tiefen Waldsee Und schweift zu ihm hinauf unser Auge So schimmert wie eine weiße Sternblume am Waldboden Ein kleines Haus Fromme Lieder erklingen von dort durch das Land Wort erschallender Rinnen Auf die selbst der Bauer lauscht Um die entschwundene Zeit Dänemarks kennenzulernen Der grüne Wald und die Vögel gehören zusammen Wie der Name Sorö und Ingemann Nach Slagelse Was spiegelt sich hier im Glanze der Perle? Verschwunden ist das Kloster Antworskow Verschwunden die reichen Seelen des Schlosses Selbst der letzte alleinstehende verlassene Flügel Doch ein altes Zeichen steht noch heute Das erneuert und wieder erneuert wurde Ein hölzernes Kreuz auf dem Hügel Wo zur Zeit der Legende des heiligen Anders Der Priester von Slagelse erwachte In einer Nacht von Jerusalem dorthin getragen Korsair, hier wurdest du geboren Der uns gab Schmerz und Ernst gemischt Lieder vom Seelandsfahrer Knut Du Meister in Wort und Witz Die sinkenden alten Welle der verlassenen Befestigung Sind jetzt hier die letzten sichtbaren Zeichen Von der Wohnung deiner Kindheit Wenn die Sonne untergeht Zeigt ihr Schatten auf den Platz Wo dein Geburtshaus stand Von diesen Wellen Dann saß er noch Sprogos Höhen schauend Als du klein warst Den Mond hinter der Insel niedergleiten Und machtest sie unsterblich Wie du später die Schweizer Berge besangest Und du, der du im Labyrinth der Welt umherzogst fandest Nirgends doch sind die Rosen so rot Und nirgends auch ihre Dornen so klein Und nirgends doch sind die Federn so weich Als wo einster Kindheit und Schuld geruht Du lieblicher Sänger des Frohsinns Wir flechten dir einen Kranz aus Waldmeister Werfen ihn ins Meer Und die Wogen werden ihn nach der Kieler Förde tragen An deren Küste dein Staub ruht Sie bringen dir die Grüße des jungen Geschlechts Die Grüße deiner Geburtsstadt Corsair Wo die Perlenschnur abreißt Ja, es ist wirklich ein Stück Perlenschnur Von Kopenhagen nach Corsair Sagte die Großmutter, der man es vorgelesen hatte Das ist und bleibt eine Perlenschnur für mich Wenn es nun auch schon über 40 Jahre her ist Sagte sie Damals gab es noch keine Dampfmaschinen Wir gebrauchten damals so viele Tage zu dem Wege Als ihr nun Stunden braucht Es war im Jahr 1815 Damals war ich 21 Jahre Das ist ein schönes Alter Ob schon die 30er Jahre auch noch ein schönes Alter sind Es sei gesegnet In meinen jungen Tagen Ja, da kann man weit seltener als jetzt nach Kopenhagen Nach der Stadt aller Städte Für die wir sie ansahen Meine Eltern wollten nach 20 Jahren Und wieder einmal dort einen Besuch machen Ich sollte mit Die Reise war ein Jahr lang besprochen worden Und nun sollte sie wirklich vor sich gehen Ich meinte, ein ganz neues Leben würde beginnen Und in gewisser Weise begann dort für mich auch ein neues Leben Es wurde genäht und gepackt Und als wir endlich abfahren sollten Ja, wie viele Freunde kamen nicht Um uns Lebewohl zu sagen Denn es war eine große Reise, die wir vorhatten Gegen Mittag Fuhren wir von Odense in dem holsteinischen Wagen Meiner Eltern fort Aus allen Fenstern der Straße nickten uns Bekannte zu Bis wir zum St. Georg Tor hinaus waren Das Wetter war schön Die Vögel sangen Alle waren voll Freude Man vergaß, dass ein langer, beschwerlicher Weg Bis Nüburg zurückzulegen war Aber am Abend kamen wir dort an Die Post aber traf erst in der Nacht ein Und er fuhr der Fährdämpfer nicht ab Wir gingen an Bord Da lag nun das große Wasser So weit wir sehen konnten Ganz still vor uns Wir legten uns in unsere Kleidern zum Schlafen nieder Als ich am frühen Morgen erwachte und auf Deck kam War nach keiner Seite das Kringste zu sehen Solchen Nebel hatten wir Ich hörte die Hähne krehen, die Glocken läuten Und meinte die Sonne aufgehen zu sehen Wo mochten wir sein? Der Nebel hob sich Und wie lang war haftig noch unmittelbar vor Nüburg Später am Tage wehte endlich ein leichter Wind Aber uns gerade entgegen Wir kreuzten und kreuzten Und waren endlich so glücklich Dass wir bald nach 11 Uhr die Stadt Corsair erreichten Wir hatten 22 Stunden zu 4 Meilen gebraucht Es tat wohl ans Land zu kommen Aber es war finster Die Laternen brannten trübe Und alles war mir so wild fremd Die ich doch niemals in einer anderen Stadt Als Odense gewesen war Sieh, hier wurde Bargesen geboren Und hier lebte Birkner Sagte mein Vater Da schien es mir Als ob die Stadt mit ihren kleinen Häusern Plötzlich viel heller und größer wurde Dazu fühlten wir uns so froh Wieder festen Boden unter den Füßen zu haben Schlafen konnte ich diese Nacht nicht Über all das Neue, was ich bereits gesehen und erlebt hatte Und war doch erst seit vorgestern von zu Hause fort Am nächsten Morgen mussten wir zeitig heraus Wir hatten einen schlimmen Weg Mit erschrecklichen Bergen Und vielen Löchern bis Lagelse vor uns Und weiter hinaus Auf der anderen Seite Wird es wahrscheinlich nicht viel besser sein Und wir wollten gern rechtzeitig Krebshaus erreichen Dass wir noch bei Tage nach Sore kommen Und Möllers Emil, wie wir ihn nannten, besuchen könnten Ja, das war euer Großvater Mein seliger Mann Der Probst Er war Student in Sore Und gerade mit seinem zweiten Examen fertig Wir kamen nachmittags in Krebshaus an Es war damals ein vornehmer Ort Das beste Wirtshaus auf der ganzen Reise Und die lieblichste Gegend Ja, das müsst ihr doch alle einräumen Sie ist es ja noch heute Frau Plambeck war eine tüchtige Wirtin Alles im Hause war blitzblank An der Wand hing unterm Glas und rahmen ein Brief Den Bagesen an sie geschrieben Er war wohl wert gesehen zu werden Für mich war es eine große Merkwürdigkeit Dann gingen wir nach Sore hinauf Und trafen Emil dort Ihr könnt mir glauben, dass er froh war uns zu sehen Und wir waren es nicht minder Er war so gut aufmerksam Mit ihm besahen wir die Kirche Mit Absalons Grab und Holbergs Sarg Wir besahen die alten Mönchsschriften Wir segelten über den See nach Parnas Es war der schönste Abend, dessen ich mich erinnere Könnte man an irgendeinem Ort der Welt dichten So glaube ich wirklich, dass man es nur in Sore In dieser stillen, friedlichen Natur könne Dann gingen wir den sogenannten Philosophengang Einen schönen, einsamen Weg am See entlang Und auf der Landstraße nach Krebshaus zurück Emil blieb und aß mit uns Und Vater und Mutter fanden, dass er so klug geworden wäre Und so gut aussehe Er versprach uns, in fünf Tagen in Kopenhagen Bei seiner Familie mit uns zusammen zu treffen Es war ja Pfingsten Die Stunden in Sore und Krebshaus gehören zu den schönsten Perlen meines Lebens Später, als Emil die Pfarrstelle bei Assens erhielt, heirateten wir Wir sprachen oft von der Kopenhagener Reise Und davon, sie einmal zu wiederholen Aber da kam eure Mutter Und dann erhielt sie Geschwister Da gab es viel aufzupassen und in Acht zu nehmen Als nun der Vater befördert und Probst wurde, ja Da war alles schön und gut Aber nach Kopenhagen kamen wir nicht Niemals kam ich wieder dahin So häufig wir auch daran dachten und davon sprachen Und nun bin ich zu alt Habe nicht mehr die Kraft, um mit Eisenbahn zu fahren Aber ich freue mich über die Eisenbahn Es ist ein Segen, dass wir sie haben So könnt ihr umso schneller zu mir kommen Nun ist Odense nicht viel weiter von Kopenhagen Als es in meiner Kindheit von Nübock entfernt war Ihr könnt nun ebenso schnell nach Italien fliegen Wie wir damals nach Kopenhagen reisten Ja, das ist schon etwas Aber ich bleibe zu Hause Und lasse die anderen reisen Lasse sie zu mir kommen Aber ihr sollt nicht darüber lächeln Wenn ich zu Hause bleibe Ich habe eine weit größere Reise vor Als die eurege Eine weit schnellere Als die auf der Eisenbahn Wenn es Gott gefällt Reise ich zum Großvater hinauf Und wenn ihr dann euer Werk verrichtet Und euch auf der gesegneten Erde gefreut habt So weiß ich, dass ihr zu uns hinauf kommen werdet Und sprechen wir dann von den Tagen unseres Erdenlebens So glaubt mir Kinder Dass ich auch dann noch sage Von Kopenhagen nach Corsair Ja, das ist wirklich ein Stück Perlenschnur Ende von Kapitel 8 Aufgenommen von Oldsäck Abschnitt 9 Von Andersens Märchens Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Andersens Märchen Ergänzungsband Von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Kapitel 9 Schön Der Bildhauer Alfred Ja, du kennst ihn wohl Wir kennen ihn alle Er erhielt die goldene Medaille Reiste nach Italien Und kam wieder zurück Er war jung Ja, das ist er jetzt noch Aber doch schon gut 10 Jahre älter als damals Er kam heim und besuchte eine der kleinen Städte Seelands Die ganze Stadt wusste von dem Fremden Wusste, wer er war Seinetwegen war Gesellschaft bei einer der reichsten Familien Alles, was etwas war oder etwas hatte, war eingeladen Es war eine Begebenheit, von der die Stadt ohne Bekanntmachung wusste Die Lehrjungen und die Kinder der kleinen Leute, auch wohl einige ihrer Eltern, standen draußen und betrachteten die erleuchteten, niedergelassenen Vorhänge Der Wächter konnte sich einbilden, dass er Gesellschaft gäbe So viele Menschen standen dort, in der Ballgasse Es roch nach Freude Aber drinnen war wirklich die Freude zu Hause Dort war Herr Alfred, der Bildhauer Er sprach Er erzählte Und alle hörten ihm mit Freude Ja, mit Andacht zu Aber niemand mehr Als eine ältere Witwe Aus dem Beamtenstand Sie war für Alles, was Herr Alfred sagte Unbeschriebenes graues Papier Daß das Gesagte sofort in sich sog Und ummehr bat Höchst empfänglich Und unglaublich unwissend Ein weiblicher Kaspar Hauser Rom möchte ich auch einmal sehen Sagte sie Das muss eine reizende Stadt sein Mit all den vielen Fremden, die dorthin kommen Beschreiben Sie uns einmal Rom Wie sieht es dort aus, wenn man zum Tore hineinkommt? Das ist nicht so leicht zu beschreiben, sagte der junge Bildhauer Dort ist ein großer Platz In seiner Mitte steht ein Obelisk Der seine viertausend Jahre alt ist Ein Organist? Schrie die Frau Sie hatte noch nie das Wort Obelisk gehört Manchen waren nahe daran zu lachen Auch der Bildhauer Aber sein Lächeln verlor sich in Anstarren Denn neben der Frau, die sprach Sah er ein paar großer, mehrblauen Augen Es war ihre Tochter Und wenn man eine solche Tochter hat Kann man nicht einfältig sein Die Mutter war ein unerschöpflicher Fragequell Und die Tochter war die schöne Nayade des Quells Die zuhörte Wie schön sie war Sie war so recht ein Wesen zum Anschauen Für einen Bildhauer Aber nicht zum Unterhalten Und sie sagte auch nichts Wenigstens nicht viel Hat der Papst eine große Familie? Fragte die Frau Und der junge Mann antwortete Als wäre die Frage besser gestellt worden Nein, er ist nicht von hoher Familie Das meinte ich nicht, sagte die Frau Ich meine, ob er Frau und Kinder hat Der Papst darf sich nicht verheiratet Das gefällt mir nicht, sagte die Frau Klüger hätte sie wohl fragen und sprechen dürfen Aber wenn sie nicht so gefragt und gesprochen hätte Wie sie es tat Hätte sich dann wohl die Tochter auch so an ihre Schulter gelehnt? Und sie mit diesem fast rührenden Lächeln angesehen? Und Herr Alfred erzählte Erzählte von der Farbenpracht Italiens Von den verblauenden Bergen Von dem blauen Mittelmeer Von dem Blau des Südens Dessen Schönheit man in Morden Nur von den blauen Augen Der nordischen Frauen übertroffen finden konnte Und das wurde mit Beziehung gesagt Aber sie, die es verstehen sollte Lies es sich nicht anmerken Dass sie es verstand Und das war ja nun auch schön Italien seufsten einige Reisen seufsten andere Wie schön! Ja, wenn ich die 30.000 Reichstahler In der Lotterie gewinne, sagte die Witwe So reisen wir Ich und meine Tochter Und sie, Herr Alfred Sollen uns führen Wir reisen alle drei Und noch ein paar gute Freunde Dabei nickte sie vergnügt den übrigen zu Dass jeder glauben konnte Ich bin es, der mit soll Nach Italien wollen wir Aber wir wollen nicht dahin Wo Räuber gibt Wir bleiben in Rom Und auf den großen Landstraßen Wo man sicher ist Und die Tochter tat Einen kleinen Seufzer Viel, viel kann nicht In einem kleinen Seufzer liegen Oder hineingelegt werden Der junge Mann legte viel hinein Die beiden blauen Augen Die beiden blauen Augen Die ihm diesen Abend leuchteten Verbargen Schätze Schätze des Geistes Und des Herzens So reich wie alle Herrlichkeiten Roms Und als er die Gesellschaft verließ Ja, da war er weg Weg in das Fräulein Das Haus der Witwe War das einzige von allen Häusern Das Herr Alfred Der Bildhauer besuchte Man begriff, dass es nicht wegen der Mutter sein konnte Trotzdem er und sie stets die Sprechenden waren Es musste der Tochter wegen sein Dass er kam Carla wurde sie gedacht Sie hieß aber Karen Maline Und diese beiden Namen Waren zu Carla zusammengezogen worden Schön war sie Aber etwas müde Sagte der eine Und der andere Sie schlief gern bis in den Morgen Das ist sie aus ihrer Kindheit so gewöhnt Sagte die Mutter Sie ist immer ein Venuskind gewesen Und die werden so leicht müde Sie liegt oft lange Aber daher hat sie ihre klaren Augen Welche Macht lag nicht in diesen klaren Augen? In diesen blauen Seen Diesen stillen Wassern Mit dem tiefen Grund Das empfand der junge Mann Er saß auf dem tiefen Grund fest Er sprach und erzählte Und die Mama fragte immer gleich lebhaft Gleich freudig und munter Wie bei der ersten Begegnung Es war ein Vergnügen Herr Alfred erzählen zu hören Er erzählte von Neapel Von Besteigung des Vesuvs Und zeigte ihnen mehrere Der Ausbrüche in farbigen Bildern Und die Witwe hatte niemals zuvor Davon gehört Noch darüber nachgedacht Gott bewahre mich Sagte sie Das ist ja ein Feuerspein der Berg Kann niemand dabei zu Schaden kommen Gansche Städte sind zugrunde gegangen Antwortet er Herkulanum Und Pompeji Ach die armen Menschen Und das alles haben sie selbst gesehen Nein Keine der Ausbrüche hier auf den Bildern Aber ich will ihnen eine Zeichnung von mir zeigen Von einem Ausbruche Den ich selbst gesehen habe Und er nahm eine Skizze hervor Die er mit Bleistift gezeichnet hatte Und Mama Die so sehr im Beschauen Der starken, kolorierten Bilder vertieft war Sah auf die blasse Bleistiftzeichnung Und rief vor Überraschung aus Oh Sie haben es weiß heraus bei ihnen sehen Einen Augenblick verdunkelte sich Die Hochachtung Alfreds vor Mama Aber in Kalas Lichte Begriff er gar bald Dass ihre Mutter Der Farbensinn fehlte Das war alles Aber sie hatte das Beste Das Schönste Sie hatte Kala Und mit Kala War Alfred verlobt Das war ganz natürlich Und die Verlobung Stand im Tageblatt Des Städtchens Mama bestellte sich Dreißig Exemplare Um die Anzeige auszuschneiden Und in den Briefen An Freunde und Bekannte zu legen Und die Verlobten waren glücklich Und die Schwiegermama auch Sie wäre gleichsam mit Thorvaldsson In einer Familie gekommen Sie sind doch seine Fortsetzung Sagte sie Und Alfred schien es Als hätte sie etwas Geistreiches gesagt Kala sagte nicht viel Aber ihre Augen strahlten Ein Lächeln Saß um ihren Mund Jede Bewegung war schön Und schön war sie Das kann nicht zu viel gesagt werden Alfred formte Kalas und Schwiegermamas Büste Sie saßen vor ihm Und sahen zu Wie er mit den Fingern Den weichen Lehm formte Und glättete Es ist unsere Schuld Sagte Schwiegermama Dass sie selbst Diese geringe Arbeit machen Und sie nicht durch Einen Hilfsmann Zusammenklecksen lassen Es ist durchaus notwendig Dass ich sie in Turm forme Sagte er Ja Sie sind stets So außerordentlich galant Sagte Mama Und Kala drückte ihm Still die Hand An welcher Lehm saß Und er zeigte ihnen Beiden die Schönheit der Natur In der Schöpfung Wie das Lebendige Über dem Toten stände Die Pflanzen über den Gesteinen Die Tiere über den Pflanzen Und die Menschen über den Tieren Wie Geist und Schönheit Sich in der Form offenbarten Und dass der Bildhauer Die irdische Gestalt In ihrer herrlichsten Offenbarung Nachbilder Kala stand schweigend Und erwog die ausgesprochenen Gedanken Schwiegermama aber gestand Es ist schwer ihnen zu folgen Doch ich gehe den Gedanken langsam nach Und suchen sie auch umher So halte ich sie doch fest Und die Schönheit hielt ihn fest Erfüllte ihn Und beherrschte ihn Sie leuchtete aus Kalas ganzer Gestalt Aus ihrem Blicke Aus ihrer Mundwinkeln Ja selbst aus der Bewegung ihrer Finger Das sprach Alfred aus Und er der Bildhauer Verstand sich darauf Er sprach nur von ihr Dachte nur an sie Die zwei wurden eins Und daher sagte sie auch etwas Denn er sagte besonders viel So war es in den Tagen der Verlobung Nun kam die Hochzeit Mit Brautjungfern und Hochzeitsgeschenken Und die Hochzeitsrede wurde gehalten Schwiegermama hatte im Brauthause Am Tischende Torwalzens Büste aufgestellt Er sollte nach ihrer Idee Gleichsam anwesend sein Lieder wurden gesungen Und Gesundheiten getrunken Es war eine vergnügte Hochzeit Ein schönes Paar Pygmalion erhielt seine Galatee Stand in einem der Lieder Das ist nun wieder so etwas Mythologisches Sagte Schwiegermama Am folgenden Tag reiste das junge Paar Nach Kopenhagen Um sich dort niederzulassen Schwiegermama ging mit Um sich das Grobe anzunehmen Wie sie sagte Das sollte bedeuten Um den Haushalt zu leiten Carla sollte Wie in der Puppenstube sitzen Alles war neu Blank und schön Da saßen sie Alle drei Und Alfred Ja der saß da Um ein Sprichwort zu gebrauchen Das es klar macht Wie ein Bischof im Gänsestall Der Zauber der Schönheit Hatte ihn betört Er hatte nur auf das Futeral gesehen Und nicht auf das Was in dem Futeral steckt Und das war ein Unglück Ein großes Unglück Für die Ehe Ging das Futeral aus dem Leim Und fällt das Flittergold ab So bessert man den Handel In großer Gesellschaft Ist es höchst unbehaglich Wenn man merkt Dass einem beide Knöpfe Für die Hosenträger fehlen Und weiß Dass man sich nicht Auf die Hosenschnalle Verlassen kann Weil man keine hat Allein noch schlimmer ist es Wenn man in großer Gesellschaft Empfindet Dass Frau und Schwiegermutter Dummes Zeug schwatzen Und dass man sich nicht Auf sie verlassen Und durch einen witzigen Einfall Die Dummheit fortglasen kann Gar oft saß das junge Paar Hand in Hand Und erzählte Und sie ließ ein Wörtlein Eintropfen Immer dieselbe Melodie Die selben zwei Drei Glockentöne Es war wie ein geistiger Hauch Wenn Sophie Einer ihrer Freundinnen kam Sophie war durchaus nicht schön Aber sie war ohne Fehl Etwas schief wäre sie freilich Sagte Carla Aber es war sicherlich nicht mehr Als Freundinnen es sehen können Sie war ein recht vernünftiges Mädchen Doch fiel es ihr niemals ein Dass sie hier gefährlich werden könnte Sie war der erfrischende Luftzug In der Puppenstube Und frische Luft war nötig Das sahen sie alle drei ein Lüften muss man Und sie lüfteten deshalb Schwiegermama und der junge Paar Reisten nach Italien Gott sei Lob und Dank Dass wir wieder daheim sind Sagte die Mutter Zur Tochter Als sie ein paar Jahre später Alle drei zurück kamen Reisen ist kein Vergnügen Sagte die Schwiegermama Es ist eigentlich doch Sehr ermüdend Entschuldige Dass ich es sage Ich langweile mich Ob schon ich meine Kinder bei mir hatte Und wie teuer Wie schrecklich teuer ist das Reisen Alle die Galerien Die man sehen soll Hinter allem soll man her sein Sonst kennt man ja nichts Wenn man heimkommt Und ausgefragt wird Und dann muss man noch hören Dass man gerade das schönste Vergessen hat Sich anzusehen Mich langweilt auf die Dauer Diese ewigen Madonnen Man wird schließlich Selbst zur Madonna Und das Essen das es gibt Sagte Carla Nicht einmal eine ordentliche Fleischschuppe Sagte Mama Es ist nichts mit ihrer Kochkunst Und Carla war von der Reise müde Andauernd müde Das war das Schlimmste Sophie kam ins Haus Und machte sich nützlich Das muss man ihr lassen Sagte Schwiegermama Sophie versteht sich Auf den Haushalt Wie auf die Kunst Und auf alles Wozu sie nach ihrem Vermögen Nicht einmal verpflichtet ist Und es ist dabei recht Achtbar und treu Das zeigte sich recht Als Carla krank lag Und dahin siegte Wo das Futteral alles ist Dann muss das Futteral aushalten Oder es ist mit ihm vorbei Und es war vorbei Mit dem Futteral Carla starb Sie war schön Sagte die Mutter Sie war wahrscheinlich Etwas anders Als die Antiken Die sehen so alt So mitgenommen aus Aber Carla war frisch Und das soll eine Schönheit sein Alfred weinte Und die Mutter weinte Und beide gingen In schwarzen Kleidern Schwarz kleidete Mama Besonders gut Und sie ging am längsten In Schwarz Und trug am längsten Trauer Und er lebte noch In Trauer Dass Alfred sich Wieder verheiratete Und Sophie nahm Die äußerlich Nicht wahr Es geht ins Extreme Sagte Schwiegermama Geht von dem Schönsten Zum Hässlichsten Er hat seine erste Frau Vergessen können Es gibt keine Beständigkeit Bei den Männern Mein Mann war anders Er starb ja auch vor mir Pygmalion erhielt seine Galatea Sagte Alfred Ja das stand in der Bruchzeitsledern Ich hatte mich wirklich In eine schöne Statue verliebt Die in meinen Armen Lebendig wurde Aber die verwandte Seele Die uns der Himmel sendet Einen seiner Engel Die mit uns fühlen Mit uns denken Uns aufrichten Wenn wir niedergedrückt sind Habe ich nun erst gefunden Und gewonnen Sophie Du kommst nicht in Schönheit Und Glanz der Form Aber schön genug Schöner als es Not tut Die Hauptsache bleibt die Hauptsache Du kommst und lehrst den Bildhauer Dein Werk nur Ton Nur Staub Nur ein Abdruck des inneren Kerns ist Den wir suchen sollen Arme Carla Unser Erdenleben War wie eine Reise Drogen Wo man sich in Sympathie zusammenfindet Sind wir uns vielleicht halb fremd Das war nicht liebvoll Sagte Sophie Das war nicht christlich Dort oben Wo man sich nicht ehe liegt Aber wie du sagst Die Seelen sich voll Sympathie begegnen Dort wo sich alles Herrliche entfaltet Und erhebt Wird ihre Seel vielleicht So voller Kraft erklingen Dass sie mich überklingt Und du Du wirst dann wieder Wie in deiner ersten Verliebtheit In die Worte ausbrechen Schön Wie schön Ende von Kapitel 9 Abschnitt 10 von Andersens Märchen Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org Andersens Märchen Ergänzungsband Von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Kapitel 10 Eine Geschichte aus den Dünen Teil 1 Es ist eine Geschichte aus den jüdischen Dünen Aber sie beginnt nicht dort Nein, weit davon im Süden In Spanien Das Meer ist die große Fahrstraße zwischen den Ländern Denke dich dorthin, nach Spanien Dort ist es warm Dort ist es schön Dort wachsen die feuerroten Granatblüten zwischen dunklen Lorbeerbäumen Von den Bergen weht ein erfrischender Wind hernieder über die Orangenhaine und die prächtigen maurischen Hallen mit goldenen Kuppeln und bunten Wänden Durch die Straßen ziehen Kinder in Prozessionen mit Lichtern und wehenden Fahnen und über ihnen so hoch und klar wölbt sich der Himmel mit den funkelnden Sternen Lieder und Kastanjetten erklingen Burschen und Mädchen schwingen sich im Tanz unter blühenden Akazienbäumen während der Bettler auf behauenen Marmorsteine sitzt sich an saftigen Wassermelonen erquickt und so das Leben verträumt Es ist wie ein schöner Traum Und sich demselben hinzugeben Ja, das taten so ganz zwei junge neu vermehlte Menschen denen alle irdischen Güter gegeben waren Gesundheit, Frohsinn, Reichtum und Ehre Wir sind so glücklich wie es nur irgendjemand sein kann sagten sie so recht aus Herzensgrunde Doch konnten sie sich noch eine Staffel höher auf der Glücksleiter erheben und das würde geschehen, wenn Gott ihnen ein Kind schenkte einen Sohn, der ihnen an Leib und Seele gliche Das glückliche Kind würde mit Jubel begrüßt werden die höchste Liebe und Sorgfalt finden all das Wohlsein, welches Reichtum und einflussreiche Verwandtschaft geben kann Wie ein Fest glitten ihnen die Tage dahin Das Leben ist eine Gnadengabe der Liebe Unermesslich groß, sagte die Frau Und diese Fülle der Glückseligkeit soll im anderen Leben noch wachsen bis in die Ewigkeit hinein? Ich fasse diesen Gedanken nicht Er entspringt sicherlich nur dem Übermute der Menschen, sagte der Mann Es ist im Grunde ein übermäßiger Stolz zu glauben, man werde ewig leben werden wie Gott Das waren ja auch die Worte der Schlange und sie war der Geist der Lüge Du zweifelst doch nicht an einem ewigen Leben? fragte die junge Frau und es war, als führe zum ersten Mal ein Schatten durch ihr sonniges Gedankenreich Der Glaube verheißt es, die Priester sagen es, sagte der junge Mann Aber gerade in all meinem Glück fühle und erkenne ich, dass es ein Stolz, ein übermütiger Gedanke ist ein zukünftiges Leben, eine fortgesetzte Glückseligkeit zu fordern Ist uns nicht in diesem Dasein so viel gegeben, dass wir zufrieden sein können und müssen? Ja, uns ist es gegeben, sagte die junge Frau Aber wie vielen Tausenden wird nicht dieses Leben zu einer schweren Prüfung? Wie viele sind nicht in die Welt geworfen zu Armut, Krankheit, Schande und Unglück? Nein, wäre kein zukünftiges Leben, so wären die Güter dieser Erde ungleich verteilt So wäre Gott nicht die Gerechtigkeit Der Bettler dort unten hat eine Freude, die für ihn ebenso groß ist wie die des Königs in seinem reichen Schloss, sagte der junge Mann Und glaubst du nicht, dass das Lasttier, welches geprügelt wird, hungert und sich zu Tode schleppt auch eine Empfindung von seinen harten Lebenstagen hat? Es könnte ja auch ein anderes Leben verlangen Es ein Unrecht nennen, dass es nicht in eine höhere Reihe der Geschöpfe gestellt wurde Im Himmelsreich sind viele Wohnungen, hat Christus gesagt, antwortete die junge Frau Das Himmelsreich ist unendlich wie Gottes Liebe Auch das Tier ist ein Geschöpf Und kein Leben, glaube ich, wird verloren gehen Sondern alle werden die Glückseligkeit gewinnen, die sie empfinden können und die ihnen genügt Aber mir genügt diese Welt, sagte der Mann und schlang seinen Arm um sein schönes, geliebtes Weib und rauchte seine Zigarre auf dem offenen Altan wo die kühle Luft von dem Dufte der Orangen und Nelken erfüllt war Musik und Kastagnetten tönten von der Straße herauf Die Sterne blinkten von oben herab und zwei Augen, die Augen seiner Frau, sahen ihn voller Liebe mit dem ewigen Leben der Liebe an Ein solcher Augenblick, sagte er, ist es wohl wert, dass man geboren wird ihn genießt und verschwindet Er lächelte die Frau, erhob sanft drohend ihre Hand und die Wolke war wieder fort Sie waren allzu glücklich und alles schien sich ihnen zu fügen dass sie in Ehre, Freude und Wohlstand fortschritten Da trat ein Wechsel ein aber nur in dem Orte nicht in den Dingen, um die Lust und Freude des Lebens zu gewinnen und Recht zu genießen Der junge Mann wurde von seinem König als Gesandter an den Kaiserlichen Hof in Russland geschickt Es war ein Ehrenposten, auf den Geburt und Kenntnisse ihm ein Recht gaben Er besaß ein großes Vermögen Seine junge Frau hatte ihm kein geringeres mitgebracht Sie war die Tochter einer der angesehensten Kaufleute Eines seiner größten und besten Schiffe sollte gerade in diesem Jahre nach Stockholm abgehen Es sollte die lieben Kinder, Tochter und Schwiegersohn nach Russland bringen und wurde königlich ausgerüstet Weiche Teppiche für die Füße, Seide und Pracht überall Es gibt ein altes Heldenlied, welches heute noch alle Dänen kennen Es heißt Der Sohn des englischen Königs Auch er segelte auf einem kostbaren Schiffe fort Seine Anker waren mit rotem Golde ausgelegt und jedes Tau mit Seide umwunden An dieses Schiff musste man denken, als man jenes aus Spanien auslaufen sah Es war dieselbe Pracht, derselbe Abschiedsgedanke Gott gebe uns allen ein freudiges Wiedersehen Ein starker Wind blies von der spanischen Küste her Der Abschied war kurz In wenig Wochen mussten sie das Ziel ihrer Reise erreichen Aber als sie draußen waren, legte sich der Wind Das Meer wurde glatt und still Das Wasser glitzerte, die Sterne des Himmels funkelten Da gab es Feste in der reichen Kajüte Aber man wünschte doch, dass es auffrischen Ein günstiger Wind wehen möchte Aber er kam nicht Erhob sich ein Wind So war er ihnen entgegen So vergingen Wochen Ja, zwei volle Monate Erst dann wurde der Wind günstig Er blies aus Südwest Sie waren mitten zwischen Schottland und Jütland Und der Wind nahm zu Wie in dem Liede von dem Sohne des englischen Königs Rings um kein Land Die Wolke türmt sich schwarz empor Es heult und stürmt Sie warfen aus die Anker stark Und trieben doch westlich gen Dänemark Das ist nun viele Jahre her König Christian VII. saß auf dem dänischen Thron Und war damals jung Vieles ist seit der Zeit geschehen Vieles hat gewechselt und sich verändert Seen und Moore sind üppige Wiesen Heidestriche fruchtbares Ackerland geworden Und im Schutze der westjütischen Häuser Wachsen Apfelbäume und Rosenstöcke Aber sie müssen gesucht werden Denn wegen des scharfen Westwindes Erheben sie sich nur an geschützten Orten Man kann sich dort leicht In frühere Zeiten zurückdenken Die weiter zurück sind Als Christians der VII. Regierung Wie damals So erstreckt sich noch heute meilenweit Die braune Heide mit ihren Hühnengräben Mit ihren Luftspiegelungen Und ihren sich kreuzenden, holprigen Und tiefsandigen Wegen Im Westen, wo große Bäche sich In die Buchten ergießen Breiten sich Wiesen und Moore aus Von hohen Dünen begrenzt Die sich gleich einer zackigen Alpenkette Gegen das Meer erheben Sie werden von hohen steilen Lehmhügeln Unterbrochen, von denen das Meer Mit unersättlichem Schlunde Riesige Brocken verschlingt So dass Höhlen und Hügel Wie durch ein Erdbeben erschüttert Zusammenstürzen So sieht es dort noch heute aus So war es dort auch vor vielen Jahren Als die beiden Glücklichen Auf dem reichen Schiffe hinaus segelten Es war gegen Ende September An einem Sonntag und sonniges Wetter Die Töne der Kirchenglocken Verschmolzen ineinander Amnisium fort Großen, behauenen Felsblöcken Gleichen die Kirchen Jede ist ein Stück Gebirge Das Meer könnte über sie hinweg rollen Und sie würden stehen bleiben Den meisten fehlt der Turm Und die Glocken hängen dann Frei zwischen zwei Balken Der Gottesdienst war zu Ende Die Menschen traten aus dem Gotteshaus Auf dem Kirchhof hinaus Wo sich damals wie heute noch Weder Baum noch Strauch fand Wo weder Blumen gepflanzt Noch Kränze auf das Grab gelegt wurden Nur niedrige Hügel zeigten Wo die Toten begraben lagen Raue Gräser, vom Winde gepeitscht Wuchsen über den ganzen Kirchhof Ein einziges Grab hatte vielleicht ein Denkmal Das heißt einen verwitterten Baumstamm Der wie ein Sarg zurecht gehauen war Er stammte aus den Wäldern des Westens Im wilden Meere wachsen für die Küstenbewohner Bäume, Planken und Bretter Die Brandung spült sie ans Land Wind und Seenebel verwittern bald Die angespülten Holzstücke Ein solcher Stumpf lag auf einem Kindergrab Und nach demselben ging eine der Frauen Die aus der Kirche kamen Sie stand still und sah auf den halb verwitterten Holzblock Dicht hinter sie trat ihr Mann Sie sprachen kein Wort Da nahm er sie bei der Hand Und sie gingen vom Grab auf die weite Heide hinaus Und über Moorland den Dünen zu Lange gingen sie schweigend Das war heute eine gute Predigt Sagte der Mann Hätten wir nicht Gott So hätten wir niemand Ja, antwortete die Frau Er schickt Freude und Schmerz Das ist sein Recht Morgen wäre unser kleiner Junge fünf Jahre alt Wenn wir ihn behalten hätten Es ist nicht gut so zu trauern Sagte der Mann Er ist gut daran Er ist ja dort, wohin wir beten einst zu kommen Und sie sprachen nicht mehr darüber Und gingen ihrem Hause zu Das in den Dünen lag Plötzlich erhob es sich von einem der Hügel Wo der Strandhafer den Sand nicht festhalten konnte Wie ein starker Rauch Es war ein Windstoß Der in den Dünen wühlte Und den feinen Sand aufwirbelte Noch ein Windstoß kam So dass die an den Schnüren aufgehängten Und ausgebreiteten Fische Gegen die Mauer des Hauses schlugen Und dann war alles wieder still Die Sonne brannte Mann und Frau gingen ins Haus Und waren bald aus ihren Sonntagskleidern Dann eilten sie über die Dünen Die wie Ungeheure Plötzlich in ihrer Bewegung erstarrte Sandwellen dastanden Die rauen blaugrünen Halme des Sandgrases Und des Strandhafers Riefen auf dem weißen Sand Den einzigen Farbwechsel hervor Einige Nachbarn kamen hinzu Sie halfen sich gegenseitig Die Boote höher auf den Strand zu ziehen Der Wind wurde stärker Es wurde schneidend kalt Und als sie über die Dünen zurückgingen Flogen ihnen Sand und kleine scharfe Steine ins Gesicht Die Wellen erhoben sich mit weißen Kämmen Und der Sturm riss ihnen die Spitzen ab Dass der Gischt weit umher spritzte Es wurde Abend Ein immer stärker werdendes Sausen erfüllte die Luft Es heulte und klagte Wie eine scharverzweifelte Geister Es übertönte das Rollen des Meeres Obgleich das Fischerhaus dicht am Strande lag Der Sand fegte gegen die Fensterscheiben Und zuweilen kam ein Windstoß Der das Haus in seinen Grundfesten erbeben ließ Es war finster Doch gegen Mitternacht musste der Mond aufgehen Das Wetter klärte sich auf Allein der Wind fuhr mit aller seiner Kraft Hin über das tiefe schwärzliche Meer Die Fischersleute hatten sich längst zu Bette gelegt Aber es war in diesem Wetter Gottes Nicht daran zu denken ein Auge zu schließen Da klopfte es ans Fenster Die Tür öffnete sich und eine Stimme rief Ein großes Schiff sitzt auf den äußersten Riff fest In Nu waren die Fischersleute aus dem Bett Und in ihren Kleidern Der Mond war hervorgekommen Er schien hell genug um sehen zu können Hätte man nur die Augen wegen des Flugsandes offen halten können Es war ein Wind, dass man sich gegen ihn stemmen musste Nur mit großer Mühe Mit der man in den Windespausen vorwärts koch Kam man über die Dünen Und hier flogen gleich Spanenfedern Der salzige Gischt und der Schaum des Meeres durch die Luft Das sich wie ein kochender, rollender Wasserfall gegen die Küste wälzte Man musste wirklich ein geübtes Auge haben Um sofort das Fahrzeug da draußen zu finden Es war ein prächtiger Zweimaster Es erhob sich gerade über das Riff, das drei, vier Kabellängen Vom gewöhnlichen Meeresstrande entfernt war Es trieb gegen das Land, stieß auf ein anderes Riff und saß fest Es war unmöglich Hilfe zu bringen Die See ging zu hoch Sie schlug gegen das Schiff und über dasselbe hinweg Man glaubte das Notgeschrei, die Hilferufe der Todesangst zu hören Man sah die emsige vergebliche Tätigkeit Nun kam eine Sturzsee, die wie ein zerschmetternder Felsblock Auf das Buchsprit fiel und es fortriss Und das Hinterdeck erhob sich hoch über das Wasser Zwei Menschen sprangen miteinander in das Meer und verschwanden Ein Nu Und eine der stärksten Wogen, die an den Dünen hinaufrollte Warf einen Körper an den Strand Es war ein Weib Eine Leiche, musste man glauben Ein paar der Frauen machten sich bei ihr zu schaffen Und glaubten Leben in ihr zu bemerken Sie wurde über die Dünen in das Fischerhaus getragen Wie schön und fein sie war Gewiss eine vornehme Dame Sie legten sie in das armselige Bett Kein leinenes Laken war darin Nur eine wollene Decke, um sich einzuhüllen Denn die hält warm Sie kam ins Leben zurück Und lag im heftigen Fieber Sie wusste nicht, wo sie war Und das war gut Denn alles, was sie geliebt hatte, lag auf dem Grunde des Meeres Es erging ihr, wie es in dem Heldenlied Von dem englischen Königssohn gesungen wird Gar großer Jammer war dort zu sehen Das Schiff, es müßt in Trümmer gehen Schiffsteile und Trümmer spülten ans Land Sie allein war von allen am Leben geblieben Und noch immer fuhr der Wind heulend über die Küste dahin Einen Augenblick hatte die arme Frau Ruhe Aber bald schrie sie vor Schmerzen Sie schlug ihre schönen Augen auf Und sagte einige Worte, aber niemand verstand sie Und siehe, für alles, was sie gelitten und gestritten hatte Hielt sie ein neugeborenes Kind in ihren Armen Es hätte in einem Prachtbett ruhen sollen Hinter seidenen Gardinen In einem reichen Hause Es hätte mit Jubel begrüßt werden sollen Ein Leben, reich an allen irdischen Gütern führen sollen Und nun hatte der Herr es in der armseligen Hütte geboren werden lassen Nicht einmal einen Kuss empfing es vor seiner Mutter Die Fischersfrau legte das Kind an die Brust seiner Mutter Und es lag an einem Herzen, das nicht mehr schlug Sie war tot Das Kind, welches Reichtum und Glück hätte großziehen sollen War in die Welt hineingeworfen Vom Meer in die Dünen geworfen Um das Los der Armen und schwere Tage zu ertragen Und immer kommt uns das alte Lied in den Sinn Dem Königssohn rannen die Tränen herab Hilf, Himmel, hier gähnt meine Hoffnung Grab Wir treiben hinein gegen Boubjerg Doch dienstbar nicht werd ich Herrn Bugges Geschlecht Und wird mir erschlagen auch Ritter und Knecht Etwas südlich von Nisumfjord Auf dem Strand, den Herr Bugge einst sein Eigen nannte War das Schiff gestrandet Die harten, unmenschlichen Zeiten Als die Bewohner der Westküste Übeltaten Das Strandrecht übten, wie man sagte Waren längst vorbei Liebe, freundliche Gesinnung und Aufopferung Für die Schiffbrüchigen Sind an die Stelle getreten Und leuchten als edelste Züge unserer Zeit hervor Eine sterbende Mutter, ein elendes Kind Würden Wartung und Pflege gefunden haben Wohin der Wind sie auch gewäht hätte Aber nirgends herzlicher Als bei der armen Fischersfrau Welche noch gestern mit schwerem Herzen An dem Grabe ihres kleinen Kindes stand Das heute sein fünftes Jahr erreicht haben würde Wenn Gott ihm länger zu leben vergönnt hätte Niemand wusste, wer die fremde tote Frau war Oder woher sie kam Die Trümmer und Planken des Schiffers erzählten nichts davon In Spanien, in dem reichen Hause Traf niemals ein Brief, niemals eine Nachricht Von der Tochter oder dem Schwiegersohn ein Sie waren nicht an ihren Bestimmungsort gekommen Starke Stürme hatten in den letzten Wochen getobt Man wartete monatelang Versunken, ertrunken Anders konnte es nicht sein Draußen im Fischerhause in den Dünen von Husby Hatten sie nun einen kleinen Jungen Wo Gott für zwei Nahrung gibt Wird ein drittes auch wohl satt Und so nahe am Meere gibt es Fische für den hungrigen Mund Georg wurde der Kleine genannt Es ist gewiss ein Judenkind Es sieht so schwarz aus, sagte man Es kann auch ein Italiener oder Spanier sein, sagte der Pfarrer Der Fischersfrau schien es freilich auf eins hinaus zu kommen Und sie tröstete sich damit, dass das Kind christlich getauft wäre Der Knabe gedieh, das adlige Blut erhielt von der dürftigen Kost, Kraft und Wärme Und der Knabe wuchs in dem geringen Hause Die dänische Sprache, wie sie die Westküste spricht, wurde seine Sprache Der Granatkern aus dem spanischen Erdreich wurde zu einem Sandhalm der jüdischen Westküste Dazu kann es einen Menschen bringen An dieses Heim klammerte er sich mit allen Wurzeln, je länger, je fester Hunger und Kälte, Not und Sorge des armen Mannes sollte er erfahren, aber auch seine Freude Für jeden hat die Kindheit Lichtpunkte, die durch das ganze Leben strahlen Wie viel gab es nicht zu Spiel und Lust Meilenweit lag der Strand voll Spielzeug Ein Mosaik von Geröllsteinen, rot wie Korallen, gelb wie Bernstein und rund und weiß wie Vogeleier Alle Farben gab es, und alle waren von dem Meer geschliffen und geglättet Selbst das ausgetrocknete Fischskelett, die vom Winde getrockneten Wasserpflanzen Der weiß schimmernde Seetank, der lang und schmal wie Bänder zwischen den Steinen flatterte Alles bot Augen und Gedanken Spiel und Lust Der Knabe war ein aufgewecktes Kind Mannigfaltige Fähigkeiten schlummerten in ihm Wie gut konnte er sich der Geschichten und Lieder erinnern, die er gehört hatte Und wie fingerfertig er war Von Steinen und Schalen setzte er ganze Schiffe und Bilder zusammen Man konnte die Stuben damit schmücken Er verstände sogar seine Gedanken in Holzstückchen zum Ausdruck zu bringen Sagte seine Pflegemutter Und wäre er doch noch so klein Seine Stimme klang schön Und die Melodien strömten ihm leicht vom Munde Gar manche Seite war in seiner Brust ausgespannt Sie hätten in die Welt hinaus klingen können Wenn er an einen anderen Ort als in das Fischerhaus an der Nordsee gestellt worden wäre Ende von Teil 1 von Eine Geschichte aus den Dünen Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg Abschnitt 11 von Andersens Märchenergänzungsband Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Andersens Märchenergänzungsband Von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Kapitel 10 Eine Geschichte aus den Dünen Teil 2 Eines Tages strandete hier ein Schiff Eine Kiste mit seltenen Blumenzwiebeln trieb ans Land Man nahm einige und warf sie in einen Topf Man glaubte, dass sie zu essen wären Andere verfaulten im Sande Sie gelangten nicht zu ihrer Bestimmung Die Farbenpracht, die Herrlichkeit, die in ihnen lag, zu entfalten Würde es Georg besser ergehen? Mit den Blumenzwiebeln war es bald vorbei Er hatte noch Jahre zu leiden Niemals fiel es ihm, noch einem anderen dort oben ein Wie einsam und einförmig die Tage vergingen Es gab Vorlauf zu tun, zu hören und zu sehen Das Meer selbst war ein großes Lehrbuch Jeden Tag bot es eine neue Seite Meeresstille, hohle See, leichter Wind und Sturm Strandungen waren die Glanzpunkte Der Kirchgang war ein Festtagsbesuch Doch von den Besuchen war einer im Fischerhause besonders willkommen Und er wiederholte sich zweimal im Jahre Es war der Besuch des Onkels mütterlicherseits Eines Aalhändlers aus Fjalltrunk, droben bei Bowieck Er kam mit einem rot angestrichenen Wagen voller Aale Der Wagen war wie ein Kasten verschlossen Mit blauen und weißen Tulpen bemalt Und wurde von zwei falben Ochsen gezogen Georg erhielt die Erlaubnis, ihn zu fahren Der Aalhändler war ein guter Kopf, ein muntrer Gast Er führte stets ein Fässchen mit Brandwein mit sich herum Jeder erhielt daraus ein Gläschen oder eine Kaffeetasse voll Wenn nichts anderes zur Stelle war Selbst Georg erhielt, so klein er war, einen guten Fingerhut voll Das geschehe, um den fetten Aal niederzuhalten Sagte der Aalhändler Und er erzählte dann immer dieselbe Geschichte Und lachte man, so erzählte er sie sofort noch einmal Und da sie für Georgs Jugend und Mannesalter Bedeutung gewann Müssen wir sie wohl hören Draußen im Flusse schwammen Aale Und die Aalmutter sagte zu ihren Töchtern Als sie baten, ein kleines Stück die Aue hinaufschwimmen zu dürfen Geht nicht so weit, sonst kommt der böse Aalstecher Und tötet euch alle zusammen Aber sie gingen zu weit Und von den acht Töchtern kamen nur drei wieder zur Aalmutter zurück Sie jammerten Wir waren nur ein wenig vor die Tür gegangen Da kam der böse Aalstecher und stach unsere fünf Schwestern tot Sie kommen noch wieder, sagte die Aalmutter Nein, sagten die Töchter Denn er zog ihnen die Haut ab, schnitt sie in Stücke und briht sie Sie kommen noch wieder, sagte die Aalmutter Ja, aber er aß sie Sie kommen noch wieder Aber dann trank er Brandwein hinten nach, sagten die Töchter Oh, dann kommen sie niemals wieder, heulte die Aalmutter Der Brandwein begräbt den Aal Und deshalb muss man immer ein Gläschen Brandwein nach dem Essen trinken, sagte der Aalhändler Und diese Geschichte wurde der Flittergoldfaden Der Faden der guten Laune in Georgs Leben Auch er wollte gern vor die Tür, den Fluss ein wenig hinauf Das hieß, mit einem Schiffe in die weite Welt hinaus Und die Mutter sagte wie die Aalmutter Es gibt viele schlechte Menschen, viele Aalstecher Aber ein wenig in die Dünen, ein wenig in die Heide hinaus musste er doch Und es sollte geschehen Er erlebte fröhliche Tage, die durch seine ganze Kinderzeit hindurch leuchteten Die ganze Schönheit Jütlands, die Freude und der Sonnenschein der Heimat lag in ihnen Er sollte zu einem Schmaus, freilich nur zu einem Leichenschmaus Ein wohlhabender Verwandter der Fischerfamilie war gestorben Sein Hof lag im Lande, östlich einen Strich gegen Norden, wie es hieß Vater und Mutter wollten hinüber und Georg sollte mit Von den Dünen ging es über Heide und Moorland zu den grünen Wiesen Wo der Xerum sich sein Bett gegraben hatte Der Fluss der Aale, wo die Aalmutter mit ihren Töchtern wohnte Die die bösen Menschen fingen und in Stücke schnitten Doch besser hatten die Menschen oft auch nicht gegen ihre Mitmenschen gehandelt Der Ritter Bugge, welcher in dem alten Liede vorkommt Und von schlechten Menschen ermordet wurde, obgleich man ihn den Guten nannte Wollte den Baumeister totschlagen lassen, der ihm das Schloss mit Turm und dicken Mauern An der Stelle erbaut hatte, wo Georg mit seinen Pflegeeltern stand Wo sich der Xerum in den Nisumfjord ergießt Die Welle waren noch zu sehen und rote Mauerreste ringsumher Hier hat der Ritter Bugge, als der Baumeister abgereist war, zu seinem Knecht gesagt Geh ihm nach und sage, Meister, der Turm fällt Dreht er sich um, so schlägst du ihn tot und nimmst ihm das Geld wieder ab, das ich ihm gab Dreht er sich aber nicht um, so lass ihn in Frieden ziehen Der Knecht gehorchte und der Baumeister antwortete Der Turm fällt nicht, aber einst wird vom Westen ein Mann in blauem Mantel kommen Der wird ihn zum Stürzen bringen Das geschah hundert Jahre später Da brach die Nordsee herein, der Turm fiel Aber der Besitzer des Hofes, Pröbjörn Güldenstierne, baute sich höher, wo die Wiese endet, ein neues Schloss Und das steht noch jetzt, das ist Nöre Vosborg Dort musste Georg mit seinen Pflegeeltern vorbei Von jener Stätte dort oben hatte man ihm in langen Winterabenden erzählt Nun sah er den Hof mit dem doppelten Gräben, mit den Bäumen und Büschen Welle mit Farnkraut überwachsen erhoben sich stolz Aber am schönsten waren die hohen Lindenbäume, die fast bis zum Dachfirst reichten und die Luft mit süßem Duft erfüllten Gegen Nordwesten, in einer Ecke des Gartens, stand ein großer Strauch mit Blüten wie Winterschnee und Sommergrün Es war ein Fliederstrauch, der erste, den Georg in solcher Pracht blühen sah Ihn und die Lindenbäume behirbt Georg während seines ganzen Lebens in der Erinnerung als Dänemarks Duft und Schönheit, welche seine Kinderseele bis in das Alter bewahrte Die Reise ging unaufhaltsam weiter Nun reiste man bequemer, denn gerade in Nöre Vosborg, wo der Fliederbaum in Blüte stand, fanden sie Fahrgelegenheit Sie trafen andere Gäste, die auch zum Begräbnis fest wollten, und zu diesen stiegen sie in den Wagen Freilich mussten sie rückwärts sitzen, auf einer kleinen Holzkiste mit eisernen Beschlägen Aber sie meinten, schlecht gefahren sei besser als gut gegangen Die Fahrt ging über die wellige Heide Die Ochsen, welche zogen, standen manchmal still, wenn sie an einem frischen Grasfleck zwischen dem Heidekraut kamen Es war seltsam, weit draußen eine Rauchsäule zu sehen, die hin und her wogte und doch blasser als die Luft war Man sah durch sie hindurch, es war, als ob die Sonnenstrahlen über die Heide schwebten und tanzten Das ist der loke Mann, der seine Schafherde treibt, sagten sie, und das war für Georg genug gesagt Er meinte, ins Land der Märchen hineinzufahren, und doch war es Wirklichkeit Wie still war es hier, groß und weit lag die Heide wie ein kostbarer Teppich Das Heidekraut stand in Blüte, die Zypressengrünen Warholderbüsche und die frischen Eichenschösslinge kamen wie Blumensträuße aus dem Heidekraut hervor Es war gar zu verlockend, sich darin umherzutummeln, wenn nur nicht die vielen giftigen Schlangen wären Von ihnen sprach man, und von den vielen Wölfen, die es hier gegeben hatte, weshalb auch dieser Landstrich, Kreis Wolfsburg, genannt wurde Der Alte, welcher fuhr, erzählte aus seines Vaters Zeit, wie die Pferde hier damals einen harten Kampf mit den jetzt ausgerotteten wilden Tieren gekämpft hätten Als er eines Morgens hinausgekommen wäre, hätte eins der Pferde auf einem getöteten Wolfe gestanden Aber seine Beine wären gänzlich zerfleischt gewesen Allzu schnell ging es über die raue Heide und durch den tiefen Sand Sie hielten vor dem Trauerhause, das innen und außen voller Fremder war Ein Wagen stand neben dem anderen, Pferde und Ochsen gingen auf der mageren Weide Große Sandhügel erhoben sich wieder heim Hinter dem Hofe erstreckten sie sich weit und breit Wie waren die hergekommen? Drei Meilen landeinwärts und ebenso hoch und mächtig wie am Meeresstrand Der Wind hatte sie aufgetürmt und fortgetrieben Sie hatten auch ihre Geschichte Trauergesänge wurden gesungen, einige Alte weinten Sonst wäre alles recht vergnügt gewesen, meinte Georg Essen und Trinken gab es in Fülle Die schönsten, fetten Aale Und auf die soll man ein Gläschen Brandwein trinken Dann bleiben die Aale, hatte der Aalhändler gesagt Und dieses Wort wurde hier allerdings zur Tat Georg war drinnen und draußen Am dritten Tage fühlte sich Georg hier so heimisch wie zu Hause in den Dünen Wo er all seine früheren Tage verlebt hatte Die Heide hier war an anderen Dingen reich Hier wucherten Heidekraut, Erdbeeren und Bigbeeren Groß und süß quollen sie hervor Man musste sich in Acht nehmen, um sie nicht mit dem Fuße zu zerquetschen Dass der rote Saft von dem Heidekraut tröpfelte Hier lag ein Hühnengrab, dort ein anderes Rauchsäulen stiegen in die stille Luft Das wäre der Heidebrand, sagte man, der weithin durch den Abend leuchtete Nun kam der vierte Tag Der Leichenschmaus war zu Ende Und sie wollten von den Landdünen wieder nach den Stranddünen zurück Unsere sind doch die Richtigen, sagte der Vater Diese haben keine Macht Und so wurde darüber gesprochen, wie sie hierher gekommen wären Es war allen recht verständlich Am Strande hatte man eine Leiche gefunden Und die Bauern hatten sie auf dem Kirchhof gebracht Da begannen die Sandwehen und das Meer brach gewaltsam herein Ein kluger Mann der Gemeinde riet, das Grab zu öffnen und nachzusehen Ob nicht der Begrabene lege und auf seinem Daumen söge Dann wäre es ein Meermann, den man begraben hätte Das Meer würde das Grab aufbrechen und ihn holen Das Grab wurde geöffnet Er lag und sog an den Daumen Und deshalb legte man ihn sofort auf eine Karre Spannte zwei Ochsen vor Und wie von der Tarantel gestochen Fuhren sie mit ihm über Heide und Moor zum Meere zurück Da hörten die Sandwehen auf Aber die Dünen stehen noch jetzt All dies hörte Georg Und er behielt es aus den glücklichsten Tagen seiner Kindheit Aus den Tagen des Leichenschmauses Schön ist es hinaus zu kommen Neue Gegenden und neue Menschen zu sehen Und Georg sollte noch weiter hinaus kommen Er war ein Kind noch Kaum 14 Jahre, da ging er zu Schiffe fort Kam hinaus und sah, was die Welt bietet Er lernte böses Wetter und harte See Bösen Sinn und harte Menschen kennen Er wurde Schiffsjunge Schlechte Kost und kalte Nächte Tauende und Faustschläge mussten ertragen werden Es machte wohl das hochadlige spanische Blut Das sein Mund von zornigen Worten überschäumte Aber es war am klügsten, sie bei sich zu behalten Und er hatte ein Gefühl, wie die Aale die gehäutet Zerschnitten und in die Pfanne gelegt werden Ich komme wieder, sprach es in ihm Die spanische Küste, das Vaterland seiner Eltern Die Stadt selbst, wo er in Wohlstand und Glück hätte leben sollen Bekam er zu sehen Aber er wusste nichts von seiner Heimat und seiner Verwandtschaft Und seine Familie wusste noch weniger von ihm Der arme Schiffsjunge bekam keine Erlaubnis an Land zu gehen Doch am letzten Tage, den das Schiff hier lag Kam er doch auf das feste Land Einkäufe sollten gemacht werden Und er sollte sie an Bord schleppen Da stand nun Georg in seinen jämmerlichen Kleidern Die aussahen, als wären sie im Rindstein gewaschen Und im Schornstein getrocknet Zum ersten Mal sah er, der Dünenbewohner Eine große Stadt Wie hoch waren doch die Häuser Wie eng die Straßen Wie wimmelte es von Menschen Einige drängten hierher, einige dorthin Es war wie ein ganzer Mehlstrom Von Städtern und Bauern, Mönchen und Soldaten Das war ein Schreien und Rufen Ein Klingeln der Glocken von Eseln und Maultieren Und dazwischen läuteten die Kirchenglocken Er tönte Sank und Klang, Hämmern und Klopfen Denn jeder Beruf hatte seine Wert statt In der Tür oder auf der Straße Dabei brannte die Sonne heiß Es war, als ob man in einem Backofen wäre Voller Mistkäfer und Maikäfer Voller Bienen und Fliegen, die summten und surrten Georg wusste nicht, wo er ging, noch stand Da sah er gerade vor sich Das mächtige Portal des Domes Die Lichter strahlten aus den halbdunklen Schiffen Und Weihrauchduft zog heraus Selbst der ärmste, zerlumpteste Bettler Wagte sich die Treppe hinauf Der Matrose, dem Georg folgte Nahm seinen Weg quer durch die Kirche Und Georg stand im Heiligtum Farbenprächtige Bilder strahlten aus goldenem Grunde hervor Die Mutter Gottes mit dem Jesuskinde Stand auf dem Altar zwischen Blumen und Lichtern Der Priester im Messgewand sank Und schöne geputzte Korknarben Schwangen kostbare silberne Rauchgefäße Das war eine Pracht, eine Herrlichkeit Es durchströmte Georgs Seele und überwältigte ihn Die Kirche und der Glaube seiner Eltern umfingen ihn Und ließen eine Seite in seiner Seele erklingen Dass sich seine Augen mit Tränen füllten Von der Kirche ging es zum Markt Er musste einen Teil der Küchen und Esswaren schleppen Der Weg war nicht kurz Er wurde müde und ruhte sich deshalb Vor einem großen, prächtigen Hause aus Das Marmorsäulen, Statuen und breite Treppen hatte Er lehnte seine Last auf die Mauer Aber da kam der Portier in Tressenrock Er hob den silberbeschlagenen Stock gegen ihn Und jagte ihn fort Ihn, den Enkel des Hauses Aber das wusste dort niemand Er am allerwenigsten Und er kam an Bord Wurde gestoßen und fand harte Worte Wenig Schlaf und viel Arbeit Das musste er erfahren Und es soll gut sein Wenn man in der Jugend Böses erduldet Sagt man Ja, wenn das Alter dann nur besser wird Die Zeit seiner Heuer war zu Ende Das Fahrzeug lag wieder in Ringkirbingfjord Er kam ans Land Und wieder heim zu den Husbidünnen Aber die Mutter war gestorben Während er auf der Reise gewesen war Es folgte ein strenger Winter Die Seestürme fuhren über Land und Meer Man konnte kaum vorwärts kommen Wie verschieden ist es doch in der Welt verteilt Hier eisige Kälte und wirbelnder Schnee Und in Spanien nur allzu starke brennende Sonnenhitze Und doch, wenn hier ein ruhiger, frostklarer Tag war Und Georg die Schwäne in großen Scharen über das Meer Über den Nisjumfjord nach Nörrefossberg fliegen sah Schien es ihm, dass man hier die beste Luft atmete Und wie schön war hier erst der Sommer In Gedanken sah er die Heide blühen Und mit reifen, saftigen Beeren bedeckt Die Lindenbäume und Fliedensträucher bei der Nörrefossberg Standen dann in Blüte Dahin musste er doch noch einmal Der Frühling stand vor der Tür Die Fischerei begann Georg half Er war im letzten Jahre gewachsen Und die Arbeit ging ihm rasch von der Hand Leben war in ihm Wassertreten konnte er, schwimmen und tauchen wie ein Fisch Oft wurde er gewarnt, sich vor den Makrelenschwärmen zu hüten Sie ergreifen den besten Schwimmer, ziehen ihn unter Wasser, fressen ihn Und dann ist es aus mit ihm Aber das wurde nicht Georgslos Sein Nachbar in den Dünen war ein Bursche namens Morten Mit ihm stand sich Georg gut Und beide nahmen heuer auf einem Schiffe nach Norwegen und Holland Niemals gab es Streitigkeiten zwischen den beiden Aber sie können leicht kommen Und ist man nur ein wenig heftiger Natur So macht man leicht zu starke Gebärden Das tat Georg einst, als sie auf dem Schiffe sozusagen über nichts in Streit geraten waren Sie saßen gerade hinter der Kajütenwand und aßen von einer leeren Tonne, die zwischen ihnen stand Georg hatte sein Taschenmesser in der Hand Er zückte es gegen Morten, während er kreideweiß wurde und der Hass ihm aus den Augen sah Und Morten sagte nur So bist du auch einer von denen, die gleich mit dem Messer zur Hand sind Kaum war es gesagt, so fuhr Georgs Hand wieder zurück Er sagte kein Wort Aß weiter und ging an seine Arbeit Als er fertig war, ging er zu Morten und sagte Schlage mich nur gleich ins Gesicht Ich habe es verdient Es war mir, als ob ein Topf in mir überkochen wollte Lass es gut sein, sagte Morten Und sie waren danach doppelt so gute Freunde Als sie dann zu den Dünen heimkamen, ins jüdische Land Und erzählten, was sie erlebt hatten Wurde auch davon gesprochen, Georg könnte überkochen Aber der Topf in ihm wäre doch ganz anständig Ein Jüte ist er ja nicht Einen Jüten kann man ihn auch nicht nennen Und das war witzig gesprochen von Morten Jung und gesund waren alle beide Gut gewachsen und von starken Gliedern Aber Georg war der geschmeidigste Drogen in Norwegen ziehen die Bauern auf die Almen Und lassen ihr Vieh auf den Bergen werden An der jüdischen Westküste Hat man inmitten der Dünen Hütten erbaut Die aus Schiffstrümmern gezimmert Und mit Heidetorf und Heideplacken gedeckt sind Die Schlafstellen liegen ringsum an den Wänden Und hier wohnen und schlafen die Fischer schon frühzeitig im Frühling Jeder hat seine Magd Seinen Lastesel, wie er sie nennt Und ihre Arbeit ist es, die Köder an die Angelhaken zu legen Die Fischer am Landungsplatz mit Warmbier zu empfangen Und Essen aufzutragen, wenn sie müde nach Hause kommen Die Lastesel schleppen die Fischer aus den Booten Und schneiden sie auf Sie haben gar viel zu tun Georg, sein Vater und ein paar andere Fischer Und ihre Mägde hatten zusammen eine Hütte Morten wohnte in der nächsten Eine der Mägde, Else, hatte Georg von klein auf angekannt Sie vertrugen sich gut miteinander Und passten in vielen Dingen gut zueinander Aber äußerlich waren sie durchaus ungleich Er war braun von Farbe Und sie weiß mit flaxgelbem Haar Ihre Augen waren so blau wie das Meer im Sonnenschein Eines Tages, als sie beisammen gingen Und Georg sie herzlich und fest bei der Hand hielt Sagte sie zu ihm Georg, ich habe etwas auf dem Herzen Lass mich deine Magd sein Denn du bist mir wie ein Bruder Aber Morten und ich sind Brautleute Doch lohnt es sich nicht mit anderen darüber zu sprechen Es war Georg, als ob sich der Dünnensand unter ihm bewegte Er sagte kein Wort Er nickte mit dem Kopfe Und das bedeutete dasselbe wie Ja Mehr bedurfte es nicht Aber er fühlte plötzlich in seinem Herzen Dass er Morten nicht leiden konnte Und je länger er darüber nachdachte Und vorher hatte er niemals so an Else gedacht Desto klarer wurde es ihm Dass Morten ihm das einzige gestohlen hatte Das er liebte Und das war Else Jetzt erst war es ihm klar geworden Ist die See bewegt Und die Fischer kehren in ihren Booten zurück Dann sieh, wie sie über die Riffe setzen Einer der Männer steht vorn aufrecht Die anderen achten auf ihn Und halten die Ruder still Welche sie vor der Riffe seitwärts auslegen Bis er ihnen das Zeichen gibt Dass die große Welle kommt Die das Boot hinüberheben soll Und sie hebt es Dass man vom Lande aus den Kiel zu sehen glaubt Im nächsten Augenblick ist es ganz von der See bedeckt Weder Boot noch Fischer noch Mast ist zu sehen Man sollte glauben das Meer hätte sie verschluckt Aber im nächsten Augenblick Kommt es wie ein mächtiges Seeungeheuer hervor Dass die Wogen hinaufklimmt Die Ruder bewegen sich wie seine gelenkigen Beine Beim zweiten und dritten Riff geht es wie beim ersten Und nun springen die Fischer ins Wasser Ziehen das Boot ans Land Und jeder Wellenschlag hilft ihnen Und gibt dem Boote einen tüchtigen Stoß Bis sie es auf dem Strande haben Ein falscher Befehl vor dem Riff Ein Zögern Und sie leiden Schiffbruch Dann wäre es mit mir und mit Morten vorbei Dieser Gedanke kam Georg draußen auf dem Meere Wo sein Pflegevater ernstlich krank geworden war Das Fieber schüttelte ihn Es war ein wenig vor dem äußersten Riff Als Georg aufsprang Vater lass mich Sagte er und sein Blick glitt über Morten Und über die Brandung hin Aber während sich jedes Ruder in den starken Händen bewegte Und die größte Woge kam Sah er in das bleiche Gesicht seines Vaters Und er vermuchte der bösen Eingebung nicht nachzugeben Das Boot kam heil über die Riffe und ans Land Aber der böse Gedanke lag ihm im Blute Es kochte und schäumte in ihm Jede kleine Faser, die in der Zeit ihrer Kameradschaft Infolge Zwistigkeiten aus ihrem Freundschaftsbande ausgeraut war Kam ihm in die Erinnerung Doch konnte er sie nicht zu einem Tau zusammenspleißen Und deshalb ließ er es sein Morten hatte ihn beraubt, das fühlte er Und das war genug, um ihn zu hassen Einige der Fischer bemerkten es, aber Morten nicht Er war immer noch wie vorher Hilfsbereit und gesprächig Und dieses ein wenig zu viel Georgs Vater musste sich zu Bett legen Und es wurde sein Sterbebett Er starb eine Woche später Und so erbte Georg das Haus in den Dünen Zwar nur ein geringes Haus, aber es war doch immer etwas So viel hatte Morten nicht Nun nimmst du wohl keine Heuer mehr Sondern bleibst immer bei uns, Georg, sagte ein alter Fischer Diesen Gedanken hatte Georg nicht Er dachte gerade daran, sich ein wenig in der Welt umzusehen Der Alhändler aus Fialtering Hatte einen Onkel, oben ins Kagen Er war Fischer, aber zugleich wohlhabender Kaufmann Der ein Schiff besaß Es sollte ein lieber alter Mann sein, bei dem gut zu dienen wäre Gammelhagen liegt an der Nordspitze Jütlands So weit von Hus bis Dünen entfernt, wie man hierzulande nur kommen konnte Und das war es gerade, was Georg am meisten gefiel Er wollte nicht einmal bis zur Hochzeit Elses und Mortens bleiben Die in einigen Wochen sein sollte Es wäre unklug, fortzugehen, meinte der Fischer Nun, da Georg das Haus hätte, würde Else ihn sicherlich lieber nehmen Georg gab darauf so kurze Antwort, dass es nicht leicht war, den Sinn zu erfassen Aber der Alte führte Else zu ihm Sie sagte nicht viel, aber sie sagte Du hast das Haus, das muss man bedenken Und Georg bedachte gar viel Das Meer schlägt hohe Wogen, das menschliche Herz oft höhere Manche Gedanken, starke und schwache, gingen Georg durch Kopf und Herz Und er fragte Else Wenn Morten ebenfalls ein Haus hätte, wen von uns beiden würdest du dann nehmen? Aber Morten hat keins und bekommt keins Aber denke dir, dass er eins hätte Ja, dann würde ich wohl Morten nehmen Denn ihn liebe ich Aber davon kann man nicht leben Und Georg dachte die ganze Nacht an die Antwort Es war etwas in ihm, worüber er sich aber keine Rechenschaft geben konnte Aber er hatte einen Gedanken Und der war stärker als seine Liebe zu Else Deshalb ging er zu Morten Und was er ihm sagte und tat, hatte er wohl überlegt Er überließ ihm zu den billigsten Bedingungen das Haus Er selbst wollte eine Heuer nehmen, dazu trieb es ihn Und Else küßte ihn auf den Mund, als sie es hörte, denn sie liebte ja Morten am meisten Ende von Teil 2 Von eine Geschichte aus den Dünen Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg Abschnitt 12 von Andersens Märchen Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org Andersens Märchen Ergänzungsband Von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Kapitel 10 Eine Geschichte aus den Dünen Teil 3 Am frühen Morgen wollte Georg fort Am Abend vorher, es war schon spät, bekam er Lust noch einmal Morten zu besuchen Er ging fort und in den Dünen traf er den alten Fischer, der nicht an seine Abreise glaubte Morten hätte sich sicherlich einen Zauber in die Hose genäht, sagte er, da die Mädchen so sehr verliebt in ihm wären Georg schlug die Rede in den Wind, sagte Lebewohl und ging nach dem Hause, wo Morten wohnte Er hörte drinnen laut reden Morten war nicht allein Georg wurde wankelmütig Mit Else wollte er nicht wieder zusammentreffen Und wenn er sich recht bedächte, sollte er lieber vermeiden, dass Morten ihm noch einmal Dank sagte Und deshalb kehrte er wieder um Am nächsten Morgen, ehe es Tag ward, schnürte er sein Bündel, nahm seinen Mundvorrat und ging die Dünen hinunter an den Meeresstrand, wo leichter als in den tiefen, sandigen Wegen fortzukommen und deshalb der kürzere Weg war Er wollte zunächst nach Fjaltering bei Bovbjerg, wo der Allhändler wohnte, dem er einen Besuch versprochen hatte Das Meer lag blank und blau Schalen und Muscheln lagen umher Sein Kinderspielzeug krachte unter seinen Füßen Indem er dahin ging, fing seine Nase an zu bluten Es ist nur ein geringer Umstand, aber auch er kann Bedeutung haben Ein paar große Blutstropfen fielen auf seinen Ärmel Er wischte sie ab, stillte das Bluten und es war ihm, als ob der Blutverlust ihm Kopf und Gedanken leichter gemacht hätte Im Sande blühte der Strandkohl Er brach einen Stängel ab und steckte ihn an den Hut Froh und frei wollte er sein, ging es doch in die weite Welt hinaus Vor die Tür den Fluss ein wenig hinauf, wie die Allkinder es wollten Nehmt euch vor den bösen Menschen in Acht, sie stechen, häuten und schneiden euch in Stücke Wiederholte er in seinen Gedanken und lachte dabei Er schlüpfte wohl noch mit heiler Haut durch die Welt Guter Mut ist gute Wehr Die Sonne stand schon hoch, als er sich der schmalen Einfahrt der Nordsee im Nüsumfort näherte Er sah zurück und gewahrte ein gutes Stück hinter sich zwei Reiter, denen andere folgten Sie beeilten sich, doch was ging es ihn an? Das Fährboot lag auf der anderen Seite der Einfahrt Georg rief, bis es kam und stieg hinein Aber, ehe er mit dem Fährmann bis in die Mitte gekommen war, kamen die Leute heran, die sich so sehr beeilt hatten Sie riefen und drohten und befahlen im Namen des Gesetzes Georg verstand nicht, was es bedeutete, aber er meinte, das Beste wäre, umzukehren Er ergriff selbst das eine Ruder und ruderte zurück Im nächsten Augenblick sprangen die Leute in das Boot Und ehe er etwas ahnte, banden sie ihm mit einem Tau die Hände zusammen Deine Schandtat wird dir dein Leben kosten, sagten sie Gut, dass wir dich fasten Es war nichts Geringeres als ein Mord, den er begangen haben sollte Man hatte Morden mit einem Messer im Halse erstochen gefunden Einer der Fischer hatte Georg gestern Abend getroffen, als er zu Morden ging Man wusste, dass es nicht das erste Mal war, dass Georg das Messer gegen ihn erhoben hatte Er musste der Mörder sein Es kam nur darauf an, ihn in sichere Haft zu bringen Ringkirpin war der rechte Ort, aber der Weg war weit Der Wind blies aus Westen Keine halbe Stunde brauchte man, um nach Skieroma überzusetzen Und von dort hatte man noch ein Viertel des Weges nach Nörre-Vosberg, dem starken Schloss mit Wall und Graben Im Bote befand sich ein Bruder des dortigen Verwalters Er meinte, sie würden wohl Erlaubnis erhalten, Georg ohne weiteres in das Loch zu sperren Wo die lange Margarete, die Zigeunerhexe, vor ihrer Hinrichtung gesessen hatte Georgs Verteidigung wurde nicht gehört Die Blutstropfen auf seinem Hemde sprachen zu deutlich gegen ihn Er war sich seiner Unschuld bewusst, und da er sich hier doch nicht rechtfertigen konnte, ergab er sich in sein Schicksal Sie stiegen gerade bei der Stelle ans Land, wo das Schloss des Ritters Bugge gestanden hatte Dorthin war Georg in den vier seligen, glänzenden Tagen seiner Kindheit mit seinen Pflegeeltern zum Leichenschmause gewandert Es ging wieder denselben Weg über die Wiese nach Nörre-Vosberg hinauf Dort stand der Fliederstrauch wieder in voller Blüte Dufteten wiederum die hohen Linden, und es düngte ihn, als wäre er gestern hier gewesen In dem westlichen Flügel des Schlosses ist unter der hohen Treppe ein Eingang, welcher zu einem niedrigen, gewölbten Keller führt Und von hier war die lange Margarete zur Richtstätte geführt worden Sie hatte fünf Kinderherzen gegessen, und sie glaubte, dass sie fliegen und sich unsichtbar hätte machen können, wenn sie noch zwei gegessen hätte In der Mauer befand sich ein kleines, enges Luftloch ohne Scheiben Aber die duftenden Linden draußen vermochten nicht, einen erquickenden Hauch hinabzusenden Drinnen war alles feucht und moderig Nur eine Pritsche stand da Aber ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen Und deshalb konnte Georg hier sanft ruhen Die dicke Bohlentür wurde geschlossen, eine Eisenstange vorgelegt Aber der Mar des Aberglaubens kriecht durch ein Schlüsselloch auf dem Herrensitz sowohl als in dem Fischerhause Sicherlich käme er auch hier herein, wo Georg nun saß und an die lange Margarete und ihre Untaten dachte Ihre letzten Gedanken hatten diesen Raum in der Nacht vor der Hinrichtung erfüllt Georg erinnerte sich all der Zauberkünste, die hier in alter Zeit ausgeübt waren, als der Gutsherr Svanwedel hier noch wohnte Und es war ja allgemein bekannt, dass noch jetzt der Kettenhund, welcher auf der Brücke stand, jeden Morgen an seiner Kette über das Geländer gehängt aufgefunden wurde Alles dies erfüllte und durchschauerte Georg, doch ein Sonnenstrahl leuchtete von außen zu ihm hinein Und das war die Erinnerung an den blühenden Flieder und die Lindenbäume Lange blieb er hier nicht Er wurde nach Ringkürping geführt, wo die Haft gleich strenge war Jene Zeiten gleichen nicht den heutigen Der arme Mann hatte es schwer Es war häufig genug, dass Bauernhöfe und Bauerndörfer in neue Herrensitze aufgingen und Kutscher und Diener vögte wurden Sie konnten wegen eines geringen Versehens den armen Mann um Hab und Gut bringen und ihn an den Pranger auspeitschen lassen Noch jetzt fand sich einer oder der andere dieser Art Und in dem jüdischen Land, weit entfernt von der Königsstadt Kopenhagen und den erleuchteten, wohlgesinnten Staatsmännern Bog man das Gesetz, wie man konnte Und das Geringste war es daher, dass Georgs Sache sich sehr in die Länge zog Es war bitterkalt, wo er saß Wann würde das Ende kommen? Unschuldig war er in Leid und Jammer gestürzt Das war sein Los, das ihm in dieser Welt beschert worden war Er hatte nun Zeit, darüber nachzudenken, weshalb er so in die Welt gestellt worden war Ja, das würde sich im anderen Leben, das uns sicherlich erwartet, aufklären Der Glaube war in dem armen Hause in ihm aufgewachsen Was in Spaniens Fülle und Sonnenschein nicht seinem Vater einleuchtete Wurde ihm in Kälte und Finsternis ein tröstendes Licht Eine Gnadengabe Gottes Und sie täuscht niemals Nun ließen die Frühlingsstürme sich hören Das Donnern der Nordsee hörte man meilenweit in das Land hinein Aber erst wenn der Sturm sich legte, tönte es wie von schweren Wagen Die zu Hunderten über einen harten und erhöhten Weg fuhren Georg hörte es in seinem Gefängnisse Und es war ihm eine Abwechslung Keine alte Melodie konnte ihn stärker ans Herz fassen Als die Töne des rollenden Meeres, des freien Meeres, auf dem man durch die Welt getragen wurde Mit dem Winde flog und wo man, wohin man auch kam, wie die Schnecke stets sein eigenes Haus bei sich hatte Man stand immer auf eigenem Grund und Boden, auf dem Boden der Heimat, selbst im fremden Lande Wie lauschte er auf das tiefe Rollen, wie wogten in seinen Gedanken die Erinnerungen durcheinander Frei, frei, glücklich sein, selbst in zerrissenen Schuhsohlen und im geflickten blauleinenden Kittel Etliche Mal loderte es heiß in ihm auf und er schlug mit der geballten Faust gegen die Mauer Wochen, Monate, ein ganzes Jahr waren vergangen Da griff man einen Vagabunden, Nils Tüff, der Pferdedieb, wie er genannt wurde, auf Und da kamen die besseren Zeiten Es wurde offenbar, wie großes Unrecht Georg erduldet hatte Nördlich vor Ringkirbingfjord, bei einem Kettner, der eine Schankwirtschaft hielt waren am Nachmittag vor Georgs Abreise aus der Heimat und vor dem Morde Morten und Nils zusammengetroffen Es wurden einige Glas getrunken Sie konnten freilich einem Manne nicht zu Kopfe steigen Aber sie setzten doch Mortens Mundwerk ein wenig zu sehr in Gang Er schnitt auf, erzählte, dass er einen Hof erhalten hätte und heiraten wollte Und als Nils ihn fragte, wo er das Geld dazu hatte, schlug er hochmütig auf seine Tasche und antwortete Es ist dort, wo es sein muss Diese Prallerei kostete ihm das Leben Als er ging, folgte Nils ihm und stach ihm das Messer in die Kehle, um das Geld zu nehmen, das nicht vorhanden war Es wurde weitläufig auseinandergesetzt Uns genügt zu wissen, dass Georg auf freien Fuß gesetzt wurde Aber was erhielt er als Entgelt für alles, was er gelitten hatte, in Jahr und Tag, im Gefängnis, in der Kälte, da er aus der Menschheit ausgestoßen war Ja, es wurde ihm gesagt, dass es ein Glück für ihn wäre, unschuldig zu sein Er könne nun gehen, wohin er wolle Der Bürgermeister schenkte ihm 10 Mark Reisegeld Und mehrere Bürger des Städtchens gaben ihm gut zu essen und zu trinken Es gab doch noch gute Menschen Nicht alle stechen, häuten und legen in die Pfanne Aber das Beste von allem war, dass der Kaufmann Brönne aus Skagen, bei dem Georg vor einem Jahr Stellung nehmen wollte Gerade in diesen Tagen in Geschäften nach Ringköping gekommen war Er hörte von der Sache, und da er ein Herz hatte, verstand und fühlte er, was Georg gelitten hatte Nun wollte er es gut machen, ja, mehr als das, wollte ihn erfahren lassen, dass es auch gute Menschen gebe Aus dem Gefängnis ging es zur Freiheit, zum Himmelreich, zur Liebe und zur Herrlichkeit Ja, das sollte er erproben Kein Becher des Lebens erhält nur Wermut Kein guter Mensch kann einem Menschenkinder nur den bitteren Kelch reichen Und sollte da Gott, der Allgütige, es können? Lass uns alles begraben und vergessen sein, sagte Kaufmann Brönne Wir wollen einen dicken Strich durch das letzte Jahr machen Den Kalender verbrennen wir Und in zwei Tagen reisen wir in das friedliche, gesegnete und fröhliche Skagen Man nennt es einen entlegenen Winkel des Landes Aber es ist ein gesegneter Winkel hinterm Ofen Mit offenen Fenstern in die weite Welt hinaus Das war eine Reise Man konnte wieder recht atmen Hinauszukommen aus dem Gefängnis in den warmen Sonnenschein Die Heide stand mit tausend Blüten, ein weites Blumenmeer Und der Hirtenknabe saß auf dem Hühnengrab Und spielte auf seiner Flöte, die er aus einem Schafknochen geschnitzt hatte Die Fata Morgana, die schöne Spiegelung der Wüste Zeigte sich mit hangenden Gärten und schwimmenden Wäldern Und auch jene seltsame, leichte Luftwelle, die man Lokemann nennt, der eine Herde treibt Gegen dem Limpfjord nach Skagen ging die Reise Woher die Männer mit den langen Bärten, die Longobarten einst ausgewandert waren Als in einer Hungersnot unter König Snio alle Kinder und Greise getötet werden sollten Aber das edle Weib Gambaruk, die dort Landbesitz hatte, schlug vor Dass die Jugend lieber aus dem Lande ziehen sollte Das wußte Georg, so gelehrt war er Und kannte er auch nicht das Land der Longobarten hinter den großen Alpen So wußte er doch, wie es dort aussehen mußte Er war ja selbst als Knabe im Süden, in Spanien gewesen Er erinnerte sich der aufgestapelten Fruchthaufen, der roten Granatblütern, des Summens, Brummens und des Glockenklangs in dem großen Bienenkorb der Städte Aber am schönsten ist es doch im Lande der Heimat, und Dänemark war Georgs Heimat Endlich erreichten sie Wendliskaga, wie Skagen in alten nordischen und isländischen Schriften genannt wird Meilenweit von Dünen und Ackerland unterbrochen, erstreckt sich und erstreckte sich schon damals Gammelskagen mit West- und Oststadt bis zum Leuchtturm von Grenen Häuser und Gehöfte lagen wie noch heutigen Tags Zerstreut zwischen den aufgewehten, veränderlichen Sandhügeln Ein Wüstenstrich, wo sich der Wind in dem losen Sand wälzt Und wo Möwen, Seeschwalben und wilde Schwäne sich hören lassen So dass es durch das Trommelfell schneidet Eine Meile südwestlich von Grenen liegt Höhen oder Gammelskagen Hier wohnte Kaufmann Brünne Hier sollte Georg leben Das Haus war geteert Die kleinen Nebengebäude hatten ein umgestülptes Boot zum Dach Schiffstrümmer waren zu Schweinsstellen zusammengeschlagen Eine Einfriedung war nicht vorhanden Es gab ja nichts einzufriedigen In langen Reihen aber hingen auf Schnüren Eine immer über der anderen Aufgeschnittene Fische, um in Winde zu trocknen Der ganze Strand war mit verfaulten Heringen überhäuft Das große Schleppnetz kam schwerlich ins Wasser Ehe nicht die Heringe fuderweise ans Land gezogen waren Es gab ihrer zu viele, man warf sie wieder ins Meer Oder ließ sie liegen und verfaulen Die Frau und die Tochter des Kaufmanns, ja auch das Hausgesinde Kamen jubelnd herbei, als der Vater heimkehrte Das war ein Händedrücken, ein Rufen und ein Erzählen Und was ein liebes Gesicht, und wie schöne Augen hatte doch die Tochter Die Räume des Hauses waren behaglich und groß Schüsseln mit Fischen wurden aufgetragen Goldbutten, die ein König ein Prachtgericht genannt haben würde Und Wein aus den Weinbergen Skagens, aus dem weiten Meere Die Trauben rollten gekeltert ans Land In Fässern sowohl als in Flaschen Als Mutter und Tochter erfuhren, wer Georg wäre Und dass Georg unschuldig und schwer gelitten hätte Da leuchteten ihre Augen noch freundlicher Am freundlichsten aber erglänzten die Augen der Tochter Der holden Jungfrau Clara Er fand ein gesegnetes Heim in Gammelskagen Das tat seinem Herzen wohl Und Georg Herz hatte viel erprobt Auch der liebe bitteren Trank, der hart oder weich macht Georgs Herz war noch weich Es war so jung, es hatte noch einen Platz zu vergeben Und daher traf es sich sicher sehr glücklich Dass gerade in drei Wochen Jungfrau Clara Mit einem Schiff nach Christiansand in Norwegen hinauf sollte Um eine Tante zu besuchen Und dort den ganzen Winter zu bleiben Am Sonntag vor der Abreise waren sie alle in der Kirche zum Abendmahl Groß und stattlich war die Kirche Schotten und Engländer hatten sie vor mehreren Jahrhunderten In der Nähe der Stelle erbaut, wo nun die Stadt liegt Etwas baufällig war sie geworden Und der Weg durch den tiefen Sand hinauf und hinab War sehr beschwerlich Doch man ertrug es gern, um in Gottes Haus zu kommen Fromme Lieder zu singen und die Predigt zu hören Der Sand ging schon über die Ringmauer des Kirchhofes hinüber Aber die Gräber hatte man bis jetzt noch von den Sandwehen freihalten können Es war die größte Kirche nördlich vom Limpfjord Die Jungfrau Maria mit der Goldkrone auf dem Haupte und dem Jesuskinde in dem Arme Stand wie lebend in dem Altarschrein Im Chor standen die heiligen Apostel geschnitzt Zu oberst der Wand sah man die Porträts der alten Bürgermeister und Ratsherren Mit Namen und Jahr ihrer Wirksamkeit Die hölzerne Kanzel war reich verziert Freundlich schien die Sonne in die Kirche auf den blanken Messingkronleuchter Und das kleine Schiff, die von der Decke her niederhingen Georg war von einem heiligen, kindlich reinen Gefühle überwältigt Wie damals, als er als Knabe in der reichen Kirche Spaniens stand Aber hier hatte er das Bewusstsein, dass er mit zur Gemeinde gehörte Nach der Predigt war das Abendmahl Er genoss mit den anderen das Brot und den Wein Es traf sich, dass er gerade an der Seite der Jungfrau Clara kniete Doch seine Gedanken waren so auf Gott und die heilige Handlung gerichtet Dass er erst beim Aufstehen bemerkte, wer sein Nachbar gewesen war Und er sah die salzige Träne ihre Wange hinabrollen Zwei Tage später reiste sie nach Norwegen ab Georg machte sich im Hause und bei der Fischerei nützlich Und es gab damals mehr Fische zu fangen als heutzutage Die Makrelenschwärme schimmerten durch die dunkle Nacht Und zeigten, wo sie waren Die Knorrhähne knurrten Und die Schwarzfische gaben ein jämmerliches Geheul von sich, wenn sie gejagt wurden Die Fische sind nicht so stumm, wie man denkt Georg war stummer in dem, was er verbarg Aber es kommt wohl noch einmal hervor Jeden Sonntag, wenn er in der Kirche saß Und seine Augen auf das Bild der Mutter Maria im Altarschrein heftete Ruten sie auch eine Weile auf der Stelle, wo Jungfrau Clara an seiner Seite gekniet hatte Und er dachte an sie und wie herzensgut sie gegen ihn gewesen war Das Spätjahr kam mit Regen und Tauschnee Das Wasser stieg und überflutete ganz Skagen Der Sand konnte nicht alles Wasser einschlucken Man musste durch die Straßen warten oder gar mit einem Boote fahren Die Stürme warfen Schiffe über Schiffe auf die totbringenden Riffe Es gab Schneestürme und Sandstürme Der Sand legte sich um die Häuser, sodass die Leute zum Schornstein hinauskriechen mussten Allein das war nichts Besonderes hier oben Warm und behaglich war es im Zimmer Heidetorf und Wrackholz knitterten und knatterten im Ofen Und der Kaufmann Brünne las laut aus einer alten Chronik vor Las von dem Prinzen Hamlet von Dänemark, der aus England hier ins Land herüber kam Und bei Bovberg eine Schlacht lieferte Bei Ramme war sein Grab, nur ein paar Meilen von dem Orte entfernt, wo der Aalhändler wohnte Gleich einem großen Friedhofe erhoben sich dort auf der Heide Hühnengräber zu Hunderten Kaufmann Brünne hatte selbst einst Hamlets Grab besucht Es wurde von alten Zeiten erzählt Von den Nachbarn, den Engländern und Schotten Und Georg sang das Lied vom Sohne des englischen Königs Von dem prächtigen Schiff, das so reich ausgestattet war Vergoldet war's von Bord zu Bord Drauf stand geschrieben Gottes Wort Der Königssohn nahm Liebe warm Die Jungfrau fest in seinem Arm Besonders diesen Vers sang Georg so innig Seine Augen leuchteten dabei, sie waren ja auch schwarz und glänzend von seiner Geburt an Es wurde gesungen und gelesen Wohlstand war dort zu Hause Das Familienleben schien auch die Haustiere zu umschließen Und sie wurden gut gehalten In Reihen schimmerten die blank gescheuerten Zinnteller Und unter der Decke hingen Würste und Schinken Wintervorräte gab es in Fülle Das können wir heute noch in manchen reichen Bauernhöfen drüben an der Westküste sehen Lebensmittel bis unter das Dach hinauf Und größte Reinlichkeit in den Stuben Klugheit und frohe Laune haben in jüngster Zeit dort merklich zugenommen Gastfreundschaft herrscht dort wie im Zelte des Arabas Niemals vorher hatte Georg eine so fröhliche Zeit verlebt, seit er als Knabe vier Tage beim Leichenschmaus war Und doch war Jungfrau Clara fort, nur nicht aus den Gedanken und den Gesprächen Im April sollte ein Schiff nach Nordwegen hinaufgehen und Georg sollte mit Das konnte seine gute Laune nur erhöhen Und Fleisch hätte er auf den Knochen, sagte Mutter Brünne Es wäre eine Freude, ihn anzusehen Und dich anzusehen nicht minder, sagte der alte Kaufmann Georg hat die Winterabende und dich, Mütterchen, neu belebt Du bist in diesem Jahre jünger geworden Du siehst gut und heiter aus Du warst ja auch das schönste Mädchen in Viborg Und das sagt viel, denn dort habe ich immer die schönsten Mädchen gefunden Georg sagte nichts dazu Das schickte sich nicht Aber er dachte an ein Mädchen aus Kagen Und zu ihm segelte er hinauf Das Schiff legte in Christians Sand an Es war mit günstigem Wind in einem halben Tage hinaufgefahren Eines Morgens ging Kaufmann Brünne nach dem Leuchtturm hinaus Der weit vom Gammelskagen in der Nähe von Gränen liegt Die Kohlen auf der Drehscheibe waren längst erloschen Und die Sonne stand bereits hoch, als er auf dem Turme angelangte Eine ganze Meile über den äußersten Punkt des Landes hinaus Erstreckten sich unter dem Wasser die Sandbänke Vor denselben zeigten sich heute viele Schiffe Und unter denselben glaubte man mit einem Fernrohr Karren Brünne, so hieß das Schiff des Kaufmanns, zu erkennen Und so war es Es war in voller Anfahrt Georg und Klara waren an Bord Skagens Leucht und Kirchturm zeigten sich ihnen Wie ein Reier und ein Schwan auf dem blauen Wasser Klara saß an der Reling Und sah nach und nach die Dünnen auftauchen Ja, blieb der Wind stetig Konnten sie in einer Stunde in der Heimat sein So nahe waren sie ihr und der Freude So nahe waren sie dem Tode Und der Todesangst Da barst eine Planke im Schiffe Das Wasser drängte herein Es wurde gedichtet und gepumpt Alle Segel beigesetzt und die Notflagge gehisst Sie waren noch eine ganze Meile entfernt Fischerboote waren zu sehen, aber in weiter Entfernung Der Wind trieb sie gegen das Land Die Wellen halfen, aber nicht genügend Das Schiff sank Georg schlang seinen rechten Arm fest um Klara Mit welchem Blick sah sie ihm in die Augen Als er sich in Gottes Namen mit ihr in das Meer stürzte Sie stieß einen Schrei aus Aber sie konnte sicher sein, er würde sie nicht loslassen Was das Heldenlied sang Der Königssohn nahm Liebe warm Die Jungfrau fest in seinem Arm Das übte Georg in der Stunde der Gefahr und der Angst Nun kam es ihm zu statten, dass er ein tüchtiger Schwimmer war Er arbeitete sich mit den Füßen und einer Hand vorwärts Die andere hielt er fest um das junge Mädchen Er ruhte in dem Wasser, trat es mit den Füßen Führte alle Bewegungen aus, die er kannte und wusste Um Kräfte genug zu haben, das Land zu erreichen Er hörte sie einen Seufzer ausstoßen Er fühlte ein krampfhaftes Zittern durch ihren Körper fahren Und er hielt sie fester Eine einzelne Welle schlug über sie hin Die Strömung hob sie Das Wasser war tief und klar Einen Augenblick glaubte er, die schimmernden Makrelenschwärme dort unten zu sehen Oder war es der Leviathan selber, der ihn verschlingen wollte? Die Wolken warfen Schatten über das Wasser Und wieder erglänzte es im Sonnenlicht Schreiende Vögel zogen in großen Schwärmen über sie hin Und die wilden Enten, die schwer und schläfrig auf dem Wasser dahintrieben Flogen erschreckt vor dem Schwimmer auf Aber seine Kräfte nahmen ab, er fühlte es Das Land war noch einige Kabellängen entfernt Doch Hilfe kam, ein Boot näherte sich Aber unter dem Wasser stand, er sah es deutlich Eine weiße, starre Gestalt Eine Woge hob ihn Eine Gestalt näherte sich Er empfand einen Stoß Es wurde Nacht und alles schwand um ihn Auf der Sandbank stand ein Schiffswrack Die See überflutete es Die weiße Figur am Buchsprit Stützte sich auf einen Anker Dessen scharfe Spitze gerade bis zum Wascherspiegel reichte Georg war dagegen gestoßen Die Strömung hatte ihn mit vermehrter Kraft dagegen getrieben Ohnmächtig sank er mit seiner Last Doch die nächste Welle hob ihn und das junge Mädchen wieder empor Fischer ergriffen sie und zogen sie ins Boot Blut strömte über Georgs Gesicht Er lag wie tot Aber das Mädchen hielt er fest umklammert so dass sie es ihm aus Arm und Hand reißen mussten Leichenblass, leblos und ausgestreckt lag sie im Bote, das auf Skagels Spitze zusteuerte Alle Mittel wurden angewendet, Clara ins Leben zurückzubringen Doch sie war tot Lange war Georg draußen mit einer Leiche geschwommen hatte sich für eine Tote gemüht und entkräftet Georg atmete noch Man trug ihn nach dem nächsten Hause in den Dünen Ein Schmied und Kleinhändler, der zugegen war und zur Not Fälscherdienste verrichtete verbannt Georg, bis am nächsten Tage der Arzt aus Schöring geholt werden sollte Das Gehirn des Kranken war angegriffen Er lag in Raserei und stieß wilde Schreie aus Am dritten Tage versank er in einen Schlummer Das Leben hing nur an einem Faden Und das er riss, sagte der Arzt, wäre das Beste, was man Georg wünschen könnte Lasst uns zu Gott beten, dass er dem Tode entrinnt Er ist immer ein Mensch Aber das Leben entrann ihm nicht Der Faden wollte nicht reißen Aber die Erinnerung zerriss Das Band seiner Geistesfähigkeiten war zerschnitten Das war grässlich Nur der Körper blieb zurück Ein Körper, der die Gesundheit wieder erhalten sollte Im Hause des Kaufmanns Brünne blieb er Er hat ja den Todesstoß erhalten, als er unser Kind retten wollte sagte der alte Mann Jetzt ist er unser Sohn Blödsinnig, nannte man Georg Aber das war nicht das rechte Wort Er war wie ein Instrument, dessen Saiten sich gelockert hatten und nicht mehr klingen konnten Nur in einigen Augenblicken, für wenige Minuten erhielten sie ihre alte Spannkraft zurück und sie klangen Alte Melodien erklangen, aber nur wenige Takte Bilder entrollten sich und verdämmerten Dann saß er wieder stier und gedankenleer da Aber wir dürfen glauben, dass er nicht litt Die dunklen Augen verloren ihnen Glanz sie glichen einem schwarzen, behauchten Glase Der arme, blödsinnige Georg, sagte man Das war er, der unter dem Herzen seiner Mutter einem Erdenleben entgegengetragen worden war so reich und glücklich, dass es ein Übermut, ein entsetzlicher Stolz war ein Leben nach dem Tode zu wünschen Alle die großen Fähigkeiten der Seele wären also verspielt Nur schwere Tage, Schmerz und Enttäuschungen wären ihm zuerteilt Eine Prachtzwiebel wäre aus dem reichen Erdboden gerissen und in den Sand geworfen, um zu verfaulen Das nach Gott geschaffene Bild hätte keinen besseren Wert Ein Spiel des Zufalls wäre nur das Ganze, wäre alles Nein, Gottes Allliebe, Allgüte muss und wird ihm in anderen Leben einen Entgelt geben für das, was er hier litt und entbehrte Der Herr ist barmherzig und seine Güte wäre ewiglich Diese Worte aus dem Psalm Davids sprach die alte, fromme Kaufmannsfrau voll Glauben und Zuversicht Und das Gebet ihres Herzens war, dass Gott bald Georg erlösen möge und er nach Gottes Gnade zum ewigen Leben eingehen könne Ende von einer Geschichte aus den Dünen Teil 3 Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg Abschnitt 13 von Andersens Märchen Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Kapitel 10 Eine Geschichte aus den Dünen Teil 4 Auf dem Kirchhof, wo der Sand über die Mauer dahin fegte, lag Clara begraben. Es schien, als ob Georg gar nicht daran dachte. Es gehörte nicht in das Reich seiner Gedanken. Sie erhoben sich nur in Bruchstücken aus seiner Vergangenheit. Jeden Sonntag folgte er der Familie zur Kirche und saß still mit gedankenleerem Blick da. Eines Tages stieß er während des Gesangs einen Seufzer aus. Seine Augen leuchteten. Sie waren auf den Altar gerichtet, auf die Stelle, wo er vor mehr als Jahr und Tag neben seiner toten Freundin gekniet hatte. Er nannte ihren Namen, wurde bleich wie ein Tuch und Tränen rollten seine Wangen hinab. Man half ihm aus der Kirche und er sagte, dass er sich wohlfühle, dass es ihm nicht schiene, als ob ihm etwas fehle. Er hatte keine Erinnerung daran. Er, der von Gott geprüfte, der von Gott verworfene. Und Gott, unser Schöpfer, ist allweise und allgütig. Wer kann es bezweifeln? Unser Herz und unser Verstand bekennen es. Die Bibel bekräftigt es. Seine Güte wehret ewiglich. In Spanien, wo zwischen Orangen und Lorbeheinen die vergolderten maurischen Kuppeln von warmen Lüften umwogt glänzen, wo Lieder und Kastagnetten erklingen, saß in dem prachtvollen Hause ein kinderloser Greis, der reichste Kaufmann. Durch die Straßen zogen Kinder in Prozessionen und wehenden Fahnen. Wie viel seines Reichtums hätte er nicht dahin gegeben, wenn er seine Kinder noch besäße, seine Tochter oder ihr Kind, welches vielleicht niemals das Licht der Welt erblickt hatte und deshalb auch niemals das Licht der Ewigkeit des Paradieses sehen werde. »Armes Kind!« »Ja, armes Kind!« »Wirklich ein Kind und doch schon über 30 Jahre!« So alt war Georg in Gammelskagen geworden. Der Flugsand hatte sich über die Gräber gelegt, bis an die Kirchenmauer hinauf. Aber die Toten mussten und wollten doch bei den Vorausgegangenen, bei Verwandten und Freunden begraben werden. Kaufmann Brönne und seine Frau ruhten hier bei ihren Kindern unter dem weißen Sande. Es war im Frühjahr die Zeit der Stürme. Die Dünen rauchten, das Meer schlug hohe Wellen. Die Vögel flogen in großen Scharen wie Wolken im Sturme schreiend über die Dünen. Schiffbruch auf Schiffbruch folgte auf den Sandbänken von der Spitze Skagens bis zu den Dünen von Husby. Eines Nachmittags saß Georg allein in der Stube. Dämmerte es in seiner Seele? Ein Gefühl der Unruhe erfasste ihn, das ihn in jüngeren Jahren in die Dünen und auf die Heide hinaustrieb. »Heim, heim«, sagte er. Niemand hörte ihn. Er ging zum Hause hinaus in die Dünen hinein, Sand und kleine Steine wirbelten umher und flogen ihm ins Gesicht. Er ging auf die Kirche zu. Der Sand lag an der Mauer bis halb zu den Fenstern hinauf. Aber um einen Gang frei zu haben, hatte man den Sand beiseite geworfen. Die Kirchentür war nicht geschlossen und leicht zu öffnen. Georg ging hinein. Der Wind fuhr heulend über die Stadtskagen. Es war ein Orkan, wie sich kein Mensch erinnern konnte, je einen erlebt zu haben. Ein entsetzliches Wetter Gottes. Aber Georg war im Hause des Herrn. Während es draussen dunkle Nacht wurde, wurde es in ihm hell. Es war das Licht der Seele, das nie erlischt. Er fühlte, wie der schwere Stein, der auf seinem Kopf lag, mit einem Knall zersprang. Er glaubte, den Klang der Orgel zu hören. Aber es war der Sturm und das rollende Meer. Er setzte sich in den Kirchenstuhl und Lichter wurden angezündet, Licht auf Licht, eine unendliche Zahl, wie er es nur in Spanien gesehen hatte. Und die Bilder der alten Ratsherren und Bürgermeister wurden lebendig. Sie traten aus den Wänden hervor, wo sie seit Jahren gestanden hatten, und setzten sich in den Chor. Die Pforten und Türen der Kirche öffneten sich, und hereintraten alle die Toten in der festlichen Tracht ihrer Zeit. Sie kamen unter einer schönen Musik und setzten sich in die Stühle. Kirchenlieder ertönten gleich dem rollenden Meere, und seine alten Pflegeeltern aus den Husbidünen waren hier, und der alte Kaufmann Brönne und seine Frau ebenfalls. Und an ihrer Seite, dicht neben Georg, saß ihre sanfte, liebliche Tochter. Sie erreichte Georg die Hand. Sie traten vor dem Altar, wo sie früher gekniet hatten. Der Priester legte ihre Hände zusammen und weihte sie für ein Leben in Liebe. Da brausten die Töne der Posaunen, wunderbar wie Knabenstimmen vor Sehnsucht, Lust und Freude. Sie schwollen an zu Orgelgesang, zu einem Orkan voller erhebender Töne holzselig anzuhören und doch mächtig genug, um die Grabsteine zu sprengen. Und das Schiff, welches im Chor hing, glitt vor den beiden nieder. Es war so groß und prächtig mit seidenen Segeln und vergoldeten Rahen. Die Anker waren von rotem Golde, und jedes Tau war mit Seide umspannen, wie es in dem alten Liede heißt. Das Brautpaar ging an Bord, und die ganze Kirchengemeinde folgte, und es war Platz und Herrlichkeit für alle vorhanden. Und die Wände und das Gewölbe blühten von Flieder und duftenden Linden, sanft säuselten die Zweige und Blätter. Sie neigten sich, gingen auseinander, und das Schiff erhob sich und segelte mit ihnen durch das weite Luftmeer. Jedes kleine Kirchenlicht wurde ein kleiner Stern, und die Winde stimmten den Kirchengesang an, und alle sangen mit. In Liebe zur Herrlichkeit! Kein Leben soll verloren gehen! Glückselig und froh! Halleluja! Das waren seine letzten Worte in dieser Welt. Das Band zerriss, welches die unsterbliche Seele hielt. Ein toter Körper lag nun in der finsteren Kirche, über welche die Stürme sausten und sie mit Flugsand umwirbelten. Der nächste Tag war ein Sonntag. Gemeinde und Pfarrer kamen zum Gottesdienst. Der Weg hierher war beschwerlich, durch den Sandsturm fast unwegsam. Und nun, als sie hier waren, lag ein großer Sandhügel vor der Kirchentür. Der Pfarrer las ein kurzes Gebet, sagte, dass Gott die Tür zu diesem seinem Hause geschlossen hatte, sie müssten nun gehen, um an anderer Städte ein neues zu erbauen. Dann sangen sie ein Lied und wanderten zu ihren Behausungen zurück. Georg war nicht zu finden, weder in der Stadt Skagen noch in den Dünen, wo sie ihn auch suchten. Die weit auf den Sand rollenden Wellen hätten ihn wohl mit sich gezogen, hieß es. Sein Körper lag in dem größten Sarkophag begraben, in der Kirche selbst. Gott selbst hatte im Sturm Erde auf seinen Sarg geworfen. Die schwere Sandschicht lag und liegt noch heute dort. Die Sandwehen haben die mächtigen Gewölbe bedeckt. Sanddorn und wilde Rosen wachsen über die Kirche hin, über welche der Wanderer nun zu ihrem Turm hinschreitet, der über den Sand hervorragt, wie ein mächtiger Leichenstein, meilenweit sichtbar. Kein König hat ein prächtigeres Grab. Niemand stört die Ruhe des Toten. Niemand wusste, niemand weiß es bis jetzt. Der Wind sank es mir in den Dünen. Ende von einer Geschichte aus den Dünen Teil 4 Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg Abschnitt 14 von Andersens Märchenergänzungsband Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Fritz Savira Andersens Märchenergänzungsband von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Die Muße des neuen Jahrhunderts Die Muße des neuen Jahrhunderts Welche unsere Kindeskinder vielleicht erst ein fernes Geschlecht erkennen wird Aber wir noch nicht, wann offenbart sie sich? Wie sieht sie aus? Wovon singt sie? Welche Seiten der Seele rührt sie? Zu welchem Höhepunkt erhebt sie ihr Zeitalter? Das sind viele Fragen in unserer geschäftigen Zeit Wo einem die Poesie fast im Wege steht Und wo man bestimmt weiß, dass vieles Unsterbliche Was unsere Gegenwartssichter schreiben In kommender Zeit sich nur als Kohle in Schrift auf den Gefängnismauern findet Von wenigen Neugierigen gesehen und gelesen Die Poesie muss fest eingreifen Muss wenigstens zu den Parteikämpfen auffordern, wo Blut und Tinte fließt Das ist einseitig gesprochen, sagen viele Die Poesie ist in unserer Zeit nicht vergessen Nein, es gibt noch Menschen, die an ihrem blauen Montag einen Drang nach Poesie fühlen Und wenn sie ihr geistiges Knurren in ihren respektiven edleren Teilen empfinden Sicherlich einen Boten in den Bücherladen schicken und für ganze vier Groschen Poesie kaufen Die Bestempfohlene Andere lassen es sich genügen, wenn sie dieselbe als Zugabe erhalten Oder sind zufriedengestellt Ein Stück auf der Tüte eines Gewürzkrämers lesen zu können Das ist billiger Und auf Billigkeit muss man in unserer geschäftigen Zeit doch Rücksicht nehmen Das Bedürfnis bleibt bei dem, was wir haben Das ist genug Zukunftspoesie Zukunftsmusik gehören zu den Don Quichotterien Sprich von ihnen Und es ist, als ob man von Reiseentdeckungen auf dem Uranus spricht Die Zeit ist zu kurz und kostbar für das Spiel der Fantasie Und was ist? Lasst uns einmal recht vernünftig sprechen Was ist denn Poesie? Diese klingenden Ergüsse der Gefühle und Gedanken sind nur Schwingungen und Bewegungen der Nerven Alles Begeisterung, Freude, Schmerz Ja selbst das materielle Streben ist, sagt uns der Gelehrte, nur Nervenschwingung Jeder von uns ist ein Seitenspiel Aber wer greift in ihre Seiten? Wer lässt sie schwingen und tönen? Der Geist, der unsichtbare Geist der Gottheit Er lässt durch sie seine Bewegung, seine Stimmung erklingen Und sie von den anderen Seitenspielen verstanden werden Sodass sie in zusammenstimmenden Akkorden oder in widerstreitenden Dissonanzen erklingen So war es, so bleibt es in dem großen Fortschritt der Menschheit zum Freiheitsbewusstsein Jedes Jahrhundert Jedes Jahrtausend, kann man auch sagen, findet den Ausdruck seiner Größe in der Poesie Er ist in dem abgeschlossenen Zeitraum geboren Aber er tritt hervor und herrscht in dem neuen kommenden Zeitraum Mitten in unserer geschäftigen, maschinenbrausenden Zeit Ist sie bereits geboren, sie, die neue Muse des Jahrhunderts Wir senden ihr unseren Gruß Sie hört ihn, oder liest ihn wohl einmal Vielleicht zwischen den Kohle-Entschriften, von denen wir sprachen Ihr Wiegen ging von dem äußersten Punkte aus, den der menschliche Fuß auf den Nordpol-Umsegelungen betrat und wo das lebendige Auge so weit in die schwarzen Kohlensäcke des Polarhimmels hineinsah Wir hörten die Bewegung nicht vor den klappernden Maschinen dem Pfeifen der Lokomotiven und dem Sprengen materieller Fesseln und alter Geistesfesseln In der großen Fabrik der Gegenwart ist sie geboren wo der Dampf seine Kräfte übt und Meister blutlos und seine Gesellen sich Tag und Nacht abmühen Sie besitzt des Weibes großes, liebesvolles Herz mit der Flamme des Festalin und dem Feuer der Leidenschaft Sie erhielt den Blitzstrahl des Verstandes in allen Farben des Prismas, der durch Jahrtausende wechselt aber nur nach den Modefarben geschätzt wird Das mächtige Schwanengefieder der Fantasie ist ihre Pracht und ihre Stärke Die Wissenschaft webte es und die Urkräfte gaben ihm Schwungkraft Väterlicherseits ist sie ein Kind des Volkes gesund in Gefühl und Gedanken, mit Ernst im Auge und Lachen auf den Lippen Die Mutter ist die hochgeborene, akademisch gebildete Immigrantentochter mit den goldenen Rokoko-Erinnerungen von beiden Eltern, hat die Muse des neuen Jahrhunderts Blut und Seele in sich Herrliche Patengeschenke wurden ihr in die Wiege gelegt Die verborgenen Rätsel der Natur hat man samt der Auflösung wie Zuckerwerk vor ihr ausgestreut Mit der Taucherglocke holte man ihr wunderbare Nippes aus der Tiefe des Meeres herauf Die Himmelskarte, dieser hängende, stille Ozean mit den Myriaden von Inseln, von denen jede eine Welt ist, wurde ihr als Kleid gegeben Die Sonne malt ihr Bilder und die Fotografie muß ihr Spielzeug abgeben Ihre Amme hat ihr von dem Skalden Aiwind von Firdusi den Mindesängern vorgesungen Und was Heine in knabenhaftem Mutwillen aus seiner echten Dichterseele sang Viel, allzu viel hat die Amme ihr erzählt Sie kennt die Edda, der alten Urmutter, grauen erweckende Sagen, wo die Verwünschungen mit blutigen Flügeln rauschen Des Orients ganze tausend und eine Nacht hat sie in einer Viertelstunde gehört Die Muse des neuen Jahrhunderts ist noch ein Kind Doch ist sie aus der Wiege gesprungen, sie ist voller Willen, ohne zu wissen, was sie will Noch spielt sie in ihrer großen Ammenstube, die mit Kunstschätzen und Rokoko überladen ist Die griechische Tragödie und das römische Lustspiel stehen in Marmor gehauen da Die Volkslieder aller Nationen hängen wie getrocknete Pflanzen an der Wand Ein Kuss, und sie blühen wieder frisch und duftig In ewigen Akkorden ist sie von Beethovens, Glucks, Mozarts und aller großen Meister tönenden Gedanken umbraust Auf dem Bücherbord stehen gar viele, die in ihrer Zeit unsterblich waren Und hier ist noch Platz für viele andere, deren Namen mit der Schnelligkeit des Telegraphen unsterblich werden Aber mit dem Telegramm dahin sterben Schrecklich viel hat sie gelesen, allzu viel Sie ist ja in unserer Zeit geboren, entsetzlich viel muss sie wieder vergessen Und die Muße versteht zu vergessen Sie denkt nicht an ihr Lied, das in einem neuen Jahrtausend leben wird Wie Moses Dichtungen und Bitpays goldgekrönte Fabel von der List und dem Glücke des Fuchses Sie denkt nicht an ihre Sendung, ihre tönende Zukunft Sie spielt noch unter dem Kampf der Nationen, der die Luft erschüttert und kreuz- und querklangfiguren von Federn und Kanonen bildet Runen, die gar schwer zu enträtseln sind Sie trägt einen Garibaldi-Hut, liest einstweilen Shakespeare und denkt einen kurzen Augenblick Dass er noch aufgeführt werden kann, wenn sie groß ist Calderon ruht in dem Sarkophag seiner Werte mit der Inschrift des Ruhmes Holberg, ja, die Muße ist kosmopolit Hat sie mit Molière, Plautus und Aristophanes in einen Band gebunden Sie liest aber Molière am liebsten Sie ist frei von der Unruhe, die die Gämsen der Alpen treibt Und doch verlangt ihre Seele nach dem Salz des Lebens, wie die Gämsen nach den Bergen In ihrem Herzen wohnt eine Ruhe, wie in den Sagen des hebräischen Altertums Diesen Nomadenstimmen auf den grünen Ebenen, in den stillen, sternklaren Nächten Und doch schwillt in diesen Liedern das Herz stärker Als bei dem begeisternden Krieger aus Thessaliens Bergen im griechischen Zeitalter Wie steht es mit ihrem Christentum? Sie hat die große und die kleine Tabelle der Philosophie gelernt Die Urstoffe haben ihr einen der Milchzähne abgebrochen Aber sie hat einen neuen erhalten In der Frucht vom Baum der Erkenntnis bis sie schon in der Wiege Sie aß und wurde klug, so daß ihr die Unsterblichkeit Als der genialste Gedanke der Menschheit aufblitzte Wann erscheint die Muse des neuen Jahrhunderts? Wann gibt sie sich zu erkennen? Wann lässt sie sich hören? An einem schönen Frühlingsmorgen kommt sie brausend auf dem Drachen der Lokomotive Durch Tunnel und über Viadukte oder über das weiche, starke Meer auf einem schnaubenden Delfin Oder durch die Luft auf dem Rücken des Vogels Montgolfier Und lässt sich auf das Land nieder, aus welchem sie mit ihrer göttlichen Stimme Zum ersten Mal das Menschengeschlecht begrüßen will Wo ist es? Ist es die Welt des Kolumbus? Das Land der Freiheit, wo die Eingeborenen ein gejagtes Wild Wo die Afrikaner Lasttiere wurden Und woher wir das Lied von Hiawata hörten Ist es der Weltteil der Antipoden, der Goldklumpen im Südmeere Das Land der Gegensätze, wo unser Tag Nacht ist Und wo die schwarzen Schwäne in Mimosenwäldern singen Ist es das Land, wo die Memnosäule klang und klingt Aber wir nicht den Gesang der Sphinx in der Wüste verstehen Ist es die Steinkohleinsel, wo Shakespeare seit Elisabeths Tode Herrscher ist Ist es Tycho Brahes Heimat, wo er nicht geduldet wurde Oder das Land der Märchen, Kalifornien, wo der Wellingtonbaum Der Waldkönig der Welt seine Krone erhebt Wann leuchtet der Stern, der Stern auf der Stirn der Muse Die Blume, in deren Blättern der Ausdruck des Schönen in Form Farbe und Duft für das Jahrhundert geschrieben ist Was ist das Programm der neuen Muse? Fragen die zeitkundigen Reichstagsabgeordneten Was will sie? Frage lieber nicht, was sie will Nicht will sie als Gespenst einer entschwundenen Zeit auftreten Nicht will sie Dramen aus den Szenen abgelegter Zugstücke zimmern oder die Mängel der dramatischen Architektur mit dem blendenden Drapieren der Lyrik decken Ihr Flug vor uns her wird dem Aufschwung von Tess Piscarren bis zum marmornen Amphitheater gleichen Sie schlägt nicht die gesunde Menschenrede in Stücke und gießt sie zu einem künstlichen Glockenspiel mit den einschmeichelnden Klängen der Troubadour-Turniere zusammen Nicht will sie die Verssprache als den Edelmann und die Prosa als den Bürgerlichen hinstellen Ebenbürtig sind sie in Klang, Fülle und Kraft Nicht will sie aus Islands Sagenblöcken die alten Götter meißeln Sie sind tot Die neue Zeit hat für sie keine Sympathie, keine Verwandtschaft Nicht will sie ihre Zeitgenossen auffordern, ihre Gedanken in französische Romankneipen einzulogieren Nicht will sie mit dem Chloroform der Alltagsgeschichten betäuben Ein Lebenselixier will sie bringen Ihr Lied in Versen und in Prosa will kurz, klar und reich sein Den Herzschlag der Völker soll man hören Aber jeder Schlag ist nur ein Buchstabe in ihrem großen Entwicklungsalphabet und jeden Buchstaben ergreift sie mit gleicher Liebe stellt sie in Worte und schlingt die Worte zu Rhythmen Zu einer Hymne auf die Gegenwart Und wann ist die Zeit der Erfüllung? Es dauert lange für uns, die wir zurückgeblieben sind Es dauert kurze Zeit für die, die vorausgeflogen sind Bald fällt die chinesische Mauer Europas Eisenbahnen erreichen Asiens abgeschlossenes Kulturarchiv Die beiden Kulturströme treffen sich Wann erbraust vielleicht der Wasserfall der Poesie mit seinem tiefsten Klang? Wir Alten der Gegenwart werden bei diesen starken Tönen erzittern und darin Ragnarök sehen, den Fall der alten Götter und vergessen, dass hinieden Zeiten und Geschlechter verschwinden müssen und dass von allen nur ein kleines Bild in die Kapsel des Wortes eingeschlossen aus dem Strom der Ewigkeit wie eine Lotusblüte schwimmen wird und uns sagt, dass sie alle Fleisch von unserem Fleisch sind wenn auch in verschiedener Gewandung das Bild der Juden strahlt aus der Bibel das Bild der Griechen aus der Iliade und der Odyssee und unser Bild Frage die Muße des 9 Jahrhunderts in Ragnarök wann sich das Neue in Verständnis und Verklärung erhebt alle Kraft des Dampfes aller Druck der Gegenwart sind nur Hebestangen Meister Blutlos und seine geschäftigen Gesellen die die mächtigen Herrscher unserer Zeit scheinen sind nur Diener, nur schwarze Sklaven die den Festsaal schmücken, die Schätze hervorholen den Tisch zu der großen Feier decken wo die Muse mit der Unschuld des Kindes der Begeisterung der Jungfrau und der Ruhe und Erfahrung der Matrone die wunderbare Lampe der Dichtung das reiche, volle Menschenherz mit der göttlichen Flamme emporhebt Sei gegrüßt, du Muße des 9 Jahrhunderts Unser Gruß erhebt sich und wird gehört wie die Gedankenhymne des Wurmes des Wurmes, der unter der Pflugschad zerschnitten wird, wenn ein neuer Frühling leuchtet und der Pflug Furchen reißt und uns Würmer zerreißt damit der Segen für ein kommendes Geschlecht wachsen kann Sei gegrüßt, du Muße des 9 Jahrhunderts Ende von Die Muße des 9 Jahrhunderts Abschnitt 15 von Andersens Märchenergänzungsband Dies ist deine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Fritz Savira Andersens Märchenergänzungsband von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Die Irrwische sind in der Stadt Die Irrwische sind in der Stadt sagt die Moorfrau Es war ein Mann der einst gar manches neues Märchen wußte Aber nun wäre es ihm entwischt sagte er Das Märchen das von selbst zu Besuch kommt kam nicht mehr und klopfte nicht mehr an seine Tür Und warum kam es nicht? Ja, es ist wahr Der Mann hatte in Jahr und Tag nicht gedacht nicht erwartet dass es kommen und anklopfen würde Aber es war gewiss auch nicht da gewesen denn draußen war Krieg und drinnen Sorge und Not die der Krieg mit sich führt Storch und Schwalbe kamen von ihrer langen Reise zurück Sie dachten an keine Gefahr aber als sie kamen waren die Nester verbrannt die Häuser der Menschen die grünen Zäune alles war dahin die Pferde des Feindes zerstampften die alten Gräber es waren harte düstere Zeiten aber auch sie gehen zu Ende und nun wären sie zu Ende aber noch immer nicht klopfte das Märchen an oder ließ etwas von sich hören Es ist wohl gestorben und verdorben wie so vieles andere sagte der Mann aber das Märchen stirbt nimmer und es verging ein ganzes Jahr und er verlangte gar sehr nach ihm ob das Märchen nicht doch noch wiederkommt und anklopft und er erinnerte sich gar lebhaft aller der vielen Gestalten die mit ihm gekommen waren bald jung und schön wie der Frühling selbst ein liebliches kleines Mädchen mit einem Kranz von Waldmeister in dem Haar einem Buchenzweig in der Hand und mit Augen die wie tiefe Waldsehen im Sonnenschein leuchteten bald ein Krämer der die Fächer seines Kastens geöffnet hatte und seidene Bänder mit Versen und Inschriften voll alter Erinnerungen flattern ließ aber am schönsten war es doch wenn es als ein altes Mütterchen kam in silberweißen Haar und mit großen und klugen Augen es wusste so recht von den aller ältesten Zeiten zu erzählen von den Zeiten als die Prinzessinnen noch mit goldenen Spindeln Spannen und Drachen und Lindwürmer vor dem Schloss lagen und sie bewachten es erzählt so lebendig dass es den Hörern schwarz vor den Augen wird und die Diele sich von Menschen blutdunkel färbt es ist graulich zu sehen und zu hören und doch so angenehm denn es ist lange her dass es geschehen ist ob es nicht mehr anklopft sagte der Mann und starrte nach der Tür so dass ihm schwarz vor den Augen wurde und schwarze Flecke auf die Diele kamen er wußte nicht war es Blut oder ein Trauerflor aus schweren finsteren Tagen und wie er da saß kam ihm der Gedanke ob sich das Märchen nicht verborgen hielte gleich der Prinzessin in den wirklichen alten Märchen und nur gesucht werden wollte wurde es gefunden so strahlte es gewiss in neuer Schönheit schöner als je zuvor wer weiß vielleicht liegt es verborgen in dem hingeworfenen Strohhalm der sich auf dem Brunnenrand wiegt vorsichtig vorsichtig vielleicht hat es sich in einer verwelkten Blüte versteckt die in einem der großen Bücher auf dem Bord dort liegen und der Mann ging hin öffnete eins den allerneuesten um zu sehen was darin stand aber da lag keine Blüte da stand von Holger Danske zu lesen und der Mann las dass die ganze Geschichte von einem französischen Mönch erfunden und erzählt dass es ein Roman wäre der in die dänische Sprache übersetzt und dann gedruckt worden also dass Holger Danske gar nicht gelebt hätte und daher auch nicht wieder käme wie wir gesungen haben und so gerne glauben wollen es wäre mit Holger Danske wie mit Wilhelm Tell nur flüchtige Sage auf die man sich nicht verlassen könne es stand im Buche mit großer Gelehrsamkeit geschrieben ja ich glaube doch was ich glaube sagte der Mann wo kein Fuß hingetreten ist wächst kein Wegetritt und er schloss das Buch stellte es auf den Bord und ging zu den frischen Blumen auf der Fensterbank dort hatte sich das Märchen vielleicht in der roten Tulpe mit den goldgelbenen Streifen versteckt oder in der zarten Rose oder in der leuchtenden Kamelier der Sonnenschein lag auf den Blättern aber nicht das Märchen die Blumen die hier in der trüben Zeit standen waren weit schöner aber sie wurden abgeschnitten zu Kränzen gebunden und auf den Sarg niedergelegt den die Fahne deckte vielleicht ist mit den Blumen auch das Märchen begraben aber dann müssten es die Blumen wissen der Sarg es vernommen haben die Erde es vernommen haben und jeder kleine Grashalm der hervorsproste würde es erzählt haben das Märchen stirbt nimmer vielleicht ist es doch hier gewesen und hat angeklopft aber wer hatte damals Ohren dafür Augen dafür man sah finster trübsinnig ja fast zornig auf die Frühjahrssonne das Vogelgezwitscher und all das freudige Grün ja die Zunge war schwer für die alten frischen Volkslieder sie wurden mit so vielem was dem Herzen teuer war eingesagt das Märchen konnte wohl angeklopft haben aber es war nicht gehört nicht willkommen geheißen worden und deshalb blieb es fort ich will gehen und es suchen draußen auf dem Lande draußen im Walde an dem weiten Meer da draußen liegt ein alter Edelhof mit roten Mauern zackigem Giebel und wehender Fahne auf dem Turm die Nachtigall sinkt unter dem fein gewimperten Buchenblatt während sie die blühenden Apfelbäume des Gartens ansieht und glaubt, dass sie Rosen tragen hier sind in der Sommersonne die Bienen gar emsig und mit Gesumme umschwärmen sie ihre Königin die Spätjahrsstürme wissen von der wilden Jagd zu erzählen von dem Menschengeschlecht und dem Laub des Waldes das dahin fährt zur Weihnachtszeit singen die wilden Schwäne draußen auf dem offenen Wasser während man sich drinnen am Kaminfeuer geneigt fühlt alten Liedern und Sagen zu lauschen unten in dem alten Teil des Gartens wo die große Allee der wilden Kastanien mit seinem Halbdunkel lockt ging der Mann der das Märchen suchte hier hatte ihm einst der Wind von Waldemar Doe und seinen Töchtern gesungen die Drujade des Baumes es war das Märchenmütterchen selbst hatte ihm hier den Traum der alten Eiche erzählt in Großmutters Zeiten standen hier beschnittene Hecken nun wachsen hier Farnkräuter und Nässe sie breiten sich über die gestürzten Trümmer der alten Steinfiguren aus Moos wuchs in ihren Augen aber sie konnten deshalb doch ebenso gut sehen wie früher aber der Mann der dem Märchen nachsuchte sah nicht mehr so gut er sah das Märchen nicht wo war es über die alten Bäume flogen die Krähen zu Hunderten und schrien fort fort und er ging aus dem Garten über den Wallgraben in das Erlengehölz dort stand ein kleines sechseckiges Haus mit Hühnerhof und Entenhof mitten in der Stube saß die alte Frau welche das Ganze leitete und die von jedem Ei wußte das gelegt wurde jedem Küchlein das aus dem Ei kam aber sie war das Märchen nicht das der Mann suchte sie konnte es durch ihren Taufschein und ihren Impfschein beweisen die in der Schieblade lagen nicht weit von dem Hause erhebt sich ein Hügel mit Rotdorn und Goldregen hier liegt ein alter Grabstein der vor vielen Jahren von dem städtischen Kirchhof hierher gekommen war ein Gedenkstein an einen der ehrenfesten Ratsherren der Stadt seine Hausfrau und seine fünf Töchter stehen mit gefalteten Händen und Halskrause in Stein gehauen um ihn herum betrachtete man sie lange so schienen sie einzuwirken auf die Gedanken und diese wirkten wieder auf den Stein zurück sodass er von alten Zeiten erzählte wenigstens erging es dem Manne so der das Märchen suchte indem er nun daher kam sah er einen lebenden Schmetterling auf der Stirn des steinernen Ratsherrn sitzen er schlug mit den Flügeln flog ein kleines Stück fort und setzte sich dicht neben den Grabstein nieder als wollte er zeigen was dort wüchse dort wuchs ein vierblättriger Klee ganze sieben wuchsen dort beieinander kommt das Glück so kommt es voll auf er pflückte die Kleeblätter und steckte sie in die Tasche Glück ist fast so gut wie bares Geld aber ein neues schönes Märchen wäre doch noch besser dachte der Mann aber das fand er hier nicht die Sonne ging unter rot und groß die Wiesen dampften die Moorfrau braute es war spät am Abend der Mann stand allein in seinem Zimmer und sah hinaus auf den Garten und die Wiese das Moor und den Strand der Mond schien hell ein weißer Nebel lag über den Wiesen die einem großen seglichen und wie die Sage ging waren sie es auch einst gewesen und im Mondenschein zeigte sich nun das Bild der Sage da dachte der Mann an das was er in der Stadt gelesen hatte das Wilhelm Tell und Holger Danske nicht gelebt hätten aber im Volksglauben leben sie doch wie der See hier draußen sind lebendige Bilder der Sage ja Holger Danske kommt wieder indem er so stand und dachte schlug etwas laut gegen das Fenster war es ein Vogel eine Fledermaus oder eine Eule ja ihnen öffnete man nicht wenn sie anklopfen aber da sprang das Fenster von selbst auf und eine alte Frau sah zu dem Manne herein was beliebt sagte er wer seid ihr steht ihr auf einer Leiter ihr seht ja ins erste Stockwerk hinein sie haben einen vierblättrigen Klee in der Tasche sagte sie ja sie haben ganze sieben von denen einer sechsblättrig ist wer seid ihr fragte der Mann die Moorfrau sagte sie die Moorfrau die Braut ich war gerade fertig der Zapfen saß schon in der Tonne aber da riss eins der kleinen Moorkinder voller Mutwillen den Zapfen heraus und warf ihn hierher in den Hof wo er gegen das Fenster schlug nun läuft das Bier aus dem Fass und keinem ist damit gedient sagt mir doch sagte der Mann ja warten sie ein wenig sagte die Moorfrau ich habe erst etwas anderes zu tun und fort war sie der Mann war noch dabei das Fenster zu schließen als die Frau wieder da stand nun ist es getan sagte sie aber das halbe Bier kann ich morgen wieder umbrauen wenn das Wetter günstig bleibt na was wollen sie mich fragen ich kam wieder weil ich stets Wort halte und sie haben vierblättrige Kleeblätter in der Tasche ganze sieben von denen eins sechsblättrig ist das verschafft Ansehen es ist ein Orden welcher zwar an der Landstraße wächst aber nicht von jedem gefunden wird was wollen sie mich fragen stehen sie nicht so einfältig da ich muss bald wieder zu meinem Zapfen und meinem Fasse zurück und der Mann fragte nach dem Märchen fragte die Moorfrau ob sie es nicht auf ihrem Wege gesehen hätte o du großes Brauhaus sagte die Frau haben sie denn noch nicht genug Märchen ich glaube wirklich dass die meisten genug davon haben jetzt gibt es anderes zu tun auf anderes zu achten selbst die Kinder sind über das Märchen hinaus geben sie den Jüngelchen lieber eine Zigarre und den Dämlein ein neues Kleid das ist ihnen lieber Märchen anhören nein jetzt gibt es wahrhaftig anderes zu tun wichtigere Dinge zu erreichen was meint ihr damit sagte der Mann und was kennt ihr von der Welt ihr seht ja nur Frösche und Irrwische ja nehmt euch vor den Irrwischen in Acht sagte die Frau sie sind draußen sie sind losgelassen von ihnen wollen wir sprechen kommen sie zu mir ins Moor wo meine Anwesenheit nötig ist dort will ich ihnen alles sagen aber beeilen sie sich damit die sieben Kleeblätter von denen eine sechsblättig ist noch frisch sind und der Mond noch scheint und weg war die Moorfrau die Turmuhr schlug zwölf und ehe sie das nächste Viertel schlug war der Mann schon jenseits des Gartens und stand auf den Wiesen der Nebel hatte sich gelegt die Moorfrau aufgehört zu brauen es hat lange gedauert bis sie kamen sagte die Moorfrau das Koboldzeug kommt schneller fort als die Menschen und ich freue mich dass ich als Kobold geboren bin was habt ihr mir zu sagen fragte der Mann ist es etwas vom Märchen können sie niemals weiter kommen als danach zu fragen sagte die Frau könnt ihr mir denn etwas von der Zukunftspoesie sagen fragte der Mann werden sie nur nicht hochtrabend sagte die Frau dann werde ich ihnen schon antworten sie denken nur an die Dichterei fragen nur nach dem Märchen als ob es das Mädchen für alles wäre es ist freilich das Älteste gilt aber immer für das Jüngste ich kenne es wohl ich bin auch einst jung gewesen und das ist keine Kinderkrankheit ich war einst ein hübsches Elfenmädchen und tanzte mit den anderen im Mondenschein lauschte der Nachtigall ging in den Wald und traf das Märchenfräulein das sich immer draußen umhertrieb bald nahm es sein Nachtlager in der halb aufgesprungenen Tulpe oder in einer Wiesenblume bald schlüpfte es in die Kirche hinein und hüllte sich in den Trauerflor der von den Altarleuchtern herabhing ihr wisst gut Bescheid sagte der Mann ich sollte doch leicht ebenso viel wissen wie sie sagte die Moorfrau Märchen und Poesie ja das sind zwei Ellen von einem Stück sie sind überall zu Hause ihre Handlung und Erzählweise lässt sich leicht nachbrauen und dann hat man sie besser und billiger sie sollen sie von mir umsonst haben ich habe eine ganze Lade voll von Poesie auf Flaschen es ist die Essenz das feinste derselben sowohl die süße als die bittere ich habe alles auf Flaschen was die Menschen an Poesie gebrauchen um an den Feiertagen ein wenig davon ins Taschentuch zu gießen und daran zu riechen sie erzählen ja ganz wunderliche Dinge sagte der Mann ihr habt Poesie auf Flaschen mehr als sie vertragen können sagte die Frau sie kennen doch die Geschichte von dem Mädchen welches auf das Brot trat um ihre neuen Schuhe nicht zu beschmutzen sie ist nicht nur geschrieben sondern auch gedruckt ich habe sie selbst erzählt sagte der Mann ja dann kennen sie sie freilich sagte die Frau und wissen dass das Mädchen gleich in die Erde zur Moorfrau sank gerade als des Teufels Großmutter ihr einen Besuch machte um die Brauerei zu besehen sie sah das Mädchen und bat sie sich für ein Postament aus als Erinnerung an den Besuch und erhielt es als Gegengeschenk erhielt ich eine Reiseapotheke welche ich noch nicht benutzt habe eine ganze Lade voll von Poesie auf Flaschen die Großmutter sagte wo die Lade stehen sollte und dort steht sie noch sehen sie sie sich einmal an sie haben ja vierblättrigen Klee in der Tasche ganze sieben von denen einer sechsblättrig ist sie werden sie schon sehen können und wirklich mitten in dem Moore lag etwas wie ein großer Erlenstamm das war Großmutters Lade sie stände für ihn und für jedermann aus allen Ländern und zu allen Zeiten offen sagte die Moorfrau wenn sie nur wüssten wo die Lade stände sie war vorn und hinten zu öffnen an allen Seiten und Ecken ein wahres Kunstwerk und sah doch nur aus wie ein alter Erlenstamm die Dichter aller Länder besonders unseres Landes waren hier nachgeahmt ihr Geist war ausspekuliert rezensiert renoviert konzentriert und auf Flaschen gezogen mit seinem Instinkt wenn man nicht Genie sagen will hatte Großmutter das in der Natur ergriffen was nach diesem oder jenem Dichter schmeckte etwas Teufelskram hinzugesetzt und hatte so ihre Poesie auf Flaschen für alle Zeiten erhalten lasst mich einmal sehen sagte der Mann ja aber es gibt jetzt wichtigere Dinge zu hören sagte die Moorfrau aber nun sind wir ja bei der Lade sagte der Mann und sah hinein hier sind Flaschen in allen Größen was ist in dieser und was in jene dies ist sogenannter Maienduft sagte die Frau ich habe ihn noch nicht versucht aber ich weiß gießt man von ihm nur einen Tropfen auf die Erde so entsteht sofort ein schöner Waldsee mit Wasserrosen Schlangenkraut und wilder Krauseminze schüttet man nur zwei Tropfen über ein altes Aufsatzheft selbst auf eins der untersten Klasse so wird es zu einer ganzen Duftkomödie welche sich sehr gut aufführen lässt und bei der man leicht einschlafen kann so stark duftet sie es sollte wohl eine Schmeichelei für mich sein das auf der Flasche steht Gebräu der Moorfrau hier steht die Skandalflasche sie sieht aus als ob sie nur schmutziges Wasser enthält und es ist auch schmutziges Wasser aber mit Brausepulver aus Stadtklatsch 3 Lot Lügen und 2 Gramm Wahrheit und mit einem Birkenzweig umgerührt der nicht aus einer Spießrute die in Salzlake gelegen und aus dem blutigen Rücken eines Sünders geschnitten wurde nicht ein Stumpf aus der Rute des Schulmeisters ist nein der direkt dem Besen entstammt der den Rindstein fegte hier steht die Flasche mit der frommen Poesie im Gesangbuchton jeder Tropfen hat einen Klang wie das Knallen der Höllenpforte und ist mit dem Blute und dem Schweiße der Geißelung zubereitet einige sagen es sei nur Taubengalle aber die Tauben sind fromme Tiere die haben keine Galle sagen die Menschen die keine Naturgeschichte wissen hier stand die Flasche aller Flaschen sie nahm die halbe Lade ein die Flasche mit den Alltagsgeschichten sie war mit Blasenpapier und Schweinsleder zugebunden denn sie kann es nicht vertragen etwas von ihrer Kraft zu verlieren jedes Volk konnte sich hier seine eigene Suppe bereiten welche je nachdem man die Flasche drehte und wendete herauskam hier gab es alte deutsche Blutsuppe mit Räuberklößen auch dünne Hausmannssuppe mit wirklichen Hofräten die wie Wurzeln darin lagen und oben schwammen einige philosophische Fettaugen da gab es englische Gouvernantensuppe und französische Potage à la Coq aus Hahnenwein und Sperlingsei zubereitet auf Dänisch Kankansuppe genannt aber die beste war doch die Kopenhagener Familiensuppe hier standen Trauerspiele in Champagnerflaschen sie konnten knallen und das sollten sie das Lustspiel sah wie feiner Sand aus der den Leuten in die Augen gestreut wurde das heißt das feinere Lustspiel das gröbere war auch auf den Flaschen gezogen bestand aber nur aus Inhaltsangaben wovon die Namen der Stücke das kräftigste waren es waren ausgezeichnete Lustspieltitel darunter wie wer darf Dichtungen begeifern der Vielfraß der süße Esel sie ist proppenvoll der Mann versank in tiefes Nachdenken aber die Gedanken der Moorfrau eilten vorwärts sie wollte zu Ende kommen nun haben sie den Kasten wohl genug betrachtet sagte sie nun wissen sie was darin ist aber das wichtigste das sie wissen sollten wissen sie noch nicht die Irrwische sind in der Stadt das hat mehr zu bedeuten als Poesie und Märchen ich sollte eigentlich den Mund halten aber es muss eine Fügung eine Schickung sein die mich zwingt es sitzt mir in der Kehle es muss heraus die Irrwische sind in der Stadt sie sind losgelassen ihr Menschen nehmt euch in Acht davon verstehe ich kein Wort sagte der Mann seien sie so gut und setzen sie sich auf die Lade sagte sie aber brechen sie nicht ein und schlagen sie mir die Flaschen nicht in zwei sie wissen ja was darin ist ich will ihnen ein großes Ereignis erzählen es ist noch keinen Tag alt hat sich aber auch schon früher zugetragen diesmal dauert es noch 364 Tage sie wissen doch wie viele Tage das Jahr hat und die Moorfrau erzählte hier draußen im Sumpf war gestern etwas Großes im Werke hier war Kinderfest ein kleiner Irrwisch wurde geboren nein zwölf von der Art wurden geboren denen gegeben ist sobald sie wollen als Menschen aufzutreten und unter ihnen zu wandeln und zu handeln als wären sie geborene Menschen das ist ein großes Ereignis im Sumpfe und deshalb tanzten alle kleinen Lichtlein über Moor und Wiese alle Irrwisch-Männlein und Irrwisch-Fräulein ja es gibt auch Frauen unter uns aber von ihnen redet man nicht ich saß auf der Lade und hatte alle zwölf kleinen neugeborenen Irrwische auf meinem Schoß sie leuchteten wie Glühwürmchen sie fingen schon an zu hüpfen und jede Minute nahmen sie an Größe zu so daß er eine Viertelstunde um war jeder von ihnen so groß wie Vater und Onkel war nun ist es ein altes angeborenes Recht oder vielmehr eine besondere Vergünstigung dass wenn der Mond gerade so steht wie er gestern stand und der Wind weht wie er gestern wehte es allen Irrwischen welche in dieser Stunde und Minute geboren werden erlaubt und vergönnt ist Menschen werden zu können und jeder von ihnen während eines ganzen Jahres im weitesten Umkreise seine Macht ausüben darf der Irrwisch kann im ganzen Land ja in der ganzen Welt umher schweifen wenn er nicht fürchtet ins Meer zu fallen oder in einem heftigen Sturm ausgeblasen zu werden er kann direkt in einen Menschen hineinfahren für ihn sprechen und alle Bewegungen machen die er will der Irrwisch kann jede beliebige Gestalt annehmen sei es Männlein oder Fräulein in ihrem Geist aber doch seiner Natur gemäß handeln sodass er erreicht was er will aber er muss es verstehen in einem Jahre 365 Menschen auf Irrwege zu führen auf wirkliche Irrwege und sie von der Wahrheit und der Sitte fortzuführen dann erreicht er das Höchste wozu es ein Irrwisch bringen kann vor der Staatskutsche des Teufels voranzulaufen einen feuerroten Rock zu tragen und aus dem Munde Flammen zu atmen aber für den ehrgeizigsten Irrwisch der diese Rolle zu spielen trachtet gibt es große Gefahren und viele Beschwerden gehen dem Menschen die Augen darüber auf wer er eigentlich ist und kann er ihn wegblasen so ist er verloren und er muss in seinen Sumpf zurück und wenn den Irrwisch ehe das Jahr zu Ende ist Sehnsucht nach seiner Familie befällt und er seine Absicht aufgibt so ist er ebenfalls verloren kann nicht länger klar brennen geht bald aus und kann nicht wieder entzündet werden und ist das Jahr zu Ende und hat er noch nicht 375 Menschen von dem was war gut und schön ist fortgeführt so ist er verdammt in einem modernen Stamme zu liegen und zu leuchten ohne sich rühren zu können und das ist die fürchterlichste Strafe für einen unsteten Irrwisch das alles wusste ich und das alles sagte ich den kleinen Irrwischen die auf meinem Schoße saßen und die sich vor Freude nicht zu lassen wussten ich sagte ihnen dass es das sicherste und bequemste wäre auf Ehre und hohe Stellung zu verzichten aber das wollten die jungen Flämmchen nicht sie sahen sich schon feuerrot glühen und mit flammende Munde bleibt bei uns sagten einige der Alten treibt euer Spiel mit den Menschen sagten andere die Menschen trocknen unsere Wiesen aus sie trainieren was soll da aus unseren Nachkommen werden wir wollen Flammen hell Flammen sagten die neugeborenen Irrwische und damit war es abgemacht für eine Minute war Ball kürzer konnte er nicht sein die Elfenmädchen schwangen sich dreimal mit allem herum um nicht hochmütig zu erscheinen sie tanzten viel Liebe allein unter sich dann wurden die Patengeschenke gegeben plätschern nannte man es wie platte Steine flogen die Gaben in großen Sprüngen über das braune Wasser jedes der Elfenmädchen gab einen Zipfel ihres Schleiers nimm hin sagte es dann kannst du sofort die schwierigsten Sprünge und Drehungen wenn es Not tut erhältst du rechte Haltung und kannst dich in der stolzesten Gesellschaft zeigen der Nachtrabe lehrte jeden Irrwisch bra 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 sagen es am rechten Orte sagen und das ist eine große Gabe die sich lohnt die Eule und der Storch ließen auch etwas springen aber sie meinten es wäre nicht der Mühe wert davon zu sprechen und deshalb sprechen wir auch nicht davon König Waldemars wilde Jagd fuhr gerade über das Moor hin und als der Herrscher von dem Feste hörte sandte er als Geschenk ein Paar seiner Hunde die mit der Schnelligkeit des Windes laufen und wohl zwei oder drei Irrwische tragen können zwei alte Nachtmare welche sich durch Reiten ernährten waren auch bei dem Schmaus sie lehrten die Irrwische die Kunst durch ein Schlüsselloch zu schlüpfen und wer das versteht dem stehen alle Türen offen sie erboten sich auch die jungen Irrwische in die Stadt zu führen wo sie gut Bescheid wüssten sie reiten gewöhnlich auf ihrem langen Nackenhaar welches sie um härter zu sitzen in einen Knoten gebunden haben durch die Luft aber nun setzen sie sich quer über die Hunde der wilden Jagd nahmen die jungen Irrwische die fort wollten um die Menschheit zu verlocken und zu verführen auf ihren Schoß und husch fort waren sie das alles geschah gestern Nacht nun sind die Irrwische in der Stadt nun haben sie festen Fuß gefasst aber wo und wie wer will es sagen ich habe ein Wetterglas an meiner großen Zehe das sagt mir schon allerlei das ist ja ein ganzes Märchen sagte der Mann es ist nur der Anfang für eins sagte die Frau können sie wohl erzählen wie sich die Irrwische tummeln und gebärden in welcher Gestalt sie auftreten um die Menschen auf Irrwege zu führen ich glaube wohl sagte der Mann dass über die Irrwische ein ganzer Roman geschrieben werden könnte in zwölf Bänden einen über jeden Irrwisch oder noch besser ein ganzes Volksstück das sollten sie schreiben sagte die Frau nein lassen sie es lieber ja das ist bequemer und behaglicher sagte der Mann dann wird man nicht in der Zeitung abgekanzelt und das ist oft ebenso unangenehm wie für einen Irrwisch in einem modernden Baumstamm zu liegen zu leuchten und sich nicht mucken zu dürfen mir ist es Schnuppe sagte die Frau aber lassen sie lieber andere schreiben die es können oder nicht können ich gebe ihnen gern einen Zapfen von meinem Fasse der die Lade voll Poesie auf Flaschen öffnet daraus können sie dann nehmen wenn es ihnen fehlt aber sie lieber Herr scheinen mir ihre Finger genug mit Tinte beschmutzt zu haben und sie müssen allgemach in ein vernünftiges Alter gekommen sein wo man nicht mehr jedes Jahr auf die Märchenjagd geht es gibt nun wichtigere Dinge zu tun sie haben doch verstanden was sich ereignet hat die Irrwische sind in der Stadt sagte der Mann ich habe es gehört und verstanden aber was soll ich denn dabei tun ich würde ja geprügelt wenn ich den Leuten sagen wollte seht einmal dort geht ein Irrwisch in einem ehrbaren Rocker sie gehen auch in Unterröcken sagte die Frau der Irrwisch kann jede Gestalt annehmen und an jedem Orte auftreten er geht zur Kirche nicht um Gottes willen sondern fährt vielleicht gar in den Pastor er spricht am Wahltage nicht um des Volkes und des Staates willen nein seinetwegen er ist ein Künstler sowohl vom Farbentopf als vom Theatertopf doch gelangt er zur Macht dann ist es mit dem Topfe vorbei doch ich schwatze und schwatze zum Schaden meiner eigenen Familie alles heraus was mir in der Kehle sitzt aber ich soll nun einmal die Retterin der Menschen sein es geschieht wahrhaftig nicht aus gutem Willen oder wegen der Rettungsmedaille ich tue das Verkehrteste was ich kann ich sage es einem Dichter und dann erfährt es bald die ganze Stadt die Stadt nimmt es sich doch nicht zu Herzen sagte der Mann es wird keinen einzigen anfechten sie werden alle glauben dass ich ihnen ein Märchen erzähle wenn ich ihnen im vollsten Ernste zurufe die Irrwische sind in der Stadt sagt die Moorfrau nehmt euch in Acht Ende von die Irrwische sind in der Stadt Abschnitt 16 von Andersons Märchen Ergänzungsband dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei nebrivox.org aufgenommen von Fritz Savira Andersons Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen übersetzt von Guido Höller der Bischof auf Börglum und seine Sippe Nun sind wir droben in Jütland weit hinter dem Wildmoor wir können die wogende Nordsee hören hören wie sie rollt sie ist ganz in der Nähe aber vor uns erhebt sich ein hoher Sandhügel den wir schon lange gesehen und auf den wir noch immer zufahren langsam fahren wir durch den tiefen Sand Oben auf dem Sandhügel liegt ein großer alter Hof das Kloster Börglum der größte Flügel ist noch jetzt die Kirche daraufhin kommen wir noch am heutigen Abend das Wetter ist klar es ist die Zeit der hellen Nächte man sieht gar weit weit nach allen Seiten über Feld und Moor bis zur Aalburger Förde hinab über Heide und Wiese und geradeaus über das dunkelblaue Meer nun sind wir droben wir rasseln zwischen Speicher und Scheuer hinein und wenden um durch das Tor auf den alten Klosterhof hinauf wo die Lindenbäume in Reihen längs der Mauer stehen dort haben sie Schutz gegen Wind und Wetter und deshalb wachsen sie daß die Zweige fast die Fenster verdecken wir gehen die steinerne Wendeltreppe hinauf wir gehen über die langen Gänge unter der Decke von Balkenberg der Wind saust hier so wunderlich draußen und drinnen man weiß wirklich nicht wo es ist und dann erzählt man ja, man erzählt so vieles sieht so vieles wenn man bange ist oder andere bange machen will die alten gestorbenen Chorherren dann sagt man huschen still an uns vorbei in die Kirche wo die Messe gesungen wird man kann es hören durch das Sausen des Windes man wird so seltsam davon gestimmt daß man an die alten Zeiten denkt denkt bis man in den alten Zeiten ist ein Schiff ist an der Küste gestrandet die Leute des Bischofs sind drunten sie verschonen nicht was das Meer verschonte die Wellen spülen das rote Blut fort das aus den zerschmetterten Stirnen floss die gestrandeten Güter gehören dem Bischof und es sind viele Güter die Wellen rollen Tonnen und Fässer mit köstlichem Wein gefüllt für den Keller des Klosters heran und er liegt schon voll Bier und Med gefüllt ist die Küche mit erlegten Tieren Würsten und Schinken in den Teichen schwimmt der fette Brassen und die leckere Karausche der Bischof von Börglum ist ein mächtiger Mann er hat Land im Besitz und mehr noch will er gewinnen alles soll sich vor Olufglob beugen in Thü ist eine der reichen Sippen gestorben Verwandtschaft ist gegen Verwandtschaft am schlimmsten das mußte die Witwe dort unten erfahren ihr Hausherr herrschte dort über das ganze Land aber nicht über die geistlichen Güter der Sohn ist im fremden Lande schon als Kind wurde er hinaus gesandt um fremde Sitten zu lernen wonach ihm der Sinn stand seit Jahren hörte man nichts von ihm vielleicht liegt er im Grabe und kommt niemals wieder heim um zu herrschen wo nun seine Mutter herrschte was soll ein Weib herrschen sagte der Bischof er schickte ihr einen Boten und ließ sie vor das Ting fordern aber was half es ihm sie wich niemals vom Gesetz ab und ihre Stärke war ihre gerechte Sache Bischof Oluf zu Börglum worauf sinnest du was schreibst du nieder auf das blanke Pergament was birgt sich unter Siegel und Band du übergibst es Rittern und Knechten die damit fort aus dem Lande reiten weit fort nach der Stadt des Papstes es ist die Zeit des Laubfalls die Zeit der Schiffbrüche nun kommt der eisige Winter zweimal kam er endlich kommt er herauf mit dem Willkommensgruß der Ritter und Knechte die mit dem päpstlichen Briefe von Rom heimkehrten dem Bannbriefe über die Witwe die den frommen Bischof zu kränken wagte verflucht sei sie und alles was ihr ist ausgestoßen sei sie aus Kirche und Gemeinde niemand leistet ihr hilfreiche Hand Verwandte und Freunde fliehet sie wie Pest und Aussatz was sich nicht beugen will soll man brechen sagte der Bischof von Börglum alle verließen sie aber sie verließ Gott nicht er war ihr Schirm und Schild eine einzige Dienerin eine alte Magd blieb ihr treu mit ihr ging sie hinter dem Pfluge und das Korn wuchs obgleich der Acker von Papst und Bischof verflucht war du Kind der Hölle ich will doch meinen Willen haben sagte der Bischof zu Börglum nun ziehe ich dich mit der Hand des Papstes zu Gericht und Urteil da spannte sie die beiden letzten Ochsen die sie besaß vor den Wagen setzte sich mit ihrer Magd hinauf und fährt fort über die Heide fort aus dem dänischen Land als Fremde kommt sie zu fremden Menschen wo fremde Zungen fremde Sitten geübt werden sie kommt weit fort wo die grünen Höhen sich zu Bergen erheben und der Wein wächst dort ziehen reisende Kaufleute sie schauen angstvoll auf ihre wahren beladenen Wagen und fürchten den Überfall der Raubritter die beiden armen Frauen auf dem elenden Fahrzeug das von zwei schwarzen Ochsen gezogen ward fuhren sorglos durch den unsicheren Hohlweg und den dichten Wald sie sind in Franken hier treffen sie einen stattlichen Ritter dem zwölf bewaffnete Knechte folgen er hält und zieht auf den seltsamen Zug und fragt die beiden Frauen nach dem Ziel ihrer Reise und aus welchem Lande sie kämen da nennt die jüngste Thü in Dänemark meldet ihre Trauer und ihr Elend und schnell hat es ein Ende Gott hat es so geleitet der fremde Ritter ist ihr Sohn er reicht ihr die Hand er nimmt sie in den Arm und die Mutter weint das tat sie seit Jahren nicht viel lieber biss sie sich in die Lippen daß das warme Blut niedertropfte es ist die Zeit des Laubfalls es ist die Zeit der Schiffbrüche das Meer rollt Weinfässer ans Land für des Bischofs Keller und Küche dort brät man über dem Feuer das geschmickte Wildbrett dort ist es warm innerhalb der Türen nun da die Winterkälte beißt da verlautet etwas Neues Jens Glopp von Thü ist mit seiner Mutter heimgekehrt Jens Glopp schickt die Ladung er fordert den Bischof nach Landesgesetz und Recht vor das geistliche Gericht das soll ihm viel helfen sagt der Bischof laß deinen Streit nur fahren Ritter Jens es ist im nächsten Jahre die Zeit des Laubfalls es ist die Zeit der Schiffbrüche nun kommt der eisige Winter die weißen Bienen schwärmen und stechen ins Gesicht bis sie schmelzen heute ist frische Luft sagen die Leute wenn sie vor der Tür gewesen sind Jens Glopp steht in Gedanken dass er sein Seidengewand versenkt ja ein Loch hineinbringt Bischof von Börglum ich krieg dich doch unter dem Mantel des Papstes kann dich das Gesetz nicht erreichen aber Jens Glopp erreicht dich doch und er schreibt einen Brief an seinen Schwager Herrn Oluf Hase in Salling fordert ihn auf am Weihnachtstage zur Frühmesse in die Kirche zu Fwitberg zu kommen dort oben muss der Bischof Messe lesen deshalb reist er von Börglum nach Thüland das kennt und weiß Jens Glopp Wiese und Moor liegen unter Eis und Schnee sie tragen Pferd und Reiter den ganzen Zug den Bischof mit Priestern und Knechten sie reiten den kürzesten Weg durch das trockene Röhrricht durch das der Wind so traurig saust Stoße in deine Messing-Trompete du Spielmann im Fuchspelz es klingt gut in der klaren Luft so reiten sie südlich über Heide und Moor den Grasgarten der Fata Morgana an warmen Sommertagen sie wollen zur Kirche von Fittberg Stärker stößt der Wind in seine Trompete es weht ein Sturm ein Wetter Gottes das zu gewaltiger Kraft anwächst zum Haus Gottes geht es fort in diesem Wetter Gottes Haus steht fest aber die Wetter Gottes fahren hin über Feld und Moor über Haff und Meer der Bischof von Börglum erreicht die Kirche das vermag schwerlich Herr Oluf Hase wie scharf er auch reitet er kommt mit seinen Mannen jenseits des Hafts Jens Gluck zu Hilfe nun Bischof wirst du vor den Richterstuhl des Höchsten geladen Gottes Haus ist der Gerichtssaal der Altartisch der Gerichtstisch die Lichter sind in den schweren Messingleuchtern angezündet der Sturm liest Klage und Urteil es saust in den Lüften über Moor und Heide und das rollende Wasser kein Fährmann setzt in solchem Wetter über das Haff Oluf Hase steht am Ottesund er verabschiedet seine Mannen schenkt ihnen Pferd und Rüstung gibt ihnen Urlaub heimzuziehen und trägt ihnen Grüße an seine Hausfrau auf allein will er sein Leben in dem brausenden Wasser wagen aber sie sollen ihm bezeugen dass es nicht seine Schuld ist wenn Jens Gluck ohne Hilfe in der Kirche zu Flitberg steht die treuen Knechte verlassen ihn nicht sie folgen ihm durch das tiefe Wasser zehn werden fortgespült Oluf Hase und zwei seiner Knappen erreichen das andere Ufer noch haben sie vier Meilen zu reiten Mitternacht ist vorüber es ist Weihnacht der Wind hat sich gelegt die Kirche ist erleuchtet der strahlende Glanz fällt durch die Scheiben hinaus über Wiese und Heide die Frühmesse ist längst zu Ende im Gotteshaus ist es still man kann das Wachs von den Lichtern auf den steinernen Estrich-Tropfen hören da kommt Oluf Hase in der Vorhalle bietet Jens Gluck ihm guten Tag nun habe ich mich mit dem Bischof verglichen das hast du getan sagt Oluf da sollst weder du noch der Bischof lebendig aus der Kirche kommen und das Schwert fuhr aus der Scheide und Oluf Hase schlug zu daß die Bohlen der Kirchentür zersplitterten die Jens Gluck zwischen sich und seinen Schwager warf Halt ein lieber Schwager sieh erst den Vergleich an ich habe den Bischof von Börglum und alle seine Mannen erschlagen sie sagen keine Silbe mehr in der Sache und ich auch nichts mehr von all dem Unrecht das meiner Mutter geschehen ist die Dochte der Lichter am Altar leuchteten so rot aber roter leuchtete es vom Estrich dort lag in seinem Blute der Bischof mit zerspaltenem Schädel und erschlagen lagen alle seine Knechte lautlos und still ist es in der heiligen Weihnacht aber am Abend des dritten Weihnachtstages klangen im Kloster zu Börglum die Glocken zur Leichenfeier der Bischof und seine Knechte werden zur Schau unter einem schwarzen Baldachin mit schwarz verhüllten Kandelabern ausgestellt in einem Mantel von Silberbrokat und den Krummstab in den machtlosen Händen liegt der Tote der einst so mächtige Herr der Weihrauch duftet die Mönche singen es klingt wie eine Klage es klingt wie ein Urteil des Zorns und der Verdammnis das von dem Winde getragen von dem Winde mitgesungen weit im Land gehört wird es legt sich wohl zur Ruhe aber niemals stirbt es immer erhebt es sich wieder und singt seine Lieder singt in unsere Zeit hinein singt es hier oben von dem Bischof von Börglum und seiner Sippe es wird in der dunklen Nacht von dem furchtsamen Bauer vernommen welcher auf dem tiefen Sandwege an dem Kloster vorüberfährt vernommen von den lauschenden Schlaflosen in den Klosterstuben mit den dicken Wänden und deshalb geht es um in den langen wiederhallenden Gängen die zur Kirche führen dessen zugemauerter Eingang längst verschlossen ist aber nicht für die Augen des Aberglaubens die sehen dort noch die Tür und sie öffnet sich die Lichter in den Messingronleuchter der Kirche strahlen der Weihrauch duftet die Kirche glänzt in der früheren Pracht die Mönche singen die Messe über den getöteten Bischof der im Mantel von Silberbrokat liegt mit dem Bischofsstab in der machtlosen Hand und auf seiner bleichen stolzen Stirn brennt die blutige Wunde sie brennt wie Feuer es sind die Sünde und die bösen Lüste der Welt die aus ihr hervorbrennen versinkt ins Grab versinkt in Nacht und Vergessenheit unselige Erinnerungen aus alten Tagen höre den Windstoß er übertäubt das rollende Meer draußen geht ein Sturm der viele Menschenleben kostet das Meer hat nicht mit der Zeit seinen Sinn verändert heute Nacht ist es nur ein Mund zum Verschlingen morgen vielleicht ein klares Auge um sich darin zu spiegeln es ist wie in der alten Zeit die wir nun begraben haben schlafe sanft wenn du kannst nun ist es morgen die neue Zeit leuchtet voll Sonnenschein in die Stube der Wind fasst noch derb zu von einem Schiffbruch wird gemeldet wie in alter Zeit in der Nacht ist drunten bei Lücken dem kleinen Fischerdorfe mit den roten Dächern die wir von den Fenstern hier oben sehen ein Schiff gestrandet in geringer Entfernung stieß es auf aber die Rettungsraketen schlugen eine Brücke zwischen dem Wrack und dem festen Lande alle an Bord wurden gerettet sie kamen ans Land und ins Bett heute sind sie auf das Kloster Börglum eingeladen in den behaglichen Räumen werden sie Gastfreundschaft finden freundlichen Augen begegnen und in ihrer Muttersprache begrüßt werden vom Klavier erklingen die Lieder ihrer Heimat und ehe diese geendet findet ertönt eine andere Seite lautlos und doch so klangvoll und sicher die Gedankenbotschaft erreicht der schiffbrüchigen Haus in fernen Lande und meldet von ihrer Rettung da fühlt das Herz sich leicht da kann es am Abend nach dem Schmause zum Tanzer antreten in den Klosterstuben zu Börglum Walzer und Konter wollen wir tanzen und die Lieder singen von Dänemark und dem tapferen Landsoldaten der neuen Zeit sei gesegnet, neue Zeit Sommer, reite auf gereinigtem Luftstrom in die Stadt lass deine Sonnenstrahlen in Herzen und Gedanken leuchten auf deinem strahlenden Grunde entschweben die finsteren Sorgen aus der harten, der strengen Zeit Ende von Der Bischof auf Börglum und seine Sippe Abschnitt 17 von Andersens Märchen Ergänzungsband Dies ist eine LibroVox Aufnahme Alle LibroVox Aufnahmen sind lizenzfrei an den öffentlichen Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller In der Kinderstube Vater und Mutter und alle Geschwister waren im Theater nur die kleine Anna und ihr Pate saßen allein zu Hause Wir wollen auch Theater spielen, sagt er und es kann sofort anfangen Aber wir haben kein Theater, sagt die kleine Anna und wir haben auch niemand, der spielt Meine alte Puppe kann nicht, sie ist zu hässlich und meine neue darf sich ihre schönen Kleider nicht graus machen Man hat immer Spieler, wenn man nimmt, was man hat, sagte der Pate Nun bauen wir das Theater Hierher stellen wir ein Buch, dort eins und dort noch eines schräg hintereinander Nun drei auf die andere Seite Jetzt haben wir die Kulissen Die alte Schachtel, die hier liegt, kann der Hintergrund sein Den Boden kennen wir nach außen Die Szene stellt eine Stube vor Das kann jeder sehen Nun müssen wir die Personen haben Lass uns sehen, was hier in der Spielzeugschieblade liegt Erst die Personen Danach machen wir das Stück Das eine richtet sich nach dem anderen und es wird ausgezeichnet Hier liegt ein Pfeifenkopf und hier ein einzelner Handschuh Sie sollen Vater und Tochter sein Aber es sind erst zwei Personen, sagt die kleine Anna Hier liegt meines Bruders alte Weste Kann die nicht Jata spielen Groß genug ist sie dazu, sagte der Pate Sie soll der Liebhaber sein Sie hat nichts in der Tasche, das allein ist schon interessant Das gibt eine halb und halb unglückliche Liebe Und hier haben wir ein Stiefel des Nussknackers mit einem Sporn Putzblitz, Mazzurka Er kann stampfen und sich in die Brust werfen Es soll der ungelegene Freier sein, denn das Fräulein nicht leiden kann Was für ein Stück willst du nun haben? Ein Trauerspiel oder ein Familienstück? Ein Familienstück, sagt die kleine Anna Das mögen die anderen auch am liebsten Kannst du eines? Ich kann hunderte, sagte der Pate Die beliebtesten sind die französischen Aber sie sind für kleine Mädchen nicht passend Wir wollen indessen eines von den nettesten nehmen Innerlich sind sie sich alle gleich Nun schüttle ich den Sack Kuckelurum funkelnagelneu Alles funkelnagelneu Höre nun das Programm Und der Pate zog eine Zeitung hervor und tat Als ob er daraus vorlese Der Pfeifenkopf und der gute Kopf Familienstück in einem Akt Personen Herr Pfeifenkopf, Vater Fräulein Handschuh, Tochter Herr Weste, Liebhaber Von Stiefel, Freier Und nun fangen wir an Der Vorhang geht hoch Wir haben keinen Vorhang So brauchen wir ihn noch nicht aufzuziehen Alle Personen sind auf der Bühne Und dann haben wir sie auf einmal Nun spreche ich wie Herr Pfeifenkopf Er ist heute zornig Man sieht es Der Meerschaum ist angeraucht Schnickschnack, basta punktum Ich bin der Herr im Hause Ich bin der Vater der Tochter Man soll tun, was ich sage Von Stiefel ist eine Person In der man sich spiegeln kann Oben Safian und unten Sporn Schnickschnack, er soll meine Tochter haben Achte nun auf die Weste, Entchen Sagt der Pate Nun spricht die Weste Sie hat einen ungebogenen Kragen Ist sehr bescheiden, aber kennt den Wert Und darf mit Recht sagen, was sie sagt Fleckenlos bin ich Die Qualität muss man auch in Erwägung ziehen Ich bin aus echter Seide und trage Schnöre Am Hochzeitstage nicht länger Sie sind nicht waschecht Da spricht Herr Pfeifenkopf Von Stiefel ist wasserdicht Von starker Haut und doch so fein Kann knarren und mit den Sporn klirren Und sieht italienisch aus Aber sie müssen doch in Wersen sprechen Sagt die kleine Anna Das ist am hübschesten Das können sie auch, sagt der Pate Und wenn das Publikum befiehlt So gehorcht man Sieh auf das kleine Fräulein Handschuh Wie es die Finger ausstreckt Lieber alle Zeit bleiben ungefreit Ach ich verwinde es nicht Seht das Leder bricht Pah das war Vater Pfeifenkopf Nun spricht Herr Weste Geliebtes der Handschuh Er ist doch von Zwirn du Sollst doch mein sein Mein ganz allein Von Stiefel schlägt er aus Stampft auf den Boden Klirrt mit den Sporn Und reizt drei Kulissen um Das ist wunderschön, sagt die kleine Anna Still, still, sagt der Pate Stummer Beifall zeigt Dass du zum gebildeten Publikum Im ersten Paket gehörst Nun sing Fräulein Handschuh Ihre große Aare mit einem Knicks Die Stimme geht mir aus Drum krehe ich heraus Ich gehe ricky durchs Haus Nun kommt das Spannendste, liebe Anna Das Wichtigste im ganzen Stück Siehst du, Herr Weste knöpft sich auf Seine Worte richtet er nun an dich Damit du Beifall klatschen sollst Lass es nur sein, es ist feiner Höre, wie das Seidenzeug raschelt Wir sind zum Äußersten getrieben Hütet euch Nun kommt die Intrige Sie sind ein Pfeifenkopf, ich bin ein guter Kopf Wupp, jetzt sind sie weg Hast du gesehen, Antchen? Sagt der Pate Szene und Spiel werden ausgezeichnet Herr Weste ergriff den alten Pfeifenkopf Und steckt ihn in die Tasche Da steckt du nun, und Herr Weste spricht Sie sind in meiner Tasche In meiner tiefsten Tasche Niemals kommen sie wieder heraus Ehe sie nicht geloben Mich mit ihrer Tochter Fräulein Handschuh Von der Linken zu vereinigen Ich reiche meine Rechte Das ist furchtbar schön Sagt die kleine Anna Und nun antwortet der alte Pfeifenkopf Wie ist mir der Sinn In der Tasche drin Hin ist mein Humor Denn mir fehlt das Rohr Schlecht wie nie zuvor Ist mir Armator Meinen Kopf geschwind Endlich ziehe ich heraus Und du sollst mein Kind Führen dir ins Haus Ist das Stück schon aus? Fragt die kleine Anna Bewahre, sagt der Pate Es ist nur für den Stiefel aus Die liebenden knien nieder Und die eine singt Vater, der andere Nimm den Kopf geschwind Segne Sohn und Kind Sie werden gesegnet Halten Hochzeit Und die Möbel singen im Chor Klingenklang, vielen Dank Aus ist das Stück Und nun klatschen wir, sagt der Pate Rufe sie alle heraus Auch die Möbel Sie sind von Mahagoni Ist unser Stück ebenso schön Wie das Stück Das die anderen im richtigen Theater sehen Unser Stück ist viel schöner Sagt der Pate Es ist kürzer Kostet nichts Und die Zeit bis zum Tee Ist angenehm vergangen Ende von In der Kinderstube Gelesen von Elli Juli 2013 Abschnitt 18 von Andersons Märchen Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung in diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Kayo Andersons Märchen Ergänzungsband Von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Der Teetopf Es war ein stolzer Teetopf Stolz auf sein Porzellan Stolz auf seine lange Tülle Stolz auf seinen breiten Henkel Er hatte vorn etwas und hinten etwas Die Tülle vorn und den Henkel hinten Und von innen sprach er Aber er sprach nicht von seinem Deckel Der war zerbrochen und genietet wurden Er hatte einen Fehler Und von seinen Fehlern spricht man nicht gern Das tun die anderen zur Genüge Tassen, Milchtopf und Zuckerdose Das ganze Teegeschirr würden sich schon mehr der Gebrechlichkeit des Deckels erinnern Und davon sprechen Als von dem guten Henkel Und der ausgezeichneten Tülle Das wusste der Teetopf Ich kenne sie, sagte er zu sich selbst Ich kenne auch meine Fehler und bekenne sie Und darin besteht meine Demut Und meine Bescheidenheit Fehler haben wir alle Aber wir haben auch Fähigkeiten Die Tasten erhielten einen Henkel Die Zuckerdose einen Deckel Aber ich erhielt beides Und noch eins voraus Das sie niemals erhalten Ich erhielt eine Tülle Die mich zur Königin des Teetisches macht Der Zuckerdose und dem Milchtopf Wurde verliehen Die Dienerinnen des Wohlgeschmackes zu sein Aber ich bin die Gebende Die Herrschende Der Zuckerdose und dem Milchtopf Wurde verliehen Die Dienerinnen des Wohlgeschmackes zu sein Aber ich bin die Gebende Die Herrschende Ich verbreite Segen unter der durstenden Menschheit In meinem Innern werden die chinesischen Blätter Mit kochendem, schmacklosem Wasser verarbeitet Dies alles sagte der Teetopf in seiner frischen Jugend Er stand auf dem gedeckten Tisch Und wurde von der schönsten Hand gehoben Aber die schönste Hand war ungeschickt Der Teetopf fiel Die Tülle brach ab Der Henkel brach ab Der Deckel ist nicht des Redens wert Es ist schon genug von ihm geredet Ohnmächtig lag der Teetopf auf dem Boden Und das kochende Wasser floss aus ihm heraus Es war ein schwerer Stoß, den er erhielt Aber das schwerste war, dass sie lachten Über ihn lachten und nicht über die ungeschickte Hand Die Erinnerung werde ich nie wieder los Sagte der Teetopf, als er sich selbst seinen Lebenslauf erzählte Ich wurde ein Invalide genannt In einen Winkel gestellt und am folgenden Tage einer Frau verehrt, die um Speisereste bettelte Ich stieg zur Armut herab, stand zwecklos da Aber dort, wo ich stand, begann mein besseres Leben Man glaubte schon etwas zu sein und wird doch noch ein ganz anderer Erde wurde in mich geworfen Und das ist für einen Teetopf so viel, als begraben zu werden Aber in die Erde wurde eine Blumenzwiebel gelegt Wer sie hineingelegt, wer sie mir gab, weiß ich nicht Aber sie wurde mir gegeben als ein Ersatz für die chinesischen Blätter und das kochende Wasser Als ein Ersatz für Henkel und Tülle, die abgebrochen waren Und die Zwiebel lag in der Erde Die Zwiebel lag in mir Sie wurde mein Herz, mein lebendiges Herz Ein solches hatte ich vorher nie gehabt Leben war in mir, Kraft und Fähigkeiten waren in mir Der Puls schlug Die Zwiebel keimte Es schien, dass sie von Gedanken und Gefühlen gesprengt wurde Sie brach in einer Blüte hervor Ich sah sie Ich trug sie Ich vergaß mich selbst in ihrer Schönheit Gesegnet ist es, sich selbst in anderen zu vergessen Sie wusste mir keinen Dank Sie dachte nicht an mich Sie wurde bewundert und gepriesen Ich war so froh darüber, wie froh musste sie erst sein Eines Tages hörte ich, wie gesagt wurde, dass sie einen besseren Topf verdiente Man schlug mich in zwei Das tat sehr weh Aber die Blume kam in einen besseren Topf Und ich wurde in den Hof hinabgeworfen Da liege ich wie ein alter Scherben Aber ich habe Erinnerungen Und die kann mir keiner nehmen Ende von Der Teetopf Abschnitt 17 von Andersens Märchen Ergänzungsband Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung in diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Cayo Andersens Märchen Ergänzungsband Von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Die kleinen Grünen Auf der Fensterbank Auf der Fensterbank stand ein Rosenstock Noch vor kurzem war er jugendfrisch Nun sah er krank aus Ihm fehlte etwas Er hatte Einquartierungen erhalten, die ihn aufraß Übrigens recht anständige Einquartierungen in grüner Uniform Ich sprach mit einem der Einquartierten Er war erst drei Tage alt und schon Großvater Weißt du, was er sagte? Wahr ist es, was er sagte Er sprach von sich und der ganzen Einquartierung Wir sind das merkwürdigste Regiment unter allen Geschöpften der Erde In der warmen Jahreszeit gebären wir lebendige Junge Das Wetter ist ja gut Wir verloben uns und halten sofort Hochzeit Gegen die kalte Zeit liegen wir Eier Doch die kleinen liegen warm Das klügste Tier, die Ameise Wir haben viel Achtung vor ihr Studiert uns, schätzt uns Sie frisst uns nicht gleich Sie nimmt unsere Eier Trägt sie in ihren und der Familie gemeinsamen Bau In das unterste Stockwerk Versieht sie mit Nummern und legt sie voll Einsicht Seite auf Seite, Schicht auf Schicht Dass jeden Tag eine neue aus dem Ei schlüpfen kann Dann setzt sie uns in den Stall Hält uns an den Hinterfüßen fest und melkt uns Sodass wir sterben Das ist eine große Annehmlichkeit Bei ihr haben wir den reizenden Namen Süße kleine Milchkuh Alle Tiere mit Ameisenverstand nennen uns so Nur die Menschen nicht Und das ist eine Kränkung von uns Man könnte fast seine Süßigkeit darüber verlieren Können sie nicht dagegen schreiben Können sie die Menschen nicht zurechtweisen Sie sehen uns so dumm an Sehen uns mit bösen Augen an Weil wir ein Rosenblatt verspeisen Während sie selbst alle lebenden Geschöpfe verspeisen Alles was grünt und wächst Sie geben uns den verächtlichsten Namen Den ekelhaftesten Namen Ich nenne ihn nicht Pfui, es dreht sich alles in mir um Ich kann ihn nicht sagen Wenigstens nicht in Uniform Und ich bin immer in Uniform Ich bin auf einem Rosenblatt geboren Ich und das ganze Regiment Leben von dem Rosenstock Aber die wieder durch uns leben Gehören zu den höher gestellten Geschöpfen Die Menschen dulden uns nicht Sie kommen und töten uns mit Seifenwasser Das ist ein abscheulicher Trank Ich glaube ich rieche ihn Es ist entsetzlich gewaschen zu werden Wenn man fürs Waschen nicht geboren ist Mensch, der du mich mit den strengen Augen Des Seifenwassers ansiehst Denke über unseren Platz in der Natur nach Über unsere kunstvolle Einrichtung Eier zu legen und lebendige Jungen zu gebären Wir wurden gesegnet Seid fruchtbar und vermehret euch Wir werden auf Rosen geboren Und sterben auf Rosen Unser ganzes Leben ist Poesie Hefte nicht an uns den Namen Den du am widerwärtigsten Und hässlichsten findest Den Namen Nein, ich sage ihn nicht Nenne ihn nicht Nenne uns die Milchkühe der Ameisen Das Regiment des Rosenstocks Die kleinen Grünen Und ich, der Mensch Stand und betrachtete den Rosenstock Und die kleinen Grünen Deren Namen ich nicht nennen will Um nicht einen Rosenbürger zu kränken Eine große Familie mit Eiern und lebendigen Jungen Das Seifenwasser, womit ich sie waschen wollte Denn ich war mit Seifenwasser und bösen Absichten gekommen Will ich nun zu Schaum schlagen Seifenblasen fliegen lassen und ihre Pracht bewundern Vielleicht liegt in jeder von ihnen ein Märchen Und die Seifenblase wurde groß in schillernden Farben Und auf dem Grunde lag es wie eine silberne Perle Die Seifenblase zitterte, schwebte davon, flog gegen die Tür und platzte Aber die Tür sprang auf und das Märchenmütterchen selbst stand da Ja, nun kann es erzählen besser als ich von Nein, ich sage den Namen nicht Den kleinen Grünen Blattleute, sagte das Märchenmütterchen Man muss jedes Ding beim rechten Namen nennen Darf man es im Leben nicht, so muss man es im Märchen dürfen Ende von Die kleinen Grünen Abschnitt 20 von Andersens Märchenergänzungsband Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Lispelchen Andersens Märchenergänzungsband Von Hans Christian Andersen Übersetzt von Gido Höller Der Kobold und die Frau Den Kobold kennst du Aber kennst du auch die Frau? Die Frau des Gärtners? Sie ist belesen Kennt Verse auswendig Ja, kann selbst mit Leichtigkeit Verse schreiben Nur das Reimgeklingel, wie sie es nannte, machte ihr ein wenig Mühe Sie hatte Dichtergabe und Rednergabe Sie hatte sehr gut Pfarrer werden können Wenigstens Pfarrers Frau Die Erde ist lieblich in ihrem Sonntagsgewande Sagte sie Und diesen Gedanken hatte sie nun in Rhythmus und Reim gebracht In ein Lied gebracht Schön und lang Herr Seminarist Kisserup Der Name tut nichts zur Sache War ihr Geschwisterkind Und bei der Gärtnerfamilie zu Besuch Er hörte das Gedicht und fand es schön Wunderschön Sie haben Geist, gnädige Frau Sagte er Schnick, schnack Sagte der Gärtner Setzt ihr sowas nicht in den Kopf Eine Frau soll Körper sein Sitzsamer Körper Und auf ihre Töpfe passen, dass die Grütze nicht anbrennt Den brennstigen Geschmack bringe ich durch einen silbernen Löffel fort Sagte die Frau Und dir bringe ich ihn durch ein Küsschen fort Man sollte glauben, dass du nur an Kohl und Kartoffeln denkst Und doch liebst du die Blumen Und dann küsste sie ihn Blumen sind Geist Sagte sie Pass auf deinen Topf Sagte er Und ging in den Garten Das war sein Topf Und er passte gut darauf Aber der Seminarist blieb bei der Frau Und sprach mit ihr Über ihr schönes Wort Die Erde ist lieblich Hielt er ihr auf seine Weise eine Predigt Die Erde ist lieblich Macht sie euch untertänig Wurde gesagt Und wir wurden die Herren Einer ist es durch den Geist Ein anderer durch den Körper Einer wurde als ein Ausrufungszeichen der Verwunderung in die Welt gesetzt Ein anderer als ein Gedankenstrich So dass man wohl fragen kann Was soll der hier Einer wird Bischof Ein anderer nur ein armer Seminarist Aber alles ist weislich eingerichtet Die Erde ist lieblich Und immer in ihrem Sonntagsgewande Das war ein anregendes Gedicht Gnädige Frau Voll Gefühl und Geografie Sie haben Geist, Herr Kisserup Sagte die Frau Viel Geist, ich versichere es ihnen Man wird sich selbst klar, wenn man mit ihnen spricht Und dann sprachen sie weiter Gleich schön und gleich gut Aber draußen in der Küche war auch einer, der sprach Es war der Kobold Der kleine graue Kobold mit der roten Mütze Du kennst ihn Der Kobold saß in der Küche Und guckte gern in Töpfe und Pfannen Er sprach, aber niemand hörte ihn Außer der großen schwarzen Miezekatze Der Sahnendiebin Wie die gnädige Frau sie nannte Der Kobold war sehr zornig auf die Frau Denn sie glaubte nicht an sein Dasein Das wusste er Sie hatte ihn freilich niemals gesehen Aber sie musste doch bei all ihrer Belesenheit wissen Dass er war und ihm eine kleine Aufmerksamkeit erweisen Es fiel ihr niemals ein Ihm am Weihnachtsabend auch nur einen Löffel voll Grütze hinzusetzen Das hatten alle seine Vorfahren erhalten Und das von Frauen, die gar nicht belesen waren Die Grütze hätte nur so in Butter und Rahm geschwommen Der Katze wässerte das Maul, als sie davon hörte Sie nennt mich einen Begriff Sagte der Kobold Aber das geht über alle meine Begriffe Sie verleugnet mich ja Ich habe es gehört und noch vor kurzem gehört Sie sitzt und zischelt mit dem Prügelmeister Dem Seminaristen Ich sage mit Vatern Pass auf deinen Topf Das tut sie nicht Nun, so soll er überkochen Und der Kobold blies ins Feuer Dass es brannte und flackerte Surre, rurre, rupp kochte der Topf über Nun will ich Löcher in Vaters Strümpfe zupfen sagte der Kobold Ich will ein großes Loch an der Zehe und an der Hacke aufrebeln Dann gibt es zu stopfen, wenn sie nicht gerade dichten muss Blaustrumpf stopfe Vaters Strümpfe Die Katze nieste Sie hatte sich erkältet Trotzdem sie immer im Pelz ging Ich habe die Tür zur Speisekammer geöffnet sagte der Kobold Da steht süße, gekochte Milch so dick wie Pappmoos Willst du sie nicht naschen, so tue ich es Soll ich die Schuld und die Prügel haben? sagte die Katze So lass mich auch die Milch schlecken Erst Süßes, dann Saures sagte der Kobold Aber nun will ich in das Zimmer des Seminaristen Seine Hosenträger über den Spiegel hängen und seine Strümpfe in die Waschschüssel stecken Dann glaubt er, dass der Punsch zu stark gewesen und er noch wirr im Kopf ist Letzte Nacht saß ich auf dem aufgestapelten Feuerholz neben der Hundehütte Es machte mir viel Vergnügen den Kettenhund zu necken Ich ließ meine Beine herabhängen und hin und her schlenkern Der Hund konnte sie nicht erreichen Wie hoch er auch sprang Es ärgerte ihn Er bellte und bellte Ich schlenkerte und schlenkerte Das war ein Lärm Der Seminarist wachte davon auf Dreimal stand er auf und sah hinaus Aber er sah mich nicht Trotzdem er eine Brille auf hatte Er schläft stets mit der Brille Sage Miau, wenn die Frau kommt sagte die Katze Ich höre nicht gut Ich bin heute krank Du bist naschkrank sagte der Kobold Nasch die Milch weg Nasch die Krankheit weg Aber wische dir den Bart dass die Milch nicht daran hängen bleibt Nun gehe ich und horche Und der Kobold stand an der Tür und die Tür war nur angelehnt Außer der Frau und dem Studenten war niemand in der Stube Sie sprachen davon was der Seminarist so schön die geistigen Güter nannte die man in jedem Haushalt über Töpfe und Pfannen setzen sollte Herr Kisserup, sagte die Frau Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen etwas zeigen was ich bis jetzt noch keiner irdischen Seele wenigstens noch keinem Manne gezeigt habe Meine kleinen Gedichte einige sind freilich ziemlich lang ich habe sie Klänge eines Biederweibes genannt Ich liebe die alten heimischen Worte gar sehr Das soll man auch sagte der Seminarist Man sollte alles Fremde aus unserer Sprache ausreuten Das tue ich auch, sagte die Frau Niemals werden sie mich Omelette oder Soße sagen hören Ich sage stets Pfannkuchen und Tunke Und sie nahm aus der Schieblade ein Schreibheft mit hellgrünem Umschlag und zwei Tintenklecksen In dem Buch steht viel Ernstes sagte sie Ich habe ein starkes Gefühl für das Traurige Hier ist Seufzer der Nacht Mein Abendrot Als ich Zagen meinen Mann bekam Sie können es überspringen trotzdem missempfunden und durchdacht ist Die Pflichten der Hausfrau ist mein bestes Stück Aber alle sind sehr traurig Darin liegt meine Stärke Nur ein einziges Stück ist scherzhaft Es hat einige muntere Gedanken wie man sie ja auch haben kann Gedanken über Sie müssen mich aber nicht auslachen Gedanken über eine Dichterin zu sein Es ist nur mir meiner Schieblade und nun auch Ihnen bekannt Herr Kisserup Ich liebe die Poesie Sie kommt über mich Sie lockt mich Sie treibt mich Sie beherrscht mich Ich habe es unter der Überschrift der kleine Kobold ausgesprochen Sie kennen doch den alten Bauernglauben vom Hauskobold der bei allem sein Spiel hat Ich habe mir gedacht dass ich selbst das Haus und dass die Poesie die Empfindung in mir der Kobold der herrschende Geist wäre Ihre Macht und Größe habe ich in dem kleinen Kobold besungen aber Sie müssen mir mit Hand und Mund geloben es niemals meinem Mann noch sonst jemandem zu verraten Lesen Sie laut dass ich höre ob Sie meine Schrift entziffern können und der Seminarist las und die Frau hörte es und der kleine Kobold hörte es er horchte wie du weißt und war gerade gekommen als die Überschrift der kleine Kobold gelesen wurde Das geht ja mich an sagte er Was kann sie nur über mich geschrieben haben Ja, ich will sie zwicken ihre Eier zwicken, ihre Hühner zwicken ihre Mastkalb das Fett abzwicken dass sie mich endlich sehen soll und er hörte zu mit spitzen Mund und langen Ohren aber wie er von der Herrlichkeit und Macht des Kobolds hörte von seiner Herrschaft über die Frau Sie meinte die Dichtkunst wie du weißt aber der Kobold nahm die Überschrift wörtlich lächelte der kleine mehr und mehr glänzten seine Augen vor Freude und kam es um seine Mundwinkel wie stolz er hob die Hacken stellte sich auf die Zehe und wurde einen ganzen Zoll größer als vorher er war entzückt von dem was über den kleinen Kobold gesagt wurde die Frau hat Geist und viel Bildung wie Unrecht habe ich ihr getan sie hat mich in ihre Klänge gesetzt es wird gedruckt und gelesen nun soll die Katze nicht mehr die Milch trinken das will ich selbst tun einer trinkt weniger als zwei es ist immerhin eine Ersparnis und die werde ich einführen werde die Frau achten und ehren wie sehr ist er doch Mensch dieser Kobold sagte die alte Katze ein einziges süßes Miau von der Frau ein Miau über ihn und seine Gesinnung ist umgewandelt sie sind launisch gnädige Frau aber sie war nicht launisch der Kobold glich nur einem Menschen kannst du diese Geschichte nicht verstehen so frage aber du sollst nicht den Kobold und nicht die Frau fragen Ende von der Kobold und die Frau Abschnitt 21 von Andersens Märchen Ergänzungsband Abschnitt 21 von Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen übersetzt von Guido Höller Kapitel 18 Peter Peter Peer Es ist unglaublich was die Kinder heutzutage alles wissen man weiss kaum mehr was sie nicht wissen dass der Storch sie aus den Brunnen oder den Müllenteich geholt und sie ganz klein zu Vater und Mutter gebracht hat ist jetzt ein so altes Märchen dass sie nicht mehr daran glauben und doch ist es das einzig Richtige aber wie kommen die Kleinen in den Müllenteich oder den Brunnen ja das wissen nicht viele aber einige wissen es doch hast du schon einmal den Himmel in einer sternhellen Nacht betrachtet die vielen Sternschnuppen gesehen wie die Sterne fallen und verschwinden die Gelehrtesten können nicht erklären was sie selbst nicht wissen man kann es nur erklären wenn man es weiss es ist wie ein kleines Weihnachtslicht das vom Himmel fällt und erlischt es ist ein Seelenfunken Gottes welcher zur Erde fährt und kommt er in die dichtere schwerere Luft so verschwindet der Glanz er wird etwas das unsere Augen nicht mehr zu sehen vermögen denn es ist viel feiner als die Luft es ist ein Himmelskind das gesendet wird ein kleiner Engel aber ohne Flügel der Kleine soll ja ein Mensch werden still gleitet es durch die Luft und der Wind trägt es in eine Blume es kann nun eine Nachtviole sein eine Kuhblume, eine Rose oder eine Pechnelke da liegt es ungedeiht luftig und leicht ist es eine Fliege kann mit ihm fortfliegen eine Biene erst recht und sie kommen scharenweise und suchen den süßen Blütensaft liegt nun das Luftkind ihnen im Wege so werfen sie es nicht hinaus das bringen sie nicht übers Herz sondern legen es in die Sonne auf das Blatt einer Seerose und von dort kriecht und krabbelt es ins Wasser hinunter wo es schläft und wächst bis der Storch es sehen kann und es für eine Menschenfamilie holt die sich ein süsses kleines Wesen wünschte aber wie süss es ist hängt ganz davon ab ob das Kleine aus dem reinen Quell getrunken oder ob Schlamm und Entengrütze ihm in die unrechte Kehle gekommen ist das gibt irdischen Sinn der Storch nimmt das erste Beste das er sieht eins kommt in ein gutes Haus zu vortrefflichen Eltern ein anderes kommt zu harten Menschen in grosses Elend dass es besser im Müllenteiche geblieben wäre die Kleinen erinnern sich nicht was ihnen im Teiche unter dem Seerosenblatt geträumt hat wo am Abend die Frösche sangen Quacks Quacks Brecks Breckecks das bedeutet in menschlicher Sprache könntet ihr doch sehen wie süss ihr schlaft und träumt sie können sich auch nicht erinnern in welcher Blume sie zuerst lagen und wie sie duftete und doch sagt etwas in ihnen wenn sie erwachsene Menschen geworden sind diese Blume liebe ich am meisten und sie ist es in der sie als Luftkind gelegen haben der Storch wird ein sehr alter Vogel und gibt immer acht wie es den Kleinen die er gebracht hat ergeht und wie sie sich in die Welt schicken er kann freilich nichts für sie tun noch ihr Los ändern er hat für seine eigene Familie zu sorgen aber er lässt sie nie aus seinen Gedanken ich kenne einen alten sehr ehrenwerten Storch von grossen Vorkenntnissen der mehrere kleine Kinder geholt hat und ihre Geschichte weiß worin freilich ein wenig Schlamm und Entengrütze aus dem Müllenteiche vorkommt ich bat ihn mir die Lebensgeschichte eines desselben zu erzählen und da sagte er dass ich drei für eine aus dem Hause des Herrn Peitersen erhalten solle Peitersens waren eine besonders nette Familie der Mann gehörte zu den 32 Männern der Stadt und das war eine Auszeichnung er lebte für die 32 und ging in die 32 auf hierher kam der Storch und brachte einen kleinen Peiter wie das Kind genannt wurde im nächsten Jahr kam der Storch wieder mit einem Kinde welches sie Peter nannten und als das dritte gebracht wurde bekam es den Namen Peer denn die Namen Peiter, Peter, Peer lagen im Namen Peitersen es waren also drei Brüder drei Sternschnuppen jeder in seiner Blüte gewiegt jeder unter ein Seerosenblatt im Müllenteich gelegt und von dort durch den Storch der Familie Peitersen gebracht deren Haus an der Ecke steht sie nahmen zu an Körper und Geist und deshalb wollten sie etwas mehr werden als einer der 32 Männer Peiter sagte, dass er Räuber werden wollte er hatte die Oper Fra Diavolo gesehen und sich für das Räuberhandwerk als das reizendste der Welt bestimmt Peter wollte Dreckfeger werden das Klappern der Deckel und Eimer gefiel ihm sehr und Peer, der ein sehr süßes Kind drall und rund war, aber seine Nägel abbiss das war sein einziger Fehler Peer wollte Pastor werden das sagten sie stets, wenn man sie fragte was sie werden wollten und dann kamen sie in die Schule einer wurde der Erste und der Andere der Letzte und einer kam in die Mitte zu sitzen aber deshalb konnten sie doch alle gleich gut und gleich klug sein und das waren sie auch, sagten ihre einsichtsvollen Eltern sie kamen auf Kinderbälle sie rauchten Zigarren, wenn es niemand sah sie nahmen zu an Wissen und Können Peiter war von klein an streitsüchtig wie er ein Räuber sein muss er war ein sehr verzogener Junge aber das kam davon, sagte die Mutter dass er an Würmern litte unartige Kinder haben immer Würmer Schlamm im Magen sein Trotz und seine Rechthaberei vergriffen sich eines Tages auch an Mamas neuem seidenen Kleid Stoß nicht an den Kaffeetisch mein Zuckerlämmchen, hatte sie gesagt du könntest dem Rahmguss umwerfen dass ich Flecke auf mein neues seidenes Kleid erhalte und das Zuckerlämmchen nahm mit fester Hand den Milchtopf und goss die Milch der Mama in den Schoß die nicht zu sagen unterlassen konnte aber Lämmchen, Lämmchen das war sehr unbesonnen von dir einen festen Willen hatte der Knabe das musste man zugeben fester Wille ist ein Zeichen von Charakter und das ist vielversprechend für eine Mutter er hätte leicht Räuber werden können aber er wurde es nicht in wahrem Sinne er brachte es nur dazu wie ein Räuber auszusehen er ging mit eingebeutem Hute bloßem Halse und langem wallenden Haar er sollte Künstler werden aber nur seine Kleider zeigten es sah aber dabei wie eine Stockrose aus alle Menschen, die er zeichnete sahen auch wie Stockrosen aus so lang waren sie er liebte diese Blume am meisten und er hätte auch in einer Stockrose gelegen sagte der Storch Peter hatte in einer Butterblume gelegen er sah schmierig um die Mundwinkel aus und war gelb von Haut man musste glauben, dass Butter hervorkäme wenn er in die Backe geschnitten würde er war zum Butterhändler wie geboren und hätte sein eigenes Schild abgeben können aber seinem innersten Wesen nach war er Dreckfeger er war der musikalische Teil der Familie Petersen aber es reichte für alle zusammen sagten die Nachbarn er machte 17 Polka in einer Woche und setzte sie zu einer Oper für Trompete und Pauke Pfui, war sie schön Peer war weiß und rot, klein und gewöhnlich er hatte in einem Gänseblümchen gelegen niemals schlug er um sich, wenn die anderen Jungen ihn prügelten er sagte, dass es das Vernünftigste wäre und der Vernünftigste gibt immer nach er sammelte zuerst Griffel, später Siegel dann legte er sich eine kleine Naturaliensammlung an worin das Skelett eines Stichlings drei blind geborene junge Ratten in Spiritus und ein ausgestopfter Maulwurf waren Peer hatte Sinn für das Wissenschaftliche und ein Auge für die Natur und das war für die Eltern und auch für Peer sehr erfreulich er ging lieber in den Wald als in die Schule lieber in die Natur als in eine Erziehungsanstalt seine Brüder waren schon verlobt als er noch für die Vervollständigung einer Eiersammlung lebte er wusste bald mehr von den Tieren als von den Menschen ja, er meinte, dass wir an die Tiere mehr heranreichen könnten in dem was wir an höchsten stellten die Liebe er sah, dass wenn das Nachtigallweibchen die Eier ausbrütete das Männchen in der Nähe saß und die ganze Nacht für sein kleines Weibchen sank kluck, kluck, zieh, zieh, lololi das hätte Peer niemals tun können niemals sich diesem Gefühl so hingeben können wenn die Störchin mit den Jungen im Neste lag stand der Storchvater die ganze Nacht auf einem Bein auf dem Dach fierst Peer hätte so nicht eine Stunde stehen können und als er eines Tages das Netz der Spinne und was darin lag betrachtete, gab er ganz und gar die Ehe auf Herr Spinne spinnt, um unachtsame Fliegen zu fangen junge und alte, vollblütige und Spindeldürre er lebt nur, um für seine Familie zu spinnen und zu sorgen aber Frau Spinne lebt einzig und allein für den Vater sie frisst ihn aus purer Liebe auf sie frisst sein Herz, seinen Kopf, seinen Magen nur seine langen, dünnen Beine bleiben im Spinnennetz zurück wo er mit Nahrungssorgen für die ganze Familie saß dies ist eine Wahrheit, die jeder der Naturgeschichte entnehmen kann das sah Peer darüber dachte er nach so von seiner Frau geliebt zu werden von ihr vor lauter Liebe gefressen zu werden nein, so weit treibt es kein Mensch und wäre es wünschenswert? Peer beschloss sich niemals zu verheiraten niemals einen Kuss zu geben oder zu nehmen es könnte als der erste Schritt zur Ehe angesehen werden aber einen Kuss erhielt er doch denn wir alle erhalten den starken, verzehrenden Kuss des Todes wenn wir lange genug gelebt haben erhält der Tod den Auftrag küss ihn weg und dann ist der Mensch weg ein Sonnenblitz Gottes leuchtet auf so stark, dass es uns dunkel vor den Augen wird die menschliche Seele, die wie eine Sternschnuppe gekommen ist fliegt wieder wie eine Sternschnuppe fort aber nicht, um in einer Blume zu holen oder unter einem Seerosenblatt zu träumen sie hat wichtigere Dinge vor sie fliegt in das große Land der Ewigkeit aber wie es dort aussieht vermag niemand zu sagen keiner hat hineingesehen nicht einmal der Storch wie weit er auch zieht und wie viel er auch weiß er wusste auch nicht das Geringste von Peer mehr wohl aber noch manches von Peiter und Peter aber von ihnen habe ich genug gehört und du auch wohl deshalb sagte ich dem Storch für diesmal meinen Dank aber da verlangte er für diese kleine gewöhnliche Geschichte drei Frösche und eine junge Schlange er nimmt Bezahlung in Lebensmitteln willst du bezahlen? ich will's nicht ich habe weder Frösche noch junge Schlangen Ende von Kapitel 18 Aufgenommen von Renate Berger Heidelberg Abschnitt 22 von Andersens Märchen Ergänzungsband Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rebekka Braunert-Planket Andersens Märchen Ergänzungsband von Hans Christian Andersen Übersetzt von Guido Höller Der Sohn des Pförtners Teil 1 Die Generalsfamilie wohnte im ersten Stockwerk Die Pförtnerfamilie wohnte im Keller Es war ein großer Abstand zwischen beiden Familien das ganze Erdgeschoss und die Rangordnung Aber unter dem selben Dach wohnten sie doch mit der Aussicht auf dieselbe Straße und denselben Hof Auf diesem befand sich ein Rasenplatz mit einem blühenden Akazienbaume Das heißt, wenn er blühte Und unter demselben saß zuweilen die geputzte Amme mit dem noch mehr geputzten Generalskinder der kleinen Emilie Vor ihr tanzte mit bloßen Füßen der kleine Sohn des Pförtners mit den großen, braunen Augen und dem dunklen Haar Und das Kind lachte ihm zu und streckte seine kleinen Hände nach ihm aus Sah es der General aus seinem Fenster So nickte er zu ihnen hinunter und sagte Schaumant Die Generalin aber, die noch so jung war dass sie fast die Tochter ihres Mannes erster Ehe sein konnte sah niemals aus dem Fenster auf den Hof hinaus Sie hatte den Befehl gegeben dass der kleine Knabe der Kellerleute wohl mit ihrem Kind spielen es aber niemals anfassen dürfte und die Amme befolgte genau den Befehl der gnädigen Frau Und die Sonne schien zu ihnen ins erste Stockwerk und zu den Leuten in den Keller hinein Der Akazienbaum trieb Blüten sie fielen ab und neue kamen im nächsten Jahre Der Baum blühte und der kleine Sohn des Pförtners blühte er sah aus wie eine frische Tulpe Die kleine Tochter des Generals wurde fein und bleich wie das hellrote Blatt der Akazienblüte Nun kam sie selten zu dem Baume hinunter sie schöpfte frische Luft im Wagen sie fuhr mit ihrer Mama aus und nickte jedes Mal Pförtners Georg zu ja, warf ihm Kusshände zu bis die Mutter ihr sagte dass sie zu groß dafür wäre Eines Vormittags sollte er dem General die Briefe und Zeitungen bringen die am Morgen in die Pförtnerstube gelegt worden waren Während er die Treppe hinauf an der Sandkammer vorüber ging hörte er dort etwas klagen er glaubte, dass es ein Küchlein wäre das winselte aber es war die kleine Tochter des Generals in Tüll und Spitzen sage es Mama und Papa nicht sonst werden sie böse was gibt es denn, kleines Fräulein? fragte Georg es brennt alles, sagte sie alles steht in hellen Flammen Georg öffnete die Tür zu dem kleinen Kinderzimmer die Gardinen waren beinahe verbrannt das Gardinenbrett stand in Glut und Flammen Georg sprang auf riss es herab und rief Leute herbei ohne ihn wäre ein Hausbrand entstanden der General und die Generalin examinierten die kleine Emilie ich nahm nur ein einziges Streichholz sagte sie da brannte es gleich und die Gardinen brannten auch gleich ich spuckte um es zu löschen ich spuckte was ich konnte aber ich hatte nicht Spucke genug und da lief ich weg und versteckte mich denn Papa und Mama würden böse werden du spucktest, sagte der General was ist das für ein Wort wann hast du gehört, dass Papa und Mama Spucken sagen das hast du aus dem Keller herausgebracht aber der kleine Georg erhielt ein Vierschillingsstück es wanderte nicht zum Bäcker sondern in den Spartopf und bald waren so viele Schillinge darin dass er sich einen Tuschkasten kaufen und seine Zeichnungen anmalen konnte und er hatte viele es war als ob sie nur so aus Bleistift und Fingern hervorkamen die ersten angemalten Bilder schenkte er der kleinen Emilie charmant, sagte der General selbst die Generalin räumte ein dass man deutlich sähe was der kleine sich gedacht hätte Genie hat er diese Worte brachte die Pförtnersfrau mit in den Keller hinunter der General und seine Frau waren vornehme Leute sie hatten zwei Wappen auf ihrem Wagen für jeden eins die Generalin hatte es auf jeglichem Stück Zeug draußen und drinnen auf ihrer Nachthaube und ihrem Nachtgewand es war ein kostbares Wappen das ihr Vater für blanke Thaler gekauft hatte denn er war nicht mit demselben geboren und sie auch nicht sie war zu früh gekommen sieben Jahre vor dem Wappen daran konnten sich die meisten Leute erinnern die Familie freilich nicht mehr das Wappen des Generals war alt und groß unter einer solchen Bürde konnte es wohl in einem Menschen knacken der steif vor Stolz war und nun gar zwei Wappen und es knackte in der Generalin wenn sich stolz und steif zum Hofball fuhr der General war alt und grau aber er saß gut zu Pferde das wusste er und er ritt jeden Tag aus mit einem Reitknecht in geziemendem Abstand hinter sich kam er in eine Gesellschaft so war es als ob er hoch zu Ross angeritten käme und Orden hatte er so viele dass es schier unbegreiflich war aber es war nicht seine Schuld noch sehr jung war er Offizier geworden und hatte die großen Herbstmanöver mitgemacht welche in friedlichen Zeiten über die Truppen abgehalten werden aus dieser Zeit stammte eine Anekdote die einzige die er zu erzählen hatte sein Unteroffizier hatte einen der Prinzen abgeschnitten und gefangen genommen und er musste nun mit einem kleinen Trupp gefangener Soldaten selbst ein Gefangener hinter dem General in die Stadt reiten das war ein unvergessliches Ereignis das stets Jahre hindurch von dem General wieder erzählt wurde genau mit denselben denkwürdigen Worten die er gesagt hatte als er dem Prinzen den Degen wieder überreichte nur mein Unteroffizier konnte eure Hoheit gefangen nehmen ich niemals und der Prinz antwortete sie sind unvergleichlich in einem wirklichen Kriege war der General nie gewesen als dieser durch die Lande ging ging er die diplomatische Laufbahn durch drei ausländische Höfe er sprach Französisch so dass er fast seine Muttersprache vergaß er tanzte gut und ritt gut da wuchsen Orden auf seinem Rocke ins Unbegreifliche und die Schildwachen präsentierten vor ihm eins der schönsten Mädchen präsentierte auch vor ihm und wurde Generalin sie bekamen ein kleines reizendes Kind das wie vom Himmel heruntergefallen kam so reizend war es der Sohn des Pförtners tanzte vor ihm im Hofe sobald es unterscheiden konnte und verehrte ihm alle seine gezeichneten und angemalten Bilder und sie besah sie freute sich an ihnen und riss sie in Stücke sie war so fein und niedrig mein Rosenblatt sagte die Generalin du bist für einen Prinzen geboren der Prinz stand schon vor der Tür aber sie wusste es nicht die Menschen sehen nicht weit über die Türschwelle hinaus vor einigen Tagen hat unser Junge wahrhaftig ein Butterbrot mit ihr geteilt fügte die Pförtnersfrau es war weder Käse noch Fleisch darauf aber es schmeckte ihr als ob es Rindsbraten wäre das Haus würde in allen Grundfesten gebebt haben wenn die Generalin diese Mahlzeit gesehen hätte aber sie sah nichts Georg hatte sein Butterbrot mit der kleinen Emilie geteilt gern hätte er sein Herz mit ihr geteilt wenn es ihr nur Freude gemacht hätte er war ein guter Junge er war aufgeweckt und klug er ging nun in die Abendschule der Akademie um dort richtig zeichnen zu lernen die kleine Emilie ging auch in der Wissenschaft vorwärts sie sprach mit ihrer Bonn Französisch und hatte einen Tanzmeister Ostern soll Georg konfirmiert werden sagte die Pförtnersfrau so weit war Georg am vernünftigsten wäre es wenn er in die Lehre käme sagte der Vater ein ordentliches Handwerk sollte er lernen und wir wären eine Sorge los er müsste doch nachts bei uns schlafen sagte die Mutter denn es ist nicht leicht einen Meister zu finden der ihn ganz zu sich nimmt Kleider müssen wir ihm sowieso geben das bisschen Essen das er kostet wird wohl auch noch zu erschwingen sein er ist ja mit gekochten Kartoffeln zufrieden freies lernen hat er lass ihn nur seinen Weg gehen du sollst sehen dass wir noch Freude an ihm erleben der Professor sagt es auch der Konfirmationsanzug war fertig die Mutter hatte ihn selbst genäht aber ein Flickschneider hatte ihn zugeschnitten und er schnitt gut zu wäre er besser gestellt gewesen und hätte er eine Werkstätte und Gesellen halten können so wäre er sicherlich Hofschneider geworden die Kleider waren fertig und der Konfirmand war fertig Georg erhielt zur Konfirmation eine große tombackene Uhr von einem Paten dem alten Faktotum eines Flachshändlers dem reichsten seiner Gevatter die Uhr war alt und erprobt sie ging stets vor aber das ist besser als wenn sie nachgeht es war ein kostbares Geschenk und von der Generalsfamilie kam ein Gesangbuch in Safian das schickte das kleine Fräulein dem Georg seine Bilder verehrt hatte vorn im Buch standen ihre beiden Namen und wohlgeneigte Gönnerin es war nach dem Diktat der Generalin geschrieben und der General hatte es durchgelesen und charmant gesagt das ist wirklich eine große Aufmerksamkeit von einer so vornehmen Herrschaft sagte die Pförtnersfrau und Georg musste sich in seinem Konfirmationsanzuge und mit dem Gesangbuch vorstellen und sich bedanken die Generalin saß in Schals eingehüllt sie hatte ihre großen Kopfschmerzen die sie immer hatte wenn sie sich langweilte sie sah sehr freundlich auf Georg und wünschte ihm alles Gute und niemals ihre Kopfschmerzen der General war im Schlafrock trug eine Mütze mit Troddel und rotschäftige russische Stiefel er ging dreimal in Gedanken und Erinnerungen versunken im Zimmer auf und nieder stand dann still und sagte der kleine Georg ist nun also ein christlicher Mann geworden werde auch ein braver Mann und ehre deine Obrigkeit du kannst dann einst als alter Mann sagen dass diesen Spruch dich der General gelehrt hätte das war die längste Rede die der General jemals gehalten hatte und er kehrte wieder in seine Reserve zurück und sah vornehm aus doch von allem was Georg hier oben sah und hörte behielt er das kleine Fräulein Emilia am klarsten im Gedächtnis wie reizend war sie wie sanft wie fein wie schwebte sie dahin sollte sie gezeichnet werden so müsste es in einer Seifenblase sein es war ein Duft in ihren Kleidern in ihrem krausen gelben Haar als wäre sie ein jüngst aufgeblühter Rosenstrauch und mit ihr hatte er einst sein Butterbrot geteilt sie hatte es mit Appetit verzehrt und ihm bei jedem Mund voll zugenickt ob sie sich daran noch erinnerte ja sicherlich zur Erinnerung daran hatte sie ihm ja das schöne Gesangbuch gegeben und nach Neujahrsvollmond war es sein erstes dass er mit einem Stück Brot und einem Schilling ins Freie ging hier schlug er das Buch auf um zu sehen welchen Gesang er treffe es war ein Lob und Danklied und er schlug es nochmals auf um zu sehen was der kleinen Emilia beschieden sein würde er nahm sich in Acht das Buch nicht bei den Sterbeliedern aufzuschlagen und deshalb griff er gerade zwischen Tod und Begräbnis hinein es hatte ja sicherlich keine Bedeutung aber er war doch ärgerlich als das reizende kleine Mädchen sich bald darauf zu Bett legte jeden Mittag hielt der Wagen des Arztes vor der Tür sie behalten ihr Kind nicht sagte die Pförtners Frau Gott weiß es wen er haben will aber sie behielten es doch und Georg zeichnete Bilder und schickte sie ihr er zeichnete das Schloss des Zaren den alten Krämel in Moskau genau so stand es da mit Türmen und Kuppeln die wie riesige grüne und vergoldete Gurken aussahen wenigstens auf Georgs Zeichnung das machte der kleinen Emilia große Freude und im Laufe der Woche schickte Georg noch ein paar Bilder hinauf allesamt Gebäude denn dabei konnte er sich so mancherlei innerhalb der Türen und Fenster denken er zeichnete ein chinesisches Haus mit einem Glockenspiel durch alle sechs Etagen er zeichnete zwei griechische Tempel mit schlanken Marmorsäulen und einer Treppe ringsherum er zeichnete eine Kirche aus Norwegen man konnte sehen dass sie ganz aus Balken bestand die behauen und seltsam gestellt waren jede Etage sah aus als ob sie auf Wiegehölzern stände am schönsten aber war das Blatt mit dem Schlosser der kleinen Emilia wie er es nannte so sollte sie wohnen Georg hatte es ganz allein ausgedacht und zu dem Schlosser alles genommen was er an allen anderen Gebäuden am schönsten gefunden hatte es hatte behauene Balken wie die norwegische Kirche Marmorsäulen wie der griechische Tempel ein Glockenspiel in jeder Etage und die allerhöchste Kuppel war grün und vergoldet wie auf dem Kreml des Zaren es war ein richtiges Kinderschloss und unter jedem Fenster stand geschrieben wozu der Saal oder das Zimmer dienen sollte hier schläft Emilia hier tanzt Emilia und hier spielt sie Besuch es war lustig anzusehen und es wurde angesehen charmant sagte der General aber der alte Graf denn er war ein alter Graf welcher noch vornehmer als der General war und selbst ein Schloss und ein Herrenhaus hatte sagte nichts er hörte dass es von dem kleinen Sohn des Pförtners erdacht und gezeichnet wäre nun so klein war er ja nicht er war konfirmiert der alte Graf sah auch die anderen Bilder und hatte so seine Gedanken dabei eines Tages war das Wetter wirklich grau nass entsetzlich aber der Tag war zu einem der hellsten und schönsten für den kleinen Georg der Professor der Akademie rief ihn zu sich hinein höre lieber Freund sagte er lass uns ein wenig zusammen plaudern Gott hat dir recht gute Fähigkeiten gegeben aber er hat dich auch gute Menschen finden lassen der alte Graf der hier an der Ecke wohnt hat mit mir über dich gesprochen ich habe deine Bilder gesehen wir wollen einen Strich darüber machen an ihnen ist viel zu besser aber du kannst zweimal die Woche in meine Zeichenstunde kommen dann wirst du sie einst besser machen können ich glaube dass in dir mehr von einem Baumeister als von einem Maler steckt doch du hast Zeit genug dir das zu überlegen für heute gehe aber zu dem alten Grafen an der Ecke und danke Gott für diesen Mann an der Ecke stand ein großes Haus über den Fenstern standen in alter Zeit aus Stein gehauene Elefanten und Dromedare aber der Graf liebte am meisten was die neue Zeit Gutes gebracht hatte gleich viel ob es aus dem ersten Stockwerk aus dem Keller oder der Dachkammer kam ich glaube sagte die Pförtners Frau dass die Menschen je vornehmer sie sind desto weniger sie haben wie reizend wie einfach ist der alte Graf und er spricht wahrhaftig nicht anders als du und ich das können Generals nicht war nicht auch Georg gestern rein weg vor Entzücken über das reizende Benehmen des Grafen und heute bin ich es nachdem ich mit dem mächtigen Mann gesprochen habe war es nun nicht gut dass wir Georg nicht zu einem Handwerker in die Lehre getan haben Fähigkeiten hat er aber er muss auch von außen Hilfe haben sagte der Vater die hat er nun erhalten sagte die Mutter der Graf sagte es mit klaren deutlichen Worten aber es geht doch von der Generalsfamilie aus sagte der Vater ihnen müssen wir auch danken das können wir tun sagte die Mutter aber ich glaube nicht dass wir ihnen viel zu danken haben Gott will ich danken und ihm will ich auch danken wenn er die kleine Emilie wieder gesund macht es ging vorwärts mit ihr und es ging vorwärts mit Georg im Laufe der Jahre erhielt er die kleine silberne Medaille und später auch die große es wäre doch besser wenn er zu einem Handwerker in die Lehre gekommen wäre sagte die Pförtners Frau und weinte dann hätten wir ihn doch behalten was soll er in Rom ich sehe ihn niemals wieder selbst wenn er wieder kommt aber er kommt nicht wieder das liebe Kind aber es geschieht doch zu seinem Glück und seinem Ruhm sagte der Vater ja großen Dank lieber Freund sagte die Mutter du sprichst anders als du denkst du bist ebenso betrübt wie ich und es hatte seine Richtigkeit sowohl mit der Betrübnis als mit der Abreise es wäre ein großes Glück für den jungen Menschen sagten alle Leute und es wurde Abschied genommen auch von der Generalsfamilie aber die gnädige Frau zeigte sich nicht sie hatte ihre großen Kopfschmerzen der General erzählte ihm zum Abschied seine einzige Anekdote was er dem Prinzen gesagt hatte und dass der Prinz zu ihm gesagt hatte sie sind unvergleichlich und erreichte Georg seine Hand seine welke Hand Emilie reichte Georg auch ihre Hand sie sah fast traurig aus aber Georg war doch am traurigsten die Zeit vergeht wenn man zu tun hat sie vergeht auch wenn man nichts zu tun hat die Zeit ist gleich lang aber nicht gleich nutzbringend für Georg war sie nutzbringend und gar nicht lang außer wenn er an die daheim dachte wie ging es wohl oben und unten ja deswegen wurde geschrieben und man kann gar viel in einen Brief legen den hellen Sonnenschein und die finsteren schweren Tage die lagen in dem Briefe der meldete dass der Vater gestorben und die Mutter allein zurückgeblieben wäre Emilie wäre ihr ein Engel des Trostes gewesen sie wäre zu ihr hinuntergekommen ja das schrieb die Mutter und sie fügte über sich hinzu dass es ihr gestattet war den Pförtnerposten zu behalten Ende von Der Sohn des Pförtners Teil 1 Der Sohn des Pförtners Der Sohn des Pförtners